Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder zurück bei GTIP heute am Freitag, den 15. November. Heute haben wir einen Escape Room und heute eröffnet das Deluxe seine Pforten im alten Pearls. Ah, ja perfekt, hat doch wunderbar funktioniert, ist doch gut. Wir haben jetzt eine Waschmaschine. Sieht zwar noch ein bisschen anders aus. Und wenn es gehen würde, würde ich die am liebsten dahin stellen, wo gerade der Mülleimer ist. Aber der Mülleimer, der gehört dahin. Die Sitze passen auch perfekt hin. Ja, super, ist doch klasse. Dann haben die auch jetzt noch einen Platz gefunden. Ich bin froh, ach das ist schön, freue ich mich. Ach du mein Gott, noch mehr Pflanzen. Ach du Jemini, noch mehr Pflanzen, die wir hier irgendwo hinstellen sollen. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Ich würde am liebsten hier irgendwo eine noch hinstellen in die Ecke. Weil die Ecke sieht noch ein bisschen leer aus. Nehmen wir mal die... Ich nehme mal die Pflanze schon mal mit. Stell die hier in die Lücke rein. So da. Ein bisschen drehen. So. Und schon sieht die Lücke ein bisschen... Ecke ist schon ein bisschen besser aus. Kann man machen, ne? So. Äh, ja. Was haben wir heute? Wie gesagt, einmal die Eröffnung vom Deluxe und einmal dann noch den Escape Room um 22 Uhr. Ich werde so am Stock gehen, ich weiß das jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Ähm. Ah, und einen Handtuchhalter haben wir auch noch. Naja gut, warte mal, ich nehme mal hier dieses Bild mit. Einen Handtuchhalter kriegen wir wahrscheinlich noch irgendwo unter. Und die Tasche hier. So, die packe ich mal, äh, packe ich mal wieder in den Tresor rein. Ähm. Ja, ich werde heute wahrscheinlich so am Stock gehen. Nach dem Escape Room. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. So. Jetzt mal wieder abschließen. Zack. Gucken wir mal, dass vielleicht noch der Handtuchhalter einen Platz im Badezimmer bekommt. Mal gucken. Und dann gehen wir, machen wir uns auf den Weg zu WWA. Ähm. Hier so in der Ecke, da würde der, glaube ich, gut hinpassen. Lass mich mal, lass mich mal probieren. Immer ein bisschen. Ach, so einer ist das. Ja, das würde aber gehen. Theoretisch. Ich muss ihn nur ein bisschen dichter an die Wand. Damit er nicht so schwebt. Oh. Das ist doch gut. Da passt der ganz gut hin. Dann hat man so, ne, nachdem man geduscht ist, gleich schon so ein Handtuch in der Hand. Muss man nicht so viel da rumtapsen. Wo. Äh. Die beiden Pflanzen, die muss ich nur gucken, wo wir die hinstellen. Aber ich würde mal jetzt mich auf den Weg zu WWA machen. Weil, ähm. Ash hat ja gestern Abend noch angerufen. Sie wollte ja noch mit Michael und Kate was bereden. Ich weiß nur nicht was. Äh. Lassen wir uns mal überraschen. Und. Dann mal sehen, was heute so noch auf uns zukommt. Ich hoffe nur, dass der Escape Room relativ schnell vonstatten geht. Weil ich. Ja. So. 23.00 Uhr ist halt so meine Uhrzeit, wo ich dann so langsam echt müde werde. Ist halt echt nicht mal so meine Zeit, ne. Aber, ja. Wir haben uns ja dafür bereit erklärt. Claire wollte den machen. Und. Sie braucht wenigstens nochmal jemanden, der sie da ein bisschen drin unterstützt. Weil sie den halt. Noch nie selber gemacht hat. Ähm. Daher. Braucht sie halt auch Hilfe von jemandem, der das denn machen kann. Und. Aki ist wahrscheinlich noch in den beschäftigt. In den Sachen beschäftigt. Für. Den Tag morgen. Für den Männerabend. Und da ist halt Kate eine der ersten Ansprechpersonen. Um. 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 Like. Um. 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 ein bisschen immer anweist, wann sie sich zeigen soll und so weiter. Das ist halt auch mitunter sehr wichtig. Deswegen ein Helfer ist bei diesem Escape Room halt auch unglaublich wichtig. Daher werde ich mich zusammenreißen und werde das, werde den Escape Room gemeinsam mit Claire und Ash dann einmal durchziehen. Ein Helfer kann ja Gott sei Dank, muss ja Gott sei Dank nicht allzu viel machen. Daher denke ich mal, wird es schon werden. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. 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 Ich habe auch die Leitstelle bei mir. Vielen Dank. 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 Ich glaube, ich hatte da einen Tippfehler. Ich glaube, ich hatte da einen Tippfehler. Ich habe es in die blaue Mole getan, nicht in die graue. Und der Leint, mach dir da keinen Kopf drüber. Ich hatte gesehen, dass in der blauen was drin war und dachte, welcher Vollidiot hat da vergessen, das rauszunehmen. Ich habe den ganzen Spaß rausgemacht und wir hatten das vorher nochmal alles umgepackt. Also alles gut. Mach dir Glück. Ja, danke. Welcher Vollidiot? Ist das ein schieses Vollidiot? Kannst du probieren, Haru zu erreichen? Und falls du ihn erreichst, ihn fragen, ob er drei Gutscheine vorbereitet hat für Alice? Ja, kann ich machen. Danke. Danke. Du musst mich gerade so zusammenreißen. Also weiß ich nicht, ich kenne ihn. Oh Gottes Willen. Ich hatte einfach noch nicht in die Akte geschaut. Ja, der Vollidiot war dann anscheinend ich. Tschau, Liga. Ja, schau, Entschuldige, kannst du dir klemmen. Haru ist nicht erreichbar. Okay, ich danke trotzdem. Idiot. Vollidiot. Ist das dein scheiß Ernst? Mach dir nichts raus, Caddy. Man könnte den Spieß übrigens auch umdrehen. Wer Ankündigungen liest, geht länger. Ich habe es in beide reingeschrieben. Okay, trotzdem nochmal Entschuldigung. Kannst du dir klemmen? Kannst du dir klemmen? Kannst du dir klemmen? Kannst du am liebsten jetzt hier gerade was treten? Wenn dir gerade echt alles zusammentreten. Ohne Scheiß. Kannst du nicht sein. Woher hin? Kannst du einfach hin? Kannst du noch bis nach Entschuldigung hin? Kannst du dir also anfangen? Kannst du noch in die Tür Juftí mit encontrar? Kannst du den meinen? Kannst du dich fest? Möglich, Main gläne. Dann bin ich selber aus, Vollidiot, mh? Die macht sich gerade richtig beliebt bei mir wieder. 師 will sich gerade richtig beliebt bei mir. Die macht sich gerade richtig beliebt bei mir. Ich würde ihm empfehlen, heute mir nicht mehr über den Weg zu laufen. Vollidiot. Aktiv komplett beschissen. Komm dann wieder zurück. Könnte ihn gerade richtig, richtig. Ah. Löchen. Löchen. Hi. Jack. Jack. Tööö. Hallo, Katie. Hi. Oh, oh. Alles gut? Ich könnte gerade jemanden einen richtigen Malz umdrehen. Hallo. Fängt mit I an und hört mit Y auf? Mhm. Oh, dann bist du nicht alleine. Ja. Wir können heute alle dem Hals rumdrehen. Fängt die Krise. Was hat er schon wieder eingestellt? Echt? Hey, warte mal. Nein, nein. Ich regle mich jetzt gerade auf und ich bin nicht gerade aufreden. Mach! Gönn dir! Los! Ich setz mich dazwischen. Mach mal. Jetzt würde ich dich entscheiden. Let's see. Was hat er schon wieder eingestellt? Wir fangen von der Akte von gestern. Vermietung, Tourbusse. Drei Tourbusse. Wir haben nur zwei. Oh. Davon ist alter einer nicht da. Super. Läuft ja. Dann fragt er mich, ob ich heute diesen Monster Truck am Airfield, weil das war ja schon gestern, nicht klargegangen. Das müsste heute gemacht werden. Hola. Warte mal kurz, Michael. Michael. Stöpfe dich ein, zieh dich um und fertig. Und dann bin ich heute so ein Kollege und packe die blaue Mole und dem Dubster 7 mit dem Equipment für Arlis Allrad voll. Was macht ein Herr Stadley, denkt sich ein Herr Stadley, welcher Vollidiot hat das da drinnen vergessen, guckt in die Akte und packt alles in die blaue Mole und in Dubster 1. Was? Nein, 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 nein. Moment. Er hat zu mir gerade im Funk gesagt, welcher Vollidiot hat das gemacht. Warte mal, warte mal kurz. Hey, stopp. Da kann ich dir das, 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 die, die Ankündigung habe ich korrigiert, weil er hat die blaue Mole leer geräumt und hat das für Devil, Devil Launch reingeschmissen. Ja, er hat nämlich gedacht, was, welcher Vollidiot hat das in der blauen Mole vergessen, hat das ausgeräumt. Ich hatte das schon für Arlis Allrad reingetan, ich habe es in die Ankündigung und in die Akte von Arlis Allrad reingeschrieben. Und er räumt es aus und denkt sich, was für ein Vollidiot. Jetzt macht die Akte Sinn. Und ich habe das nur in der Ankündigung korrigiert, weil wir das vorhin in die graue Mode in den 1er Tabs eingepackt hatten. Richtig. Da ist das gemacht, da habe ich nämlich die Akte korrigiert. Ja, ich weiß. Pass auf, das ist lustiger. Es kommt heute Morgen noch lustiger. Wir haben heute Morgen das Deluxe aufgebaut. Mhm. Und er kommt und steht hier und sagt, ob wir die Devil Lounge aufbauen können. Er hätte sich mit dem Kunden überworfen. So. Dann haben wir gesagt, okay, kein Problem. Und dann kommt, dann guckt er nochmal in die Akte rein und sagt, ja nee, ist doch die falsche Akte, könnt ihr ja trotzdem machen. Ist nicht sein Ernst, ist nicht sein Ernst. Warte, warte, warte. Das geht noch weiter. Das geht noch weiter. Dann, wir haben doch heute Abend die Schnitzeljagd. Das schreibt er mir schon wieder. Wir haben heute Abend die Schnitzeljagd. So. Es ist die letzte Zeit nur so auch vorgekommen, dass die Fahrzeuge nicht geleert wurden, dass mich das echt sauer macht. What don't you say? Und du schreibst, du guckst nicht in die verfickte Akte rein. Ähm. Wir haben heute Abend die Schnitzeljagd. Ja. So. Äh, die könnten wir schließlich nicht annehmen. Es wäre kein Helfer oder sonst irgendwas eingetragen. Ach, come on. Ja, jetzt stehe ich mit drinne. Ich stehe jetzt als Leitung drinne und, äh, Cory als Helfer. Ja, da müssten wir die Grünen jetzt absagen. Ich sage, wieso? Das ist doch im Grunde noch alles fertig. Kate, wir haben uns gestern drüber unterhalten. Kate hat alles fertig gemacht. Wir müssen nur das Album rausgehen. Mehr ist es nicht. Und halt da sein. Ja, ich kann es nicht machen. Ich bin nicht da. So. Ja. Und dann stehst du, äh, da habe ich mich eingetragen. Einfach, weil ich viel zu wütend war. Ich war einfach nur wütend. Ja, ich bin, ich war eben gerade auch sowas von wütend. Kannst du den Monster Truck übernehmen, weil es ja gestern schon nicht wahrgenommen werden konnte? Ich habe mich gerade auch aus Wut da so eingetragen. Kate, ich habe nur eine Frage an dich. Ja. Darf ich? Nein. Nein. Warum nicht? Weil das etwas Dienstliches ist. Es geht ums Dienstliche. Ich versiere die Typen her und staif ich mal kurz zum Boden. Dann können wir wieder gehen. Achso, äh, ich habe mal eine Bitte. Wenn ihr Akten schreibt, sowas wie über Alice Allrad oder sowas, könnt ihr mal uns Azubis da mit reinnehmen? Ich kann keine Akten sehen, die nur für Equipment-Abteilung da sind. Naja, kannst du nicht einfach über allgemeine Akten gehen? Da siehst du doch alle. Über allgemeine Akten, allgemeine Akten, ja. Oder du gehst über die Person, dann kannst du das ja auch sehen. Über Alice Allrad. Ja. Und dann kam heute noch das Geile. Das kam heute auch noch. Die Devils Lounge steht drinnen. Nur aufbauen, wenn die Genehmigung vom PD vorliegt. Ja, das habe ich eben gerade auch noch gehört. Ja, hat er vergessen, dass die Genehmigung da ist? Ja, das steht da aber nicht drinnen, verflucht noch mal. Ja, hat er vergessen einzutragen. Das habe ich ihm vorhin aber schon mal gesagt. Da hat er mir, hat er kein, hat er kein Ton gesagt, dass das irgendwie mit drin ist, oder? Nein. Ich, ich, er soll, er, er soll mir heute definitiv aus dem Weg gehen. Er soll bitte, 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 er ist, er ist, er ist, er ist, er ist im Dienst. Kann mir mal bitte einer erklären, wie der morgen drei Tourbusse vermieten will, wenn wir nur zwei haben und einer drei Männer haben? Das soll er denen, das soll er denen mal klar machen, das soll er denen klar machen, da halte ich mich raus. Schatz, der will einen klonen, der schraubt einen, nee, der klaut ein paar Autos und baut doch aus dem Tourbus. Das soll er denen mal klar machen, das ist mir scheißegal, da kann er sich drum kümmern. Das ist, das hat er eingebrockt. Zumal morgen ein Tourbus weg ist für den Männerabend. Wieso, ein Tourbus? Die fahren doch mit Downtown Cab. Achso. Die werden doch von Downtown Cab abgeholt. Ja, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe das verwechselt. Ja, alles gut. Aber trotzdem, wir haben nur zwei Tourbusse. Ich, ey. Nee, ich bin stinksauer. Er soll mir heute sowas von aus dem Weg gehen. Ansonsten explodiere ich wirklich noch und ich haue ihm eine rein. Oh, darf ich Popcorn nehmen? Bitte. Deswegen, deswegen habe ich mich gerade gefragt, darf ich, weil ich mache das mit Worten. Nee, ich kann nicht mehr. Hey, deswegen frage ich dich gerade, darf ich, ich mache das mit Worten. Du kannst gerne neben stehen. Aber bitte haltet die Ohren zu. Nein. Ja. Und jetzt nimmst du mir mein Mann. Komm her. Wir beruhigen uns jetzt ein bisschen. Oh, wenn du jetzt einen Aufwuser machst, klatsche ich dir ein. Nein, ich mag keinen Aufwuser. Wenn du hast recht. Wenn ich dich gleich los, wenn ich dich gleich loslassen sollte, was weiß und töte es. Ich liebe dich, Schatz. Ich dich auch. Oh, verlass mir den Lacken. Wir haben hinten noch Alkohol. Ja, ich kann gar nicht so viel trinken, wie ich mich jetzt gerade saufen müsste. Das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Wenn wir heute Abend irgendwann zu Hause sind, dann darf sie böse sein. Heute Abend geht es erstmal Party, mein Hasse. Dann nach. Heute haben wir erstmal noch eine Escape Room um 22 Uhr. Ne, um 21. Ne, um 22. Was? Ja. Oh, fick die doch. Können wir den verschieben? Ja, Claire geht es auch nicht so gut. Ja. Musst du Claire fragen, ob sie sich fühlt. Um was geht es denn? Ja, die ist in der Escape Room um 22 Uhr. Ja. Ja, bitte. Äh, mach mal. Hast du zuhause gesehen, was ich da gemacht habe? Alles klar, du bist krank. Wir müssen den Escape Room verschieben. Alles klar. Ich habe es gesehen, Schatz. Punkt. Check. Check. Ja, ich bin wirklich krank, aber okay. Alles klar. Achso, ich habe meine noch gar nicht an. Ich möchte es ungern, ich möchte es ungern, Ash, äh, äh, mit Claire heute so antun. Vor allem im ruhigen Sumpf. Du brauchst gar nicht viel verschieben, das. Wir verschieben das. Ich gucke das. Ja, es geht halt immer nur um 20 Uhr. Die können irgendwie immer nur um 22 Uhr. Ja, das ist ja nicht das Problem. Auf alle Fälle nicht heute. Kann ich dir eine Nachricht, kann ich dir eine SMS schreiben? Hat die eine E-Mail hinterlegt? Dann können wir ihr eine E-Mail schreiben. Hat sie, hat sie, hat sie, hat sie. Dann schreib über, schreib am besten über die, äh, ne, warte, ne, 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 warte. Ähm, wenn die eine E-Mail hat, dann kann ich über die, über die Escape Room Abteilung das, äh, zuschicken. Dann schick, schick ihr das zu, dass es heute aufgrund von Krankheit nicht, nicht geht. Ja. Ja. Punkt aus. Dann gucken wir, dass wir das nächste Woche irgendwie mit reinschieben und dann ist sie noch. Dann hat sie das direkt von der Escape Room Abteilung. Mhm. Äh, ohne dass man jetzt irgendwie noch groß hin und her telefonieren muss. Dann ist das wenigstens so. Ich hab mich wieder beruhigt. Siehst du? Ich, ach, es ist, es kommt so selten vor, dass ich so explodiere, aber das... Ich habe gestern mit Aki gesprochen. Ja. Was ich machen muss, damit ich kein Azubi mehr bin, damit ich auch alleine laufen kann. Ja. Das habe ich, das habe ich gestern gemacht und, ähm, äh, ich gucke, was man da... Äh, ich gucke das, was wir da in irgendeiner Art und Weise, ähm, machen können. Ich will sowieso mal, ich weiß nicht, ob ich da mit dir oder ob ich da mit, mit Ivy sprechen, oder mit Avery sprechen muss, nicht mit Ivana. Ähm, ich würde gern gucken, ob wir über das French, äh, äh, Scheiß-Unternehmen noch eine Kategorie von Pflanzen kriegen. Ja. Da müsste vielleicht mal mit Avery sprechen. Mhm. Die macht die Bestellungen. Und dann leider müssen wir aus gesundheitlichen Gründen den heutigen Escape-Room verschieben. Genau. Ja. Bitte melden Sie sich bei uns für einen neuen Termin. mit freundlichen Grüßen. Ja. Mit freundlichen Grüßen. Wir kommen auch... Wir kommen auch... Abteilung von BWA. Ich komme auch nicht klar mit der Mail, die Ivy gestern, die Ivana gestern gemacht hat. Einmal hat sie an Elysias geschrieben. Und einmal hat sie ans Unicorn geschrieben. Beides in Bearbeitung. Ja. Wer ist denn nun, wer ist denn nun gebucht? Für morgen, für den Männerabend. Das wüsste ich jetzt halt... Das wüsste ich jetzt halt auch gerne. Also die einen sagen preislich 2.000. Ja, genau. Die anderen sagen 1.5 für pro. Und dass sie halt, was ich verstehen kann, das hört sich bekloppt haben, aber auch besser findet, dass die ihre eigene Security nochmal mitbringt für die Damen. Ja. Ist nochmal zusätzlich, finde ich, viel, viel geiler. Aber auch wenn 1.5... 1.5 für... Also sind wir bei 3. Ja, das sind 1.000 weniger... Das sind 1.000 weniger... Entschuldigung. Ja, 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 ja. Von Elias. Elysium, ja. Aber... Elysium... Das heißt Elysia, ist mir auch egal. Aber bei dem hätten wir halt noch zusätzlich noch 2x Security. Ja, richtig. Richtig. Ähm, ja. Denn... Ich hoffe, Haru und Aki kommen nachher. Ja, hoffe ich auch. Äh, dann können wir das mit denen dann... auskaspern. Genau. Ähm, ich kümmere mich morgen Vormittag um die komplette Hochzeit von den Einladungslisten und von der... Ja. Von Claire. Da kümmere ich mich morgen drum. Äh, dass ich das alles mache. Ich finde das schön, von Claire die Hochzeit. Äh, gesammtes WWA. Ausrufezeichen. Egal was... Ja. Ja, das ist richtig. Ähm, du hast ja eben gerade bei der, äh, Frau Pierce angerufen. Ja. Ich schreib mal ein, dass wir, ähm... Versucht haben zu erreichen. Genau, versucht haben zur Terminverschiebung. Ja. Einmal Ash, Terminverschiebung, E-Mail, äh, E-Mail gesendet. So, ihr Lieben. Ja. Ich hab grad mit Claire geredet. Der... Wen hast du geredet? Mit Claire. Ja. Der Escape Room wird verschoben. Der Escape Room wird abgesagt oder verschoben, sie bekommt grad wieder den Fieberschub und ich sie sich nicht... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Den Satz bitte mal zu Ende bringen. Dankeschön. Guck mir leid. Dass sie sich mit Pillen vollstopft, nur um für Kunden da zu sein. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Genau deswegen. Gut. Maike, du lässt Kate los. Ich brauch Kate. Äh! Weg. Psst, psst, weg. Was? Komm mal mit, bitte. Nee, warte mal ganz kurz. Ach Gott, Egi. Hast du euch die Kleider mit, du Nase? Hab ich. Ach Gott, ich... Jetzt seh ich's erst. Ich... Ich... Ich dreh Egi heute echt noch den Hals um, ne? Er kann doch nicht mal richtig Tabellen... Er kann doch nicht mal Tabelle richtig eintragen. Lass mich das doch bitte mal machen. Kate, warum du? Weil das gerade mein persönliches Baby ist mit den Escape Rooms. M-M-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Wo ist er? Ey, ganz ehrlich. Das kotzt mich an. Und der Trigger ist... Nochmal die Frage, wo ist der gerade? Ich habe keine Ahnung. Aber er... Oh Gott, ey. Er ist der Clay? Der kann nicht, der ist beschäftigt. Ja, wo ist der gerade? Beschäftigt, der ist mir. Ja, wo bist du gerade? Und ich trage das deswegen auch schon komplett falsch ein. Wenn ihr zurück seid, kommt ein Herr Stacklay bitte mal zu mir. Das Ganze dann komplett schief geht, ne? Ich hasse es, wenn man nicht ordentlich eine Tabelle führen kann. Die Tabelle ist noch nicht so lang. Du brauchst nicht keinen Anruf, du kommst ja zu mir auf Wund. Bin ehrlich, ich kriege die Krise. Ich kriege echt die Krise. Ich glaube, ich hatte noch was vor. Ich will nicht... Ich will nicht meine Wut an irgendwen rauslassen, der es nicht verdient hat. Ich will es nicht. Lass sie an mir aus. Nein. Nein. Du hast sie nicht verdient. Du hast nicht diese Wut verdient, die ich gerade habe. Wir haben ganz viel Alkohol hinten. Ja, aber ich will mich hier nicht gerade mit Alkohol vollschütten. Das ist okay. Weil dann werde ich sentimental. Wenn ich betrunken bin, werde ich sowas von sentimental und noch gefühlsvoller, als ich eigentlich schon bin. Ich werde da nicht aggressiv. Ich werde einfach nur sentimental. Das ist der Gelegenheit dann komplett gegenteilig. Das ist so korrekt. Das stimmt so. Warum mischt er sich in Sachen ein... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es doch auch nicht. Ja. Wir werden mit ihm reden. Ich möchte dich bitten, dass du dabei stehst. Okay. Michael, wir setzen uns auf der Kopf und Popper. Wenn du ihn anschreien möchtest... Ich will da nicht bei sein. Ich will da nicht. Tu dir keinen Zwang an. Ich werde dich nicht stoppen. Wenn es dir danach besser geht, tu es. Ja, es macht keinen Sinn, das alles in sich reinzurissen, Kate. Nein, ich weiß. Und das ist auch völlig richtig. Okay, jetzt. Der wird dann... Der wird dann nachher eine ganz kleine Tut hier rauskriechen. Ja, der wird dann gleich zu Aki und zu Haro ran. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist mir dann egal, weil ich habe Gründe, warum ich ihn anschreie. Weil es ist einfach nicht... Und es ist... Haro weiß aber schon Bescheid. Also von daher kann er da lange reden. Ich sage nur gestern Abend, Haro ist auch kurz aus der Haut gefahren. Ne? Und dann ist er gleich wieder ins Drummer gefahren. Guck, guck. Wieso ist denn... Lea? Ab ins Bett mit dir. Ab ins Bett mit dir. Ab nach Hause, ab ins Bett. Ich habe der Kunde eine E-Mail geschrieben, dass wir den Termin verschieben. Sie soll sich bei uns melden. Äh, den... Escape Room jetzt. Ja, genau. Ich habe direkt über die Escape Room E-Mail geschrieben. Sehr gut. Ich wollte mit dir nämlich darüber reden, weil ich nicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen kann, wie es mir heute Abend geht und wenn, dann wäre es zu spontan. Ich weiß. Du hast doch gehustet. Du hast doch... Du hast doch... Du gehörst ins Bett. Das reicht vollkommen aus. Du gehörst ins Bett. Ganz ehrlich. Und auch für mich ist 22 Uhr scheiße spät. Das, was ich dir gesagt habe, Claire, wenn du nachher nochmal aufstehst, seht nachdem, wie es dir geht, um was unternimmst. Also, dann mach mit der Bruder auch irgendwas mit der, mit der Verlobten. Ja, da ist weg. Kommt zur Deluxe. Genau, komm zur Deluxe. Das würde ich wahrscheinlich eher machen. Kommt mit uns zur Deluxe-Feier. Dann nehme ich jetzt euch beiden Mädels. Ihr müsst mir mal kurz helfen. Ja. Wann ist die Feier heute? Ganz kurz noch? 21 Uhr. 21 Uhr. Und, äh, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Genau. Es sind nur eingeladene, also Freunde von denen eingeladen. Und natürlich Gesamt-WWA. Ja, ich hab jetzt meinem Mann Bescheid gesagt, der soll mitkommen. Ja, natürlich. Plus eins ist doch selbstverständlich. Alex Black, ne? Genau. Ich freu mich so für die. Ich freu mich so unglaublich für die beiden. Und die freu mich für alle. Also, ihr werdet nachher sehen, wie wir dekoriert haben. Und das ist wirklich... Ich freu mich so drauf. Ich bin gespannt, wie es da drinnen aussieht. Toll. Wirklich. Toll. Super. Die haben es wohl auch schon umgebaut. Ich hab heute nämlich schon ein Gespräch mit ihm geführt. Ja. Ja, ja. Kate, kommst du kurz mal mit? Natürlich. Schatz, lass du mich kurz los. Danke, dass du mich so hast wieder runterfahren lassen. Was ist los? Wieso bist du sauer? Äh, wegen Iggy. Er scheißt da gerade einfach richtig rein. Iggy. Ja. Ah, okay. Äh, willst du auch wissen, was wir machen wegen der Weihnachtsfeier? Ich konnte wohl nicht so drüber reden, weil da zu viele Ohren dabei. Auf der einen Seite will ich's wissen. Auf der anderen Seite aber wieder nicht. Keine Ahnung. Entscheide dich jetzt. Ja, ich will. Ja. Ja. Ich hab jetzt halt so eine Arbeits... Eine Arbeitsverlobte. Verlobte. Das musst du jetzt nur, Iggy, äh, gefatscht, das musst du nur Michael jetzt beistehen. Und Daniel. Äh, dann gehen wir bei mir auf meine, auf meinen... Ja. Auf meinen Claire. Ja, so. Weil dann hab ich nämlich gleich Fragen an dich und da brauch ich dich jetzt. Okay, ja. Bin drinne. Okay, super. Du siehst bei der To-Do-Liste eventuell Terrasse oder Casino-Dach für uns. Was würdest du denken? Ist die Terrasse zu klein? Ich glaub nämlich schon. Äh, warte mal kurz. Wo? Da, eventuell Terrasse oder Casino-Dach. Ich würd jetzt schon fast sagen Casino-Dach. Mhm. Also, wenn wirklich alle da sind, denn dann ist die kleine Terrasse viel zu klein. Das denk ich mir nämlich auch. So, dann hab ich das auch. Und dann geh ich nochmal auf unsere Termine. Wo ist der? Oh Gott. Kalender, November, Dezember. Was hab ich jetzt gesagt? 14. Ne? Ja. Termine. Was ist der 14. für ein Tag? Samstag. Na gut, super. Perfekt. Ich bin ja hochintelligent. Jetzt krieg ich einen Anruf. Willst du mich verarschen? Die Leitstelle von LWA. Hier ist Claire. Hallo. Hi. Äh, ja. Moment. Ich muss gerade mal gucken, ob ich da vielleicht eine Akte von dir finde. Warte, rasch. Gut. Äh. Wie heißt du genau? Da liegt doch. Okay, warte, Santos, vielleicht finde ich dich darüber. Independent Night Live Startup. Ach, die sollen noch bezahlen. Wie, die sollen was? Warte, eine Kollegin hat das gerade mitbekommen. Was? Die sollen, die hatten letzte Woche Equipment, haben aber eine Stunde vorher abgesagt. Ja. Und jetzt sollen sie die Rechnung noch bezahlen. Für, also, weil wir es ja trotzdem aufgebaut haben. Ah, okay. Also, ähm, ihr müsstet eigentlich eine E-Mail bekommen haben. Oder eine Rechnung. Oder eine Rechnung. Habt ihr nicht bekommen. Wir haben keine Rechnung bekommen. Aber das ist das wahrscheinlich. Warte, warte ganz kurz. Ja. Rechnungen. Ich schaue gerade nach. Wir gucken gerade nach. Kleinen Moment. Äh, okay. Ich sehe gerade die Rechnungsnummer nicht. Das sind 355 Dollar. Es wären 355 Dollar, die bezahlt werden müssten noch. Weil ihr hattet letzte Woche irgendwie einen Aufbau und habt dann eine Stunde vorher abgesagt. Da war aber schon aufgebaut worden. Also, mir wird jetzt gerade gesagt, dass ihr die Rechnung bezahlen müsstet. Genau. Okay, perfekt. Vielen Dank. Bis gleich. Au revoir. Kommt er her? Ja, ja, er kommt her und zahlt die dann. Ja gut, ähm, ich meine, ähm, dann machen wir das so. Dann ist das auch okay. Dann können wir die Akte dann auch endlich löschen. Aber gut. Was ist das so? Entschuldigung. Du hörst dich echt schlimm an. Ja. Zurück in meine Akte. Mhm. Warte, hab ich das jetzt? Ich hab den Kalendereintrag gemacht. Ich hoffe es. An die Mädels. Ich würd was Süßes bestellen. Wird ihr auch was haben? Nein, bitte. Ja. Ich mag richtig gerne Marshmallow Kakao. Oh, bitte, ja. 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 Also ab 9 Uhr Block Casino Dach drinnen. Mhm. Einfach aus dem Grunde, weil wir es da dann einfach sehen. Das ist ganz oben, das an dem Tag halt keiner nehmen darf. Dann hab ich drinnen stehen für 18 Uhr Terminstopp für die Weihnachtsfeier, weil sie um 20 Uhr startet. Ähm, hast du die Termine nur für dich sichtbar? Aber ich seh die nicht. Nein, eigentlich nicht. Also ich seh sie nicht, auch wenn ich in der Akte bin. Ja, die sind auch nicht in der Akte. Die sind draußen Standardgruppe Personenakte. Hab ich hier richtig gemacht? Ah, ich bin du. Standardgruppe Akte, nicht Personenakte. Gut, dass du es mir sagst. Kein Ding. Äh, genau, warte. Dann machen wir es nochmal. Termin. Stopp. Weihnachtsfeier. Das Gute ist, ich darf das ja alles alleine machen, weil ich bin ja Steffin. Mit, weißt du? Das ist so, dass ich nicht warten muss, bis mir Aki sagt, ja, darfst du gerne machen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du verstehst mich, oder? Ich verstehe dich. Ja. So, nochmal. 14. Und da hab ich gesagt, 18 Uhr, ne? Terminstopp, genau. Terminblock. Weil dann hast du, äh, zwei Stunden dazwischen und dann kann man das selber... Und wollt ihr auch was, wie ihr jetzt wieder wegfahrt? Ja, genau. Dann kannst du noch, kannst du noch bis, äh, kannst du noch 18 Uhr irgendwelche Termine annehmen, die kannst du noch durchführen. Ja, aber alles danach nicht mehr. Aber alles danach halt dann nicht mehr, genau. Danke schön. So, und dann hab ich gesagt, äh... Ne, ich seh immer noch nichts. Das versteh ich nicht. Ich, äh, keine Ahnung. Ich seh leider nichts. Okay. Standard Gruppe Akte. Warte mal. Ach, hier, warte mal. Warte mal, ich glaub, Weihn... Ne, es ist die Weihnachtsfeier am 20. Ihr mal in den Dezember. Ich... Ja, ich war direkt über die Akte gegangen. Aber hier seh ich jetzt Termin. Ja, über die Akte hab ich's nicht... Hab ich's nicht gemacht, damit die Leute nicht in die Akte gucken können. Verstehst du? Ah, schlau. Schlau, schlau. Okay, ja, im Block... Aber im Kalender steht's drin. Sino. Dach. Und da hab ich gesagt, 20 Uhr, ne? Aha. Weil auch dasselbe wie in, äh, wie in grün, äh... Äh, da sag ich 9 Uhr mal nicht, weil man das dann oben sieht. Ne? Steht ja da oben drin, ne? Genau. Bist du? Da, okay. Und hier sollte ich vielleicht... Das hinmachen. Das ist nämlich besser. Das hatte ich vorhin nämlich vergessen. Und? Jetzt ist auch der Block drinnen. Bevor ich gleich weitermache in meiner Akte. Block Casino Dach. Termin Stopp Weihnachtsfeier, 20 Uhr. Ja. Es steht alles drin. Equipment Supernaifus. Das ist, glaub ich, easy. Das ist, auch wenn's um 18 Uhr steht, aber das find ich... Das... Das kriegen wir alle schnell hin und das haben wir in... Das ist... Das ist ne verdammt große... Also das ist verdammt groß. Was die da alles hinstellen. Aber wenn wir alle Mann da anpacken, sind wir schnell fertig. Ja, dann sind wir da Stunde fertig. Also locker fertig. Ja. Ich glaube, dass wir noch nicht mehr ne Stunde dafür brauchen. Hoffentlich. So. Ja, aber das passt schon. So, ja. Dann hast du... Wenn du zurück in der Akte bist. Ja. Ich möchte gerne, dass... Ich hab jetzt Schrottwichtelgeschenke. Wichtelgeschenke. Es ist scheißegal. Jeder soll ein Wichtel- oder Schrottwichtelgeschenk, je nachdem, was sie wollen, mitbringen. Ja. Und jeder soll es in eine Pisswassertüte bringen. Wenn wir dann auf dem Casino-Dach sind, da haben wir tatsächlich auch gut Platz, dann stellen wir uns alle in einen Kreis. Jeder stellt dann diese Pisswassertüte vor sich. Keiner darf reingucken, es darf auch keiner schummeln. Und dafür, wenn du jetzt runterguckst, Ablaufplan. Ist der Plan, dass jeder... Ist nicht gut. ...würfelt und dann eben keiner weiß, wer welches Geschenk bekommt. Und wenn ich jetzt sage, ich hab Bock, dein Geschenk zu kriegen und ich hab nur fünf oder sechs gewürfelt, dann ich kann einfach sagen, ich will deins. Jetzt. Dann müssen wir aber... Wir tauschen dann nur die Plätze, nicht die Geschenke. Verstehst du? Ah, ja, macht Sinn. Also hinter das Geschenk sozusagen stellt. Und wenn dann alle einmal durch waren, dann dürfen wir unsere Geschenke auspacken. Dann dürfen wir die Taschen... Okay, finde ich gut. Finde ich super. So, und geplant ist, dass wir vorher, weil wir das noch nicht gemacht haben, die Go-Kart-Punk-Bahn von der Racing League buchen für eine Stunde und nur für uns als Team halt fahren da drin. Finde ich auch super. Das macht Spaß. Genau. Und essen kriegen wir alles über Deluxe, weil da ist es schon... Ich hab schon angefragt. Deswegen ist da auch schon ein Haken drin. Ja, das ist super. Ich freu mich schon drauf. Also es ist, ohne Witz, es ist schon alles fix fertig. Ja, das ist richtig. Ich brauchte nix machen. Wirklich. Weil das alles schon in meinem Kopf war und zack, war's fertig. Das ist eigentlich schon so simpel, aber ich... Das wird super. Denk ich auch. Und danach hätte ich gerne eine Abschlussparty, also eine richtige Party und da bräuchten wir einen DJ und da weiß ich... Einen DJ weiß ich nicht, wo ich fragen soll. DJ Universe nachfragen? Und eine Party im Anschluss machen wir auf jeden Fall, oder? Ja, natürlich. Also ich frag jetzt noch mal extra, aber da mach ich da nämlich auch schon einen Haken rein. Ja, also ich würd vielleicht bei DJ Universe anfragen. Die haben ja einen Fundus an DJs. Dass wir da einfach jemanden fragen. Wir haben auch direkt eine Personenakte. Ja, ich hab sie grad. Ich ruf da jetzt mal an. Ja. Da ist keiner. Gut, das ist ja auch noch ein Monat hin. Ja, ist jetzt aber grad auch keiner erreichbar. Ja. Aber dann tragen wir das mal grad in die Akte am besten rein. Ja. Mach ich grad mal fix. DJ benötigt. Machen wir das anders. DJ Universe. Dann weiß ich da nämlich Bescheid, wenn ich dann immer wieder anrufen muss. Mhm. Und ich find das gut. Und jetzt ist meine Frage, muss ich das... Ich würd gerne bis zum... Ah, warte, genau. Die wollen wissen bis zum 11. Zum 11. 12. 24. Wie viele Personen. Klammern auf an. Plus 1. Denken. Ja. Das ist mir jetzt nur mal gerade bewusst geworden. Ja, ja. Das ist ja dann wichtig für die Kalkulation fürs Deluxe. Genau. Das hab ich mir jetzt dahinter geschrieben. Mhm. Dass sie das nämlich nochmal wissen wollen. Wann mach ich da eine Ankündigung? Einfach von vorher? Ja. Ja, dann zwei Wochen vorher. Dann mach ich mir doch mal selber eine Aufgabe. Ja, mach ich nämlich unten. Dann bleibt die nämlich offen, weißt du? Genau. Also zwei Wochen vorher bis... Also ab dem 30. Am 30. Mhm. Am 30. 11. 2024 eine Ankündigung Schrägstrich Einladung verfassen. So. Dann hab ich das auch. Weil es ist gut, dass ich dich gerade habe, dann weiß ich nämlich, was ich vergesse und was nicht. Ja, siehst du mal. Das ist gut, oder? Ich find's perfekt. Genial. Ja, ist uns like auf jeden Fall und es ist nicht langweilig. Ich finde, wir hätten auch einfach nur sagen können, okay, wir essen zusammen und das war's. Aber das find ich doof. Ja, das kann jeder. Genau. Und ich hatte sogar überlegt, bei Deluxe selber das zu finden, da hab ich gesagt, nee, das machen wir auch nicht. Die Leitstelle von BWA, hier ist Claire. Hallo. Ob wir... Ähm. Wir sind gerade an der... Äh... Äh... Arbeit, richtig. Ich muss jetzt kurz gucken. Also, wenn es eine Tasche von uns ist, sowieso grundsätzlich bitte einfach immer liegen lassen. Aber dann hat das schon einen Grund, warum sie da ist. Also, ich vermute... Die Schnitzeljagd, die wird heute mit Alben gemacht, also mit einem Album gemacht. Wie mit einem Album? Was meinst du? Ja, ähm, die kriegen ein Album in die Hand gedrückt und dann schickt sie los. Ohne Taschen verstecken. Weil es... Ich hab gerade... Entschuldigung, ich rede gerade mit einer Kollegin. Äh, ich hab einen, äh, eine Person am Telefon, die hat eine Tasche von uns gefunden und fragt, ob wir gerade was haben oder sie vielleicht vergessen wurde. Eine Tasche von uns? Ja. Okay. Was ist denn in der Tasche drin? Ja, wo ich... Ja, genau. Vielleicht ist es ja auch nicht von uns. Das ist eine Tasche mit dunklen... Dunklen Rätsel. Okay. Und wo genau, wo waren die? Wo war die Tasche? Das könnte ja von uns sein, aber das passt nicht zu dem Spiel, weil das Spiel, was wir gerade laufen haben, oder was wir nicht gerade laufen haben, was wir in einer Dreiviertelstunde laufen haben, das hat keine Taschen überall rumliegen. Ja, das heißt, das ist definitiv eine Tasche, die offensichtlich dann vergessen wurde. Das kann sein, ja. Vielleicht, wenn sie so freundlich ist, kann sie ja mal vorbeikommen, dann gucken wir selber mal, also ich weiß nicht, ob die jetzt vergessen wurde oder so, keine Ahnung. Also, was stand denn auf der, äh, oder war ein Zettel bei der Tasche dabei, wo drauf steht, äh, Whitewater, weil normalerweise markieren wir unsere Taschen immer. Okay, das ist aber komisch. Wo genau war denn die Tasche, dass wir vielleicht mal selber gucken gehen, ob das von uns die ist. Ach so. Auf einer Brücke, welche Brücke? In der Nähe vom Hafen ist das eine Brücke. Ah, ja, 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 das kann sein, dass es wirklich eine von uns ist, aber, äh, wir hatten in letzter Zeit keine dunkle Geschichte. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, gut, haben sie die Möglichkeit, da nochmal hinzufahren und uns die vielleicht vorbeizubringen, weil nicht, dass wir jetzt an den falschen Ort fahren und dann ist es nicht da, weil es gibt, ja, wahnsinnig viele Brücken hier. Ja, das wäre super. Vielen Dank. Au revoir. Er kommt später nochmal auf uns zu. Okay, weil, äh, diese eine rote Brücke im Hafengebiet da, ne, da, 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 da verstecken wir ja auch eine Tasche, aber wir hatten in letzter Zeit gar keine gruselige Schnitzeljagd. Also, da bin ich auch gerade irritiert, aber lassen wir das einfach. Ja, das, oh, okay, das, die, hat sie sich da irgendwo verfangen oder so? Gut, weil, ich hab keine Ahnung, aber, na gut. Gut, aber wenn der, wenn der ja so freundlich ist, dann ist der auch gut. So, aber zu meinem Dings. Ich bin, glaube ich, durch. Mehr muss ich nicht planen, oder? Ich glaube, nein. Das ist alles so weit rund. Das ist eine runde Sache. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich wirklich im Bett lag und dass du meinen Kopf gesponnen hab und das schon fertig in meinem Bett war. Würde ich sagen, dass du ein Genie bist. Ich glaube, es ist schon richtig, dass ich diesen Posten hab. Oh ja, das stimmt. Auch wenn ich jedes Mal denke, so, du schaffst eigentlich gar nichts, du machst irgendwie gar nichts, du unterstützt irgendwie gar nichts und dann kommt aber sowas. Aber das ist ja auch so eine Sache, die halt auch super ist. Jetzt bin ich wieder runtergefahren, Gott sei Dank. Was war, also wegen Iggy, was ist denn mit Iggy? Also, ich hatte heute früh die blaue Mule für das Alis-Allrad-Event gepackt und den Dupster 7. So. Iggy packt die blaue Mule aus, guckt rein, denkt sich so, ja, welcher Vollidiot hat das da drinnen gelassen und packt alles wieder raus. Oh Mann. Dann kommt noch dazu, hat er gestern drei Tourbusse an SEP vermieten, also für morgen ist die Tourbusse vermieten wollen, wir haben nur zwei. Mhm. Dafür mal ab, sind die eigentlich doch, also soweit ich das weiß, vermieten wir die Tourbusse gar nicht. Doch, doch. Okay. Doch, doch. Vor allem für Junggesellenabschiede ist das ja perfekt, da kannst du ja mit einem Mann fahren. Oder zehn sogar, halt, ne? Ja gut, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob mal so nebenbei gesagt, ob Aki einen für mich organisiert, weil ich war ja schon neu verheiratet. was weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann haut er mich vorhin noch an, ja, kannst du denn den Monster Truck um 19 Uhr nachher vermieten, äh, mal machen? Weil der wurde ja schon für einmal, äh. Das hab ich mitbekommen, ja. Ja. Ich war schon wegen dem, ich war schon wegen dem, ich war schon wegen dem, du gehörst doch ins Bett. Nee, ich mach das jetzt. Ist mir scheißegal, aber ganz ehrlich. Er ist auch nicht da, aber schmiert erst mal wieder an mich die Sachen ab. Und ich war schon, ich war schon bedient mit den drei Tourbussen. Und man sie so, denk doch mal bitte nach, wir haben nur zwei. Also ich finde ja sonst, Aki kann echt gut oder arbeitet echt gut und echt flott und echt stinkt und alles. Aber manchmal übertreibt er ein bisschen. Er übertreibt dann... Führung ist auch nicht gerade seine Stärke. Wie meinst du, Führung? Naja, er vergisst schon sehr häufig, irgendwas einzutragen. Ach so, Aktenführung, ja. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da rege ich mich sowieso auf, dass das irgendwie nicht, oft nicht klappt, weil es fehlt oft einen Eintrag in, äh, in den Telefon-Dingern. Ja, genau, gerade das. Dann kriegt er noch nicht mal die Tabelle ordentlich geführt. Hier von dem Escape Room musste ich das Ganze auch nochmal ordentlich machen. Weil ich dann... Übrigens, ganz kurz, ich lösche mal den Termin aus der... Für heute. Ja, 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 genau. Ähm. Kann so ein Lieber sein, ne? Aber er ist so ein verdammter Schürzenjäger. Alles, was weiblich ist, Brüste hat und zwei Beine und einigermaßen ordentlich denken kann, das gräbt er an hier. Hm. Erst mich, dann irgendeine andere, dann Ash. Das hat er schon bei Mosleys gemacht. Ich wusste nicht, was sein Problem ist, aber das ist... Das wirft kein gutes Licht. Hm-m. Hm-m. Oh, ich muss morgen auf Kayo. Irgendwann hat's mir echter Arsch. Was musst du denn auf Kayo? Ähm. Ach, dieses Dschungelcamp, ne? Ja, ja, ja. Also, das war so eine Fehlkommunikation zwischen Tyreek und mir. Ah. Das war lustig. Aha. Er hatte mit mir telefoniert, der Kunde. Ja. Ja? Und er hat mir am Telefon gesagt, ja, ich wollte mal so wissen, was ihr so da machen könnt, so spielemäßig und so. Oh. Und ich so, ja, wann soll das denn stattfinden? Das war vor zwei Wochen, wo der angerufen wurde. Ja. Anderthalb. Was soll denn das stattfinden? Und er sagt, ja, so ein Dschungelcamp. Ich so, wir müssten uns das angucken, wie wir das planen können. Wir haben da schon was im Repertoire, das ist nicht das Problem. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir können das so schnell organisieren. Ja, ja. Weil, ne? Und dann, ja, ich weiß auch noch nicht wann und so, da würden wir uns nochmal melden. Ich so, ja, dann bitte. So. Dann hatte ich einen Termin abgemacht für den 13.11.1930. Das weißt du ja noch. Wo ich dann extra hergekommen bin, um diesen Termin wahrzunehmen. Obwohl ich mich da schon nicht so wirklich hundertprozentig fit geführt habe. Ja. So. Ich habe gesagt, komm, du, das ist dir wichtig, weil ich wollte einfach auch mal Aki zeigen, hey, ich habe wirklich Bock, sie bei sowas zu unterstützen und sowas entgegenzunehmen. Jetzt habe ich gesagt, gut, machst du. Ja. Dann kann man nicht. Dann kann man ja nicht. Dann sehe ich in die Akte rein. Ja. Zwei Stunden später. Tyreek, für 19.30 Uhr, wo eigentlich der Termin gewesen wäre, ja? Mhm. Terminverschiebung durch Kunden. Was? Dann hat er für heute 19.30 Uhr einen Termin gemacht oder 20 Uhr. Ich habe gesagt, das kann ich nicht realisieren, weil ich zu der Zeit definitiv in Pause bin. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich verschiebe den, weil ich finde schon, dass wir daran teilnehmen müssen. Also Aki und ich auf jeden Fall. Definitiv. Und wenn Aki nicht kann, brauche ich auf jeden Fall jemanden anderen, der mich da begleitet. Aber es müssen auf jeden Fall zwei sein. Aber am besten wäre halt Aki. Ja. So. Ich habe das angenommen. Dann rede ich mit Tyreek. Also habe ich den angerufen. Wir haben den verschoben auf den Morgen. Dann rede ich mit Tyreek. Und Tyreek sagt, wieso? Das ist doch eh nur ein... Also wenn du das unbedingt machen willst, ist ja kein Problem. Aber das ist doch eh nur ein Aufbau. Und ich so. Hä? Hä? Wie? Wie? Geht es doch nicht Spiele? Wie? Das ist nicht... Wie? Was sagst du denn da? Ich sage, ich habe vor anderthalb... Also vor einer Woche oder so habe ich mit ihm geredet. Und er hat mir gesagt, dass er will irgendwelche Spiele haben. Also meiner Meinung nach, Tyreek und Simon nicht böse, ist das ein Groß-Event. Und nicht nur ein... Ich stelle ein paar Sachen hin und fertig. Ja. Sagt er. Oh, das hat er mir bei einem anderen Telefon anders gesagt. Ich so. Oh. Nee. Ja. Okay. Aber dann schreibt ihr bitte auch auf, was ihr alles für Equipment braucht und so. Ich so. Das werde ich schon machen. Keine Frage. Aber wir müssen erst mal gucken, was wir dir dann bieten können. Vielleicht wird es letzten Endes dann nur ein Equipment-Ding. Ja. Wenn wir sehen, dass es einfach nicht realisierbar ist mit ihren Ideen, die sie haben. Vor allem Dschungelcamp. Ja. Und vor allen Dingen innerhalb von jetzt einer Woche gefühlt. Ja. Also. 30.11. Hallo. Ja, das ist in zwei Wochen. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Aber dennoch. Ich sage, ähm... Tyreek. Hallo. Unsere Abteilung. Ja. Das war ein Scherz natürlich, ne? Ja, ja, ja. Na klar. Wir sind ein Team und so. Aber es gibt... Also da habe ich dazu gesagt, sei mir nicht böse, weil das will ich unbedingt mal annehmen, weil einfach... Das gehört auch zu meinem Aufgabenbereich jetzt als Fachabteilungsleitung, dass ich sowas annehme. Ja. Ganz genau. Und das will ich halt. Ja. Ich sagte, ja, ja, alles gut. Das war aber so lustig. Ach, Mann. Er ist schon ein bisschen... Ich weiß nicht, ich kann ihn auch nicht... ihn und May kann ich nicht einschätzen. Ja, die sind halt so ein bisschen unter... Also so für sich. So ein bisschen. Was nicht schlimm ist. Um Gottes Willen. Nein. Tyreek macht einen super Job. May macht auch einen super Job. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, sie können einen nicht leiden. Das ist nur so, das ist nur oberflächlich, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich kann nur das gesagen. Ich kann nur das gesagen, ja. Ich kann nur das sagen, was mein Eindruck ist. Und mein Eindruck ist halt, dass irgendwie... Keine Ahnung. Ja, naja. Hat dir Aki eigentlich die Willst du meine Trauzeugin sein Karte gezeigt? Nein. Musst du sie mal fragen. Okay, mache ich. Da wirst du dich freuen. Okay. Weil ich habe mir was... Wir sind doch im Escape Room, oder? Ja. Dann kannst du dir vorstellen, wie die Karte ausgesehen hat. Nee. Wenn schon, sie hat lange gebraucht. Ich will dir mal unsere neuen Fotos zeigen. Oh ja. Oh, das ist so schön. Das ist echt... Oh ja. Das seid so ihr. Wenn du die restlichen alle siehst, dann er. Wenn ich überlege, vor einem Jahr war das auf... Anderthalb Jahren war das auf gar keinen Fall so. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir beide sind in dem Jahr einfach nochmal... Ihr seid gereift. Fix. Wir haben gemerkt, dass wir ohne einander einfach nicht können. Er tut dir auch so gut. Das merke ich so richtig an dir. Wie du aufgeblüht bist wieder in letzter Zeit. Er tut mir wahnsinnig gut. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ich kann es nachempfinden. Ich kann es aber... Geiles Bild, muss man ganz... Also, geiles Bild. Also, ganz ehrlich. Welches Bild? Welches, 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 welches? Warte. Zeig es nochmal. Ja, bitte. Ist halt auch sowas von... Oh, heil. Das ist geil, oder? Ja, Michael, wie gut er mir auch tut. Es ist einfach so gruselig. Man sieht es ja auch an, weil du lächelst. So, hier. Ja. Oh mein Gott, ist das schön. Ich will auch sowas haben. Ich habe wieder nichts gesehen, weißt du? Oh, weißt du? Hier. Was hast du gerade gesagt? Oh. Dann macht ihr sowas. Ja, da musst du mal mit drauf. Was ist denn mit dir? Ja, so. Oh, das kenne ich von letzteren... Oh, nein, den ich gar nicht war. Oh, jetzt. Jetzt kommt doch. Jetzt kommt. Wieso habe ich eigentlich deine kaputten Klamottenölen hier rumdümpelt? Das fährst du mir. Was die dir vorhin zugeschickt haben, hätte ich sie wegschmerzen können. Die Bilder sind einfach so cute geworden. Die sind so schön. Ja. Man merkt einfach, Claire blüht so auf. Oh, wartet mal. Ich habe auch eins. Oh, das Schöne ist so schön. Aber mein Lieblingsbild ist und bleibt einfach das. Ich liebe es so sehr. Das ist großartig. Das ist großartig, ja. Apropos, ich habe heute auch ein Bild gemacht. Warte, ich brauche ein Fotoalbum. Äh, wo ist denn, wo ist denn... Ach, die kennen wir doch. Ja. Der allgemeinen Hochzeit ist, die macht ja jemand anders. Hm. Oh, das ist... Oh mein Gott, was ist das für ein süßes Bild da im Hintergrund. Ja. Das ist wirklich süß. Wo war das wohl eher haben? Ja. Ich weiß auch nicht. Also gar keine Ahnung. Okay. Ja. Für dich. Oh, bleck. Kann ich jetzt. Nein, warte. Oh, warte. Da kommt noch mehr. Ach, was denn? Warum hab ich das aber gar nicht verdient? So, heb die Tasche auf. Alles, was da drin ist, gehört dir. Du bist doch verrückt. Ja, nach dir. Das ist süß. Das ist süß. Liebe dich, Schatz. Ich lieb dich auch. So, alles, was in der Tasche ist, alles deins. Du bist doch verrückt. Und jetzt hab ich Pipi im Auge, Mann. Bin ich eigentlich die Einzige, die nicht innerhalb des WBA-Teams einen Partner hat? Oder Partner? Ja. Ja, hast du. Nein, Avery. Avery. Meistet ihr, guck mal, Cory kann auch ganz romantisch sein. Na, zeig mal. Oh. Das ist auch so schön. Hab ich schon gesehen. Ja, das hängt bei uns zu Hause. Stimmt. Wir müssen auch nochmal so eine Fotos machen, Schatz. Ja, ich kann. Ist kurz jemand am PC? Graphics empfehlen. So, und jetzt, was warte ich jetzt mal? Wals ist auch meine Fotografie, das wird raus. Nein, die jetzt nicht. Ich hole immer, ziehe ich das raus. Bitteschön. Okay, warte. Ist gerade keiner in der Firma und am PC ist, glaube ich. Ich brauche mal den vollständigen Namen von Tyreek, weil der ist hier gerade so gut. Du bist ja verrückt. Keine Angst, das kann man nachts wieder abtrainieren. Das hoffe ich auch. Warum liegt der da bewusstlos? Was ist los? So, so. Ist noch unbekannt, aber die Mediziner sind vor Ort, die kümmern sich gerade schon um ihn. Ich gebe euch ein Update, sobald ich was Neues weiß. Einmal deine Tasche zurück. Und deine Tasche ist jetzt voll. Ja. Warte. Das noch dazu. Warte, warte, warte. Wir schmelzen gerade so viele Frauenherzen. Oh, wie, oh, oh, oh. Der kommt zu Hause aus Bett. Oh, ein Flüchtier gekriegt. Ne, guck mal, 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 guck mal. Ich bin das Flüchtier. Lass, guck mal aufs Etikett. Guck mal aufs Etikett. Ja, guck mal, guck mal aufs Etikett von dem Flüchtier. Ich habe unsere beiden Tätys übrigens zusammengesetzt, ne? Ich hatte heute ziemlich wenig Zeit, weil der gute Herr da hinten meinte, er müsste mich ein bisschen hetzen. Und ich habe nochmal eben schnell aus dem Lager rausgeholt, habe das zu Hause eben schnell hingestellt und bin direkt wieder losgeflitzt. Ich weiß, ist nicht schlimm. So, jetzt möchte ich aber mal catern. Ich liebe dich wirklich abgitscht, aber sonst wären wir hier nie fertig. Alles gut. Ich liebe dich, Schatz. Ich dich auch. Ihr könnt doch drinnen bleiben. Es ist ja jetzt nicht so dramatisch. Wie drinnen? Ich bin doch... Ja, im Raum, du. Nein, ich sag's jetzt nicht. Echt, das ist typisch. Im Raum, du. Typisch. Echt. Wo habe ich denn jetzt die Klamotten? Wo habe ich denn die jetzt hingemacht? Warte mal. Das brauche ich. Und das brauche ich. Kate? Ja? Du hast mir das Fotoalbum hingetragen, für die Schnittstelle, die um 18 Uhr stattfindet. Ich habe das nicht fertig. Ich habe es nur so weit hochgeladen. Es müsste nur noch ausgedruckt werden. Okay. Okay, so. Ich stelle mal die Tasche. Ich mache die Tasche hier einfach mal rein. Die sollte ins Bett? Schöne Pause. Oh. Danke. Oh. Und die hört sich so richtig schrecklich an. Ja, die hört sich so richtig schrecklich an. Ja. So, guck mal. Ja. Jetzt bist du nackig. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schwarz. Okay. Das hat mein Schwarz auch. Nein, 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 nein. So eins habe ich nicht. Dreh dich mal um. So eins habe ich nicht. Das stimmt. Meins ist oben rum ein bisschen geschlossener, aber hinten rum ist der Arsch genauso. Also der Rücken genauso gut. Zu sehen. Also ich darfst du es mal fragen, wie dieses Kleid entstanden ist? Das. So eins habe ich. So eins. Kate, Kate. Kate, ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ich habe gesagt, wir beide fahren. Hallo. Ich rufe dich gleich zurück, bin glatt im Gespräch. Wir beide fahren jetzt mal shoppen. Bin mit dir zu Ponsenbeiß gefahren. Und habe zu ihr gesagt, du kaufst dir jetzt bitte genau diese Kleider, wo ich sage, stopp. Ja. Aber mit der Frisur sieht das auch so toll an dir aus. Ohne Scheiß. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich heute Abend anziehen soll. Ich bin ja für das andere. Ist meine persönliche Meinung. Aber ich weiß nicht, was Kate sagt. Ehrlich? Deswegen habe ich eine Frau. Das hier sieht gerade an dir so schön aus. Das steht dir. Dann ziehe ich das an. Guck, ich komme nackig. Kein Problem. Komm, du nackig, ist nicht mein Problem. Und weißt du, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt siehst du ja auf dem Rücken, wenn ich die Haare zu habe, siehst du ja gerade erst die Umrisse von dem Tattoo. Und morgen wird es fertig gestochen. Jetzt stell dir mal die beiden Flügel da drauf vor. Oh mein Gott, das ist alter. Das heißt, wir müssen eine Sommerparty machen. Es ist mega. Ja, na klar. Es ist also nicht dein Problem. Ich stelle mich ja nur daneben dich. Du, ich werde nicht rot. Ich muss, ist egal. Ist das ein bisschen unangenehm, wenn dein Typ neben dir nackig steht? Kann ich den nebenbei anfassen. Aber den nackigen Mann, den kann ich nicht kennen. Den haben wir nie gesehen. Weißt du, wenn du neben mir stehst, das ist ganz einfach. Wenn du neben mir stehst, nackig, dann kann ich dich direkt anbieten. Da können die Frauen dich auch berühren und können gucken. Ja. Irgendwie ist dein Preis. Ja, genau. Was, letzte Preis? Darf ich es ja erst mal verkaufen, mein kleiner Freund. Das macht sie nicht. Nein, das mache ich ja nicht. Ah, Zimtschnecken. Ah, ich liebe sie. Sieht aus. Aber ihr beiden seid schon ein paar Chaoten. Da kommt ihr mit einem Kuscheltier um die Ecke. Richtig, ihr seid schon so sweet, ihr beiden. Ja, noch ein Kuscheltier. Wir haben ja schon jeder einen. Ja, das ist doch nicht schlimm. Ja. Die mussten wir, die haben wir beide jeweils schon voneinander vom Bettfett, äh, wieder verbannt. Also eigentlich ist ja der Hintergedanke, wenn du in den Urlaub fliegst, dass du was mitnehmen kannst. Ja, den nehme ich mit. Den nehme ich auf alle Fälle mit. Und die Rosen stelle ich nachher zu Hause auf den Tisch. Ich nehme ja auch einen mit und sprühe ihn. Und ich übergieße ihn mit deinem Parfum, Schatz. Okay. Das mache ich mit dem Teddy. Das ist ja, ich liebe ja auch, ich liebe ja dein Shampoo, dein Orangenschampoo. Ich frage mich immer noch, ich frage mich immer noch, welches sie nimmt, ne? Also ganz ehrlich. Ja. Gerad weiter. Na, magst du bitte einfach mal sagen? Ja. Kannst du einfach ins Bad gehen und dir das rausnehmen? Und mal eine Nase nehmen? Im Übrigen bin ich jetzt die Böse, ja? Warum? Ich habe Rose Corey ausgespannt. Ja. Und ich habe mich ja jetzt laut, also wenn es Rose nachricht interpretieren würde, das habe ich mich ja jetzt ins gemachte Nest gesetzt, weil sie hat die Wohnung eingereicht. Oha. Mhm. Ich schreibe jetzt auch nicht mehr, ist mir zu doof. Ja. Das ist ja, 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 ja. Da kommt einer wirklich überhaupt nicht mit der Trennung klar. Also, hier war das wohl schon klar, seitdem ich hier eingestellt war. Mir war es nicht klar, warum wir abgesehen. Mhm. Und, äh, ja. Das hat sie jetzt gemacht. Aber weißt du, ich lasse mich davon, nee, muss ich nicht haben, will ich nicht. Ah, sympathisch, würde ich mal sagen. Oh Mann. Naja, jetzt, jetzt ganz, ganz ehrlich. Was, was, was soll denn, was soll denn der Mist? Ja, echt. Das macht doch null Sinn. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Genau. So, und das ist das, was ich halt nicht, was ich hatte, ich habe mich in dieser Beziehung nicht eingemischt. Hast du nicht? Wegesang, wenn die beiden miteinander gesprochen haben, weil man sich einfach nicht, sie macht mir aber, ja, sowieso, sie macht mir aber zum Vorwurf, dass ich mit Corey sehr viel Zeit verbracht habe. Auf Arbeit, Kate. Auf Arbeit. Auf Arbeit. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wie das gemeint war. Ausbildung, ne? Ausbildung ist technisch, ne? Ja, 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 ja. Also. Also, ich, ich möchte mich ehrlich gesagt da nicht wirklich groß dazu äußern, weil es eine Sache bei euch ist. Nee, aber Kate, aber Kate, aber Kate, aber Kate, mal ganz kurz, also Kate, wenn ich dich jetzt ausbilde, ja, und wir verbringen unsere Zeit mit, wir verbringen aufgrund der Ausbildung viel Zeit miteinander, dann will ich auch gleich automatisch was von dir. So ist die Wortwahl. Ja. Okay, ich gucke gerade nicht zu dir, Schatz, oder so. Verratebeispiel. Ja, wollte ich gerade sagen. Für mich ist das Thema jetzt erledigt. Ich werde, wenn irgendwas ist, sie wird, ich denke mal, anschreiben oder auch nicht anschreiben, ist mir völlig egal. Ja. Ähm, nee, Thema brauche ich nicht, danke. Passt du nicht. Ganz kurze Info in den Funk, passt bitte auf, hier am Flughafen unten ist gerade ein Fahrzeug mit einem Maschinengewehr oben drauf rumgefahren. Keine Ahnung, die informieren gerade das PD, passt bitte auf euch auf. Ja, Flughafen ist weit weg, interessiert mich nicht. Kann da, kann da nicht mehr auf ihr schieben. Hast du, hast du das bei Lisse gelesen, dass die hier einen Folterkeller gefunden haben? Ja, das habe ich heute früh gelesen. Da hat der, der konnte so oft geschrieben irgendwie. Boah. Ich, also jetzt mal ernsthaft, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, so oft, wie der geschrieben hat, ne, also konnte es mir sowieso so ein Unsympath hoch 10. Ja, was ist denn, wenn der Recht hat? Wenn der Recht hat, ja, dann ist es natürlich auch Mist. Aber ich finde allgemein, dass der ein sehr, sehr, sehr unsympathischem Typ ist. Ohne Frage. Weil ich mir das, stelle ich mir mal vor, da wären irgendwelche Leute, das ist natürlich heftig. Stell dir mal vor, was du irgendwie von der Straße gefangen hast, findest du in so einem Keller wie noch. Ja, ja. Das ist dann schon schrecklich. Ja, 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 richtig. Was ist das FIB eigentlich? Ja, das ist, äh, Federal Investigation Bureau, also irgendwie, dass noch über dem PD oder sowas steht. Irgendwas, ja, keine Ahnung. Decken halt sehr, sehr krasse Fälle auf, irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, aber wenn die sowas haben, das ist ja schon massiv. Das IAA wurde ja geschlossen, ne? Was ist das? Äh, keine Ahnung. Noch eine Institution, die üb- und fb- steht. Ja, genau. Und die haben irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sehr viel Scheiß am, äh, am Stecken gehabt. Da kann man es vergrüßen, ein, ein, ein Beitrag zu, auf Rüssel, äh, auf Weasel, aber Weasel ist sowieso so ein Drecksblatt manchmal. Dann ist das, ist das so eine Art Ermittlungsbehörde oder wie? Ja, genau. Ja, wenn die sowas dann haben, wenn die dann so einen Folterkeller haben, na dann, Halleluja, also. Na, gute Nacht, ja, ja. Dann können die ja praktisch jeden einpacken und irgendwas erfahren. Ich meine sogar, äh, bevor ich hier eingereist war, hatte ich hier ganz ersten Nachrichten gelesen, da gab es ja schon sowieso so einen Korruptionsfall zwischen PD, FIB und was weiß ich. Okay, schon. Also wenn du mal, wenn du mal matt-schwarze Schäfter siehst, die oben drin eine Leitbar haben, auf aufs biegel das frb unter anderem die fahren aber mit mattschwarzen jugulas rum die haben alle autos die wir auch fahren dann fühlt sich doch nicht mehr sicher und jetzt kommt so eine nachricht dass irgendwie autos mit maschinengewehren um auf dem dachdusche gegen fahren ja 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 das ist ja wie eine kriegserklärung ja kann man nicht so sagen naja läuft ja ach scheiße ich musste das foto gerade noch mal löschen schatz die auflösung habe ich gerade gemerkt die war doch ein bisschen mist muss es noch mal ein bisschen überarbeiten mann du es ist so schönes bild gewesen ich ändere es gleich um mal gucken nicht dass vorne einer ist und einer hallo brüllt da hallo 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 wie können wir helfen alles klar hast du die hast du es fertig vorbereitet ist alles ich habe es jetzt noch mal neu gepostet jetzt ist die auflösung bisschen besser also das ist das stelle ich mir sehr sehr schwer was denn naja wenn das jetzt ist und der konnte da so was schreibt dann ist doch das wie eine kriegserklärung und soweit keine straße gar nicht mehr sicher das ist richtig juhu ich freue mich schon gar nicht drauf ja ich mich auch nicht vor allen dingen wie wird sie sich selbst verteidigen das geht ja gar nicht ach gar nicht das geht doch also bekommen sie mit 45 mann du bist alleine hast du keine chance da können sie bei mir nicht geklaut und das ist wahr so wirklich und essen super bei mir auch nicht das einzige was ich zu hause lagere essen der rest ist sicher der rest ist sicher in einem kleinen tresor verstaut ja sehe ich sehe ich genauso ich habe auch nichts zu hause also wirklich wirklich gar nichts zu hause weil hier kann man schon am uns abholen vielleicht also von wo abholen du ich bin am samstag mit dir ja lass mich drüber reden also wenn es essen und trinken vergessen hast krisse popo klatsch aber wir haben ja was lustig für dich das vergesse ich nicht das vergesse ich nicht ja lass mich drüber reden ok ok ist ihm glaube ich auch ein bisschen peinlich wir haben heute michael entführt haben wir haben ihn auf weil wir ihn nach kajo gelotst hat damit er mal hier rauskommt und mal für die sonne genießt ja glaub mir muss man wenn du hier rein wenn du heute morgen schon hier rein kommst mit du hast kochst eigentlich vor gut dann ziehst du dich raus das ist richtig darum bin ich jetzt auch froh dass wir den escape room verschieben und heute abend dann nur noch party im deluxe machen können seh ich auch so seh ich genau so ich werd vorher noch mal nach hause fahren duschen und dann schick machen denn koi in den anzug zwängen ach zieht doch bestimmt noch freiwillig einen an der zieht freiwillig einen auch ihr müsst ihr mal in einem weißen anzug sehen das ist hat er mir erzählt er hat mir erzählt dass er sich dir so präsentiert hat ja also es ist ich wollte ich wollte ich den abend noch anrufen und fragen wie teuer eine hochzeit ist du wolltest ihn direkt von von altar zerren oder direkt also das ist also auch gestern halt mit dem anzug also wenn es danach geht 25 mit namensänderung 75 was ja ja wie gut dass er black heißen wird wir haben schon gesagt wir machen eine doppel hochzeit ja und die beiden männer wollen dann ihre hochzeitsnacht gemeinsam miteinander verbringen umso gestern schul ist hat die ach so ja ist okay ach warte mal vorne steht einer äh ja ich wollte eben kurz die offene rechnung begleichen ach ja von independent nightlife ja genau äh genau moment äh das waren 300 moment ich muss nochmal richtig nachgucken den moment ja mach einfach 400 dollar passt schon äh okay ja es waren 355 okay dann gebe ich ihnen mal hier das kartenlesegerät und dann kann ich auch gleich einmal das hier von den rechnungen löschen perfekt jo alles klar perfekt ähm kommt das dann doch nochmal vor dass ihr bei uns verflügt oder seid ihr euch nicht sicher? ich hab keine ahnung ich weiß nicht ob ich hier im land bleib aber ja oh mal gucken okay mal schauen äh sagt bescheid vielleicht haben wir auch irgendwie einen zahlendreher bei uns drinne in den akten ähm dass man da vielleicht nochmal dran dann drauf hinweist äh okay ja es ist eine e mail adresse gibt es ja noch nicht die wurde irgendwie vor drei wochen beantragt aber die kam bis heute noch nicht oh okay naja 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 dann äh schönen Abend noch ja ebenso auch so bis dann tschu 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 na gut dann kann ich die Sache jetzt auch löschen äh was independent wildlife ach war das der Kalito hat? äh ja genau der wollte sowieso vorbeikommen und die Rechnung bezahlen ich weiß jetzt nicht jetzt jetzt hat er gesagt 400 na dann gut mache ich 400 draus ist mir wurscht äh äh person in independent nightlife da ist sie so dann einmal den Tag entfernen kriegen die noch ein Koordinaten bezahlt äh ich habt ihr da irgendwo Koordinaten gesehen? ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher ja warte ich guck nochmal nach ja das ist am 17. ist bezahlt ja heute da die Schnitzeljagd ne ist nicht drinne ok dann ist es nur mit Rätseln und ja ok ja okay ja perfekt dann haben wir es ja ist die die Sache ist auch endlich erledigt wir müssen nochmal ganz kurz nach die Pipi Box ich bin gleich wieder vor ich ist da ist gut kann man jetzt immer ganz kurz für die Zeit jemand die Eventleitstelle übernehmen muss muss oder muss achso für die Schnitzeljagd wegen der Schnitzeljagd ja ich hab schon 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 äh aber die ist doch schon weg die Claire oder? ja aber sie hat vergessen Bescheid zu sagen achso ja du wie heißt die ist krank alles gut ja na klar also da kann ich es irgendwie verstehen dass man dann ein bisschen durch den Wind ist ja so oh Gott will ich niemals verlieren ich dich auch nicht du bist in dieser kurzen Zeit ein viel zu wichtiger Mensch in meinem Leben geworden ja du auch warum warst du da wurde ich schon viel ruhiger ja siehste gut ich bin noch kurz hochgefahren aber das war nur kurz ja du ich werd das nicht immer schaffen nicht immer ja ich weiß aber das diese diese Situation so wie vorhin die kommen wirklich nur sehr sehr selten vor also ich hab grad schon zum Cory gesagt ich muss wir müssen uns dann mal drüber unterhalten dass du dir eine andere Farbe äh Haarfarbe zu legst warum weil als du nämlich gerade äh sauer warst äh hat dein Gesicht die Farbe deiner Haare angenommen und aus den Augen kam Feuer ja du sahst aus wie der Leibhaftige ja ich war halt auch stinksauer das hat halt das hat halt äh Tyreek das ist halt mitunter ein Fluch von Rothaarigen das wir feurig sein können ich bin nochmal froh zu dem Herrn mit dem Hut der hat noch ein zwei Fragen ich weiß das ist irgendwie der der hier äh sich auskennt wie wo was jetzt schon der hatte gerade noch ein paar Fragen ob wir noch irgendwas wissen wollen der ist der der sich um alles gew- ja aber weißt du besser besser so dass man es wie hast du halt nach außen bringt als wenn man sich äh es in ein frisst ja ich weiß ich weiß alles gut komm ich hab noch ne ich hab noch einen zweiten Namen den kann ich auch noch um dich legen du oh ja bitte mach mal mach mal mach mal und dann lass Cory reinkommen oh ja da wird nichts passieren aber ne der kommt dann an wie hast du und schmeißt dich auch noch dazu ja das haben wir mal gucken wo schon ja richtig so ein Tag Team so ein Tag Team Match wie beim Wrestling sozusagen aha du meinst bei der WWE? ja ja so mit abklatschen und so ja mo mo wir stellen wir in der einen Seite und wir in die anderen und rein rein wir auf jetzt wow ja das lohnt sich lohnt sich aber nicht irgendeiner wäre es dann heute schon in den ersten rum und da ist nichts mit abklatschen ja ja Trenchcoat aber ganz ehrlich ganz ehrlich wir müssen das unserem Chef wir müssen das Aki und Haro erzählen das funktioniert nicht das ist das ist so Aki und Haro also ich hab Aki jetzt schon drüben gesehen aber Cory hat schon Cory hat schon gesagt wenn er wieder da ist dann quatschen wir mit den beiden also ich bin noch nie so geplatzt das tut mir wirklich wahnsinnig leid das muss dir nicht leid tun aber lieber so als wenn du es in dich rein staust und dann platzt du richtig ja das funktioniert auch nicht ja genau genau ich weiß aber das ist halt nicht so meine Art und ihr sollt es halt nicht abbekommen ja es hat sich aber auch in der letzten Zeit hochgeschaufelt schon wieder ja aber was meinst du warum Cory mich rausgezogen hat heute morgen also weil sie gesagt hat wir fahren jetzt wir stempeln jetzt aus wir gehen jetzt in Pause wir machen jetzt was anderes ich wollte einfach nur ein guter Kollege sein und schon ein bisschen unterstützen so wie wir es ja gesagt haben eine Mule vorpacken und dann kommt sowas wer hat doch in die Höhe nochmal du kannst du kannst such dir eine aus die Eventleitstelle die Schnitzeljagd ist am laufen check ja die Eventleitstelle hab ich jetzt gerade weil Cory auch pipipötchen ist ja für jetzt hat mir Aki die Leitstelle abgenommen also wenn wenn du die haben möchtest nö 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 das arbeitsklima hier oben so geil und es muss nicht zerstört werden ja richtig einfach nur mal die ankündigungen vernünftig lesen ich habe das nicht in den ich habe in den akten reingelesen ich war ein bisschen verwirrt warum in bei der alia akte drin statt blaue mule und da war nichts drin die blaue mule wurde ja heute morgen ausgemacht und dann haben wir reingeschaut oder ist noch was drin und da wir das nicht wissen ich habe auch in die akte nicht reingeschaut hat er das ausgeräumt weil wir haben ja die andere mule gepackt für unten für 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 mikey ja genau so und dann sind wir hochgekommen und dann gucke ich rein hat die blaue mule leer gemacht und hat das für die devil lounge gemacht obwohl wir da immer noch nicht wissen ob wir das ausbauen dürfen oder nicht oder genau oder wie oder was dann habe ich gesagt was auf denn lasst uns kollegen sein zu kori kommt wir packen alis eilrad packen wir fertig dann freuen die sich auch heute abend die das aufbauen müssen ja genau das war halt mein denken das wurde einfach wieder mal sabotiert weil wir hatten das ja besprochen das haben wir alle im kreis da haben und das habe ich ja gefragt ob das ist wenn wir das so machen und ich hatte halt heute noch ein bisschen zeit nur die e mail war da von alis eilrad habe alles eingetragen und dann denke ich gut dann packst du noch die mode fertig dann können die gleich los ja ja bin ich auch finde ich finde ich genauso finde ich das auch naja deshalb mit dieser debbel und dass das heute morgen war ja ich habe fast bin fast platzt ich hatte nur also ich wollte nicht dieses debbel lounge weil halt das noch nicht mit dem pd geklärt war und ihr solltet ja halt auch noch eine mode haben so dachte ich für den aufbau beim deluxe ja das haben wir ja auch gemacht wir und wir haben ganz praktisch dass wir eine mode genommen habe ich dachte das passt alles in dubster rein vergisst es passt nicht rein die akte ist auch an sich schon angepasst ist muss bloß noch jemand mikey die rechnung schicken ach so ich wollte dir das ja zeigen über das aufgebaut habe ich mir das vorstelle lass mich oder lass uns überraschen lass mich bitte überraschen ihr seht es ja ja jetzt mach ich einfach überraschen richtig dann ist die überraschung schon dahin ich hab noch ich hab noch genau im auge wie damals das pearls aussah und ich will jetzt einfach diesen vorher nachher also ich weiß nicht mehr haben außer dass keine ahnung es war alles in ja so silberblau gehalten ne warte mal ist das noch in der hochzeit im kochzeitskatalog drin das pearls oder es ist rausgenommen worden ich weiß es nicht bitte ich guck mal müsste ein katalog da sein also in den klassischen hochzeiten hatte ich das damals eingetragen oder ist das gibt gibt es davon noch die die akte also bei den hochzeiten hat einmal location jacht observatorium kumarsch hier und die ok ja genau das war meine wie heißt die ist noch mal die akte die heißt akte heiß war oder die nach oder die nummer 10 50 10 50 meine man so alt ist die noch es sieht es sieht ja doch 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 es sieht anders aus also jetzt was ich jetzt gesehen habe ja ja genau das ist ein pacific bluffs du kannst auf dem fucking park sitz also nein das ist nur der groß ist es nur wegen der größe des parkplatzes habe ich das mitfotografiert weingut la deutsche vita ach das ist ja noch das genau das war damals la deutsche vita macht hier ist die mirror park kapelle das ist mir alles zu viel deko es ist halt unglaublich kitschig da drin ja das ist aber mehr als als kitschig das ist das ist mir zu viel deko ja aber mancher steht halt drauf ne ich weiß nicht warum man ich weiß nicht warum man plastobst im schlafzimmer hinstellen muss ich habe keine ahnung ist das hier ich bin dafür damals so viel herumgefahren um diese ganzen fotos zu machen das glaube ich hat mich echt so viel zeit gekostet aber ich habe es so gerne gemacht aber das kann ich eigentlich gut verwenden was dann die bilder die du gemacht hast die wenn wir den aufwerten indem wir die einfach das ist ja hochzeitslocation kumasch stumasch ja der ampere das sieht ja geil aus ja und die das dekorieren praktisch gesehen oh ja wenn du da natürlich auch wenn du da sind so zwischen den bänken immer so ein paar colors hinstellst und eine und eine boden led alter ja das ist schön dass wir beide da gleich denken das ist oh ja wo die jacht ist ja auch sehr sehr schön ja würde ich nicht heiraten wollen aber schön zu schön hochzeitslocation montgoro das sind die heißen quellen also wer da heiratet ist lebensbüde weil da kommst du niemals heil hoch und runter und wir sind damit wir haben der dubster wir haben der dubster shuttle gemacht damals hat schon jemand da geheiratet wasser fahrer retten canyon wo willst du da heilen naja direkt auf diesem da ist das so ein kleiner vorsprung wenn so eine ganz kleine hochzeitsgesellschaft ist warum nicht wenn einer von uns hier heiratet ja von uns ja das ist keine kleine hochzeitsgesellschaft nein definitiv nicht also aber ich glaube ich würde die bibliothek nehmen ich finde das können die können wir dann auch nicht mehr nehmen da ist doch jetzt das ERC drin dann muss ich das rausnehmen also vielleicht kann man darüber reden aber ich glaube das können wir nicht mehr nutzen meint hier ich würde meint hier ich würde den in die kirche reinkriegen ich muss jetzt aber auch noch mal auf klo okay okay bis gleich bis gleich warte mal ich kann noch ein aber gar nicht mit ihrer scheiße gewinnt aber jetzt geht es mir wieder besser das glaube ich aber die location sind es ja wirklich schön vielleicht sollten wir uns wirklich mal das machen ich denke mal wenn ich aus dem urlaub bin dass ich mich mal dass ich mal die beiden jungs schnappe und die mal wirklich mal so dekoriere dass wir dann wirklich mal so ein album erstellen so richtig du meinst mit so schon dekorierten fotos meinst du das wäre auch schön muss ich mir wirklich mal die jungs schnappen die müssen schuften weil ich mutter bitte ach komm weil sie ist genau dass ich das mache ja du setzt du setzt sich dann in der mitte auf dem stühl sagt los macht das stimmt ich habe letztes mal die orthese drum gehabt wie sehr wollen sie haro heute anpissen ich will ihn nicht anpissen es tut mir leid nur dass er das immer wieder abkriegt mir tut er haro und aki immer so verdammt leid ist ja auch nicht schön nein ist es nicht weil immer wieder das gleiche die bewerberin von gestern ist auch nicht aufgetaucht das macht auch schon einen sympathischen eindruck ja da kannst du ja nix machen also spätestens wenn man nicht kommt ich kann wenigstens absagen sagen ist was dazwischen vor allem kann ich den termin verschieben oder so ja vor allem die wurde ja erst vorgestern der termin vereinbart für gestern also ich denke mal man kann sich doch wohl 24 stunden einen termin merken oder sollte man meinen ja sollte man meinen ja das ist richtig ich darf dann ja gleich in knappen dreiviertel stunde auch schon wieder los zum airfield die ganzen emperors dahin herumschubsen die ganzen was ach so lief die autos ja für den monster will doch nicht alleine rumhocken ich komme mit ok wann ist das 19 uhr wir treffen uns direkt am airfield also ich habe schon gegen gecheckt die beiden haben eine akte und alles in ordnung können wir dann also ich komme mit ich gehe dann gehe ich gleich in pause für eine halbe stunde bin ich dreiviertel wieder da willst du dann wenn ich sage dreiviertel ja ich verstehe das okay 45 ja ich verstehe dich willst du dann die monster truck vermietung dann einmal selber machen also so mit dem erklären und so ist es ja die fahren ja nicht großartig viel rum ich kann ich kann es versuchen ja wenn sie irgendwas kaputt machen müssen sie selber zahlen nein das jetzt nicht aber kannst du mir nachher dann noch ein bisschen erzählen wie wir das dann im grunde machen wenn wir zum windpark fahren das ganze und dann kannst dann hast du das ganze auch schon abgehakt ich habe das schon abgehakt das ist bei dir doch gar nicht abgehakt also das ist bei dir noch nicht abgehakt worden ich war doch nicht ich war damit ich im windpark ja warum sagt er warum erzählt er mir das nicht das habe ich aber gesagt dass er das also ich glaube ich glaube meine ich glaube meine wurden daraus aus der akte ja du lässt deine pfoten daraus das will ich auch nicht dann sei mir nicht böse aber würde ich es gerne von dir noch mal hören wollen ja klar nein dann machen war natürlich perfekt weil wenn es nicht abgehakt ist ich weiß halt nicht ne und igi ja das ist absolut kein problem okay muss mir nur ein bisschen also das ganze du erklärst du nur dass ein bisschen aufpassen sollen haben wir das irgendwo stehen noch mal diese einweisen ja und hast du unter vermietungen und dann ist dies und dann ist es die mittlere monster das ist das ist das kleinste ja ja das ist das ist einfach da brauchst du dir kein kopf machen das ist das bete ich dir unter aber ich mache es auf meine weise dass ich bin mit eigenen worten finde ich das viel besser okay weil dann merke ich nämlich dass du es verstanden hast ja das ist mir wichtig ja das ist für mich auch wichtig wie gesagt es ist halt nur auf der nebenstrecke das ist jetzt mit meinen eigenen worten mache weil so stupide ich sag mal so aus dem kopf irgendwie absagen kann ich nicht eben macht es bitte mit deinen eigenen worten und dann bin ich vollkommen zufrieden dann bekommst du den haken und dann ist doch alles in ordnung ja ja sehr gut machen wir so sehr schön das ist ja so leute dann bin ich erstmal in pause und dann bin ich gleich wieder da kann auch kürzer sein das ist gleich mein schatz dann es ist meine pause es ist meine pause es ist meine pause es ist meine pause ach ja wisst ihr wonach mir gerade ist wonach deine rostet fahren und die aus dem maul zu hauen muss nicht lass es doch einfach sein mein gott ich weiß nicht ne lass sie doch jetzt einfach links liegen reike sie hat gerade sie hat mich gerade komplett an diese ganze scheiße mit einer valeria erinnert mit dieser scheiße was sie gerade abziehen ja aber das ist genau das was sie gerade machen will sie will versuchen auf sich aufmerksam zu machen du musst drüber stehen und es einfach ignorieren das ist das das ist das schlimmste was du halt für ihr an gerade antun kannst ich dachte hat er dir gerade auf dem hintern gehauen schatz nein mir selber bei mir du weißt ganz genau bei mir hört sich das anders an das ist das ist eine strategie von ihr da darfst du einfach nicht drauf eingehen es ist schwer oder 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 das ist gerade diese kombi aus ich und ihr das ist das ist das problem ich weiß oder wir und oder ich gehe von haru die erlaubnis dass ich jemand meinstampfen kann ich glaube ich werde ich nicht liegen wahrscheinlich nicht und mit schon wieder so so haru leid ich habe vorgestern er tut mir wirklich mega leid ich habe erst vorgestern ein gespräch gehabt mit avery und haru und habe auch igi mit dabei erwähnt mit der situation zwischen mit dir mir und ihm und vorhin hatte er schon wieder irgendwie ein mimimi droppen wollen aber er hat wieder er hat gesagt ja dann ich ne ich sag jetzt lieber nichts weiter dazu war schon wieder so da wollte ich jetzt kann ich mir denken da wollte er bestimmt wieder auf heute vormittag hinaus wir waren heute vormittag ja wir sind also mein schatz und ich sind in die ins gekommen das was wir vorhin schon gesagt haben mich hat halt einfach vorhin nur so unglaublich getriggert dass er voll idiot gesagt hat das hatte mich hart getriggert zu dir ja nein also er hat es eher allgemein gesagt aber da ich weiß dass ich die blaue muhle ja bestückt hatte mit den sachen für alis allrad wusste ich ja dass es dann ja sozusagen auf mich gemünzt war dann habe ich auch bissig wie ich dann in dem moment grad war hab ich dann auch gesagt ja dann war ich ja wohl der voll idiot und dann kam ein Entschuldigung tut mir leid ja toll ganz ehrlich Ikki ist an den Punkt angekommen wo es mit Entschuldigung tut mir leid nicht mehr getan ist kam grad ne blaue mole hat einer von euch Zeit mir noch beim aufbau bei alis allrad zu helfen weil sonst schafft er das heute nicht mehr da muss noch alles gemacht werden äh da müssen noch sofis runter da müssen noch ähm noch ein paar extra kühlschränke mit runter noch mehr sofas was wollen die denn noch alles ja gute frage paar stehlampen alter die haben 20 sie haben 20 tripods lampen 15 sofas gewollt ist nicht mal irgendwann genug ja was soll ich dir sagen ich sag dir nur das was Tariq zu mir gesagt hat deswegen frage ich hat einer von euch Zeit beziehungsweise die Kapazitäten mir da kurz zu helfen ja ich muss ich guck mal was da unten steht es ist schon arsch viel es ist schon scheiße viel ist es gebe ich dir recht also wir haben auch ein Teil wieder mit hochgebracht ja die Eventleistung war überhaupt nicht besetzt äh ich hatte die doch vor ich hab die doch von ich hab die doch wie hast du von der Dings genommen vorhin ich ja äh keine Ahnung dann hat er sie Haarru zwischenzeitlich okay dann hat er sie wahrscheinlich wieder abgelegt oh man oh oh ich glaub ein ein Federn und der Shepard ja eine also ich möchte heute nicht mit mit Iggy zusammenarbeiten definitiv nicht weil ansonsten platze ich noch wirklich ich auch nicht Iggy äh ja Entschuldige vor allem frage ich mich jetzt was ist jetzt mit morgen ist das Zoom in wann will er mich da jetzt auch mal langsam briefen ja wenn er mich da morgen einfach reinschmeißt ja super dann äh kann das zwar ja was super werden wollten eigentlich schon vor vorgestern das ganze klären es wird zum Thema werden äh kaltes Wasserland schwimmen ja im Grunde weiß ich es wie er es meint aber ich hätte trotzdem gerne nochmal was kannst du dich tun ach Curry du bist grad ja wer ist denn da dran Junge ich bin's aber schön boah boah wo war'n das dann keine Ahnung 932 halt gleich so 932 Drei. Ein BD sein. Weiß ich nicht. Neun? Drei? Nee, hab ich nicht. Bei der Neun hört's schon auf. Ein Iggy kann sich grad so glücklich schätzen, dass eine Esch an meiner Seite ist. Und eine Esch ganz genau merkt, wann ich auf hochfahre. Daher liegen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe mich betrüsten. Also ich bin mit mir selber zusammen, so ungefähr. Ich? Mal gucken, ob du nochmal jemand bei Alice Allrad erreichst, dass die die Gutscheine hier oben abholen können. Alice Allrad Gutschein abholen. Mhm. Und, äh, Konnichiwa Kate. Hi Haro. Oh Gott, was ist los? Es ist einfach zu viel. Ich bin schon wieder geplatzt. Okay, wir quatschen sofort, ja? Ja. Hallo. Kriegst du von Whitewater Adventures? Ihr könnt gerne mal eure Gutscheine bei uns abholen. Okay, mach das. Okay. Okay. Was ist da? Bitte. Äh. 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 Entweder er ruft den Mann oder er gibt es weiter. Keine Ahnung. Das war gerade die Aussage. Okay. Okay, äh. Ich würde dann mal kurz mit Kate quatschen und danach quatsch ich mit dir. Ich geb dir mal so lange die Gutscheine, falls die kommen, ja? Es geht um das nächste Thema, Haro. Es geht einfach um das gleiche Thema. Ah, okay. Na gut, dann. Das sind wir. Ah, gut. Hallo Freunde. Ach, der hat mich angehoben. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Kann man helfen? Ja. In der Tat. Also, ich hoffe es. Ähm. Also, eigentlich mag ich dich, Carrie, ne? Aber wir sind wegen was nicht so schön hier. Ja. Ach. Was ist denn? Whiteboard hat Blitze offen. Was denn? Oh Gott. 2525. Ach so. Super. Ja. Magst du dich eins schon antektieren lassen? Ja. Sekunde. Ich mache den Zettel fertig. Das wäre super. Das wäre super. Wir brauchen auch die... Mit Kennzellen und Fahrzeugen, ne? Die kriegt ihr ja auch im Endeffekt. Die kriegt ihr ja auch im Endeffekt. Genau. Wir kriegen halt, äh, Kennzeichen, Uhrzeit und wie schnell. Dann darfst du mir einmal die Rechnung ausstellen. Hm. Okay. Wie viel war es? 2525. Genau. 2525. Ja. Bitte seid euch sicher. 2525. Jetzt habe ich. Okay. 2525. So. Bitteschön. Super. Dann sage ich jetzt schon mal. Okay. Dann kannst du mir einen Gutschein auch wiedergeben. Weil wenn wir jetzt beide haben, dann macht das keinen Sinn. Aber egal. Eigentlich müsste ich noch dazu. Aber die hat das auch bekommen, aber die ist gerade in Brause. Genau. Ja, ich muss dich jetzt erstmal aufhören. Ich muss mich um zweitlingende Sachen kümmern, deswegen. Also, ich habe. Alles gut. Ich habe einen Kollegen komplett mit dem Zettel. Okay. Genau. Hey, Cory, wie geht es hier? Super. Und dir? So, wem darf ich den Zettel geben? Ein Trend zu mir geben, bitte. Auch, auch. Ein bisschen große Schrift, aber ist alles wichtige dabei. Ja, perfekt. Super. Mach die Liebe. Die Lieb, ne? Nicht vorhanden sein. Guti. Dann werde ich die mal bestreichen. Schönen Abend noch. Ja, ebenso. Ne? Schönen Abend. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch, ja? Ähm, ey. Schönen Abend noch mal ganz kurz. Nur mal ganz kurz was angerissen. Ähm. Ich habe ihr hier vorhin im Funk Herr Stacklay genannt. Hi. Und wollte ich ihn eigentlich heranzitieren, weil du vorhin nicht da warst. Und er hätte gesagt, hätte ich gerade richtig Lust, ihm die Boden entstampfen. Ja, vielleicht sollten wir Aki auch das zuholen. Ja. Aki, wenn du da fertig bist, komm mal bitte nach vorne. Weil heute... Ja, ich habe zwei Sachen zu tun. Erstens, die Dame von der Devils Lounge hat angerufen, ihr könnt euch für den Aufbau auf den Weg machen. Claire hatte schon versucht, die zu erreichen heute. Ich überhaupt. Und, äh, kommt gleich ein Typ vom Naschwerk, der mal gucken will, wie die Ständer dann noch aussehen für das Equipment, äh, für das Event, was auch irgendwann nächste Woche ist. Das ist, äh, ja. Da sind ja zwei, ja, einfacher so. Ja, genau. Ja, dann lass uns aber trotzdem, äh, komm mal trotzdem erstmal nach vorne, dann quatschen wir. Bin doch schon hier. Hallo. Hi Haki. Was ist los? Kate willst du, soll ich? Äh. Also zwei unterschiedliche Themengebiete, aber um dieselben Menschen. Ja. Ja. Okay. Ich würde trotzdem gerne, irgendwen, ist noch irgendwer da, der zu dem Aufbau fahren kann? Weil die Kundin fährt jetzt runter. Ne. Was macht Michael? Und ich bin in einer halben Stunde, äh, der ist, der ist mit EG aufbauen, Ali ist Allrad. Und ich bin in einer halben Stunde beim Monster Truck vermieten. Lass uns kurz quatschen, dann mach ich das von mir aus alleine, ist mir scheißegal, äh. Ähm. Ja, lass uns doch erst quatschen. Muss ich jetzt mal kurze Minuten warten, meine Güte. Ja. Okay, ähm. Gehst du an, Falk oder ich? Mir ist egal. Ne, fang du an, weil du musst ja eh dann gleich los. Ich hab ja noch ein bisschen Luft. Mhm. Haru, guck auf meine... Ich hab mir eine Nachricht geschrieben heute Morgen. Ja, hab ich gesehen. Ähm. Konnte ich jetzt nur noch nicht so ganz einordnen. Also, wir sind heute Morgen in die Dienste gekommen, weil Ash und ich wollten ja Deluxe aufbauen. Ne? Da kam ein Icky zu uns. Ähm. Ob er doch, ob wir doch bitte den Aufbau von der Devils Launch übernehmen. Ähm. Daraufhin hat halt alles versucht, die Dame zu erreichen. Äh. Waren sie erreichbar. Dann hab ich schon mal angefangen, das soweit zu gucken und das fürs Deluxe einzupacken. Ähm. In der Zeit war wohl Icky bei Ash und hat irgendwie gesagt, das wäre wohl komplett die falsche Akte und auch irgendwelche Sachen, die nicht so stimmen. Aber was, was war nicht die richtige Akte? Also... Ja, irgendwas mit Devils Launch. Okay. Okay. Dann hat Ash noch herausgefunden, dass da drinnen stand, Aufbau erst nachdem das PD das okay gegeben hat. Das heißt, diesen Ort freigegeben hat oder das genehmigt wird. Ja. Richtig. Steht auch so drin. Ja. Hab ich gerade gefragt. Die meinte, er ist da. Ist nicht die Akte eingetragen von seiner Seite zum Beispiel? Wohin steht in der Akte? Nein. Nein. Steht nicht drin. Okay. Wann hast du mit ihm gesprochen, Cory? Wann hast du versucht, die Kunden anzurufen? Heute Morgen. Weil ich... Ja, gut. Ja, Moment. Alles gut. Meine Nacht. Alles gut. Kannst du ruhig sagen. Ähm... Dann ging es jetzt weiter. Dann ging es darum, dann haben wir im Endeffekt, Ähm... Ash und ich die Sachen für Alice Allrad eingepackt. Laut Akte. Weil in einer blauen Mule andere Sachen drin waren, als eigentlich vorher drinnen gewesen sind. Da komme ich gleich zu. Ja. So, hab das im Endeffekt dann auch in Cates Einkündigung soweit geändert. Ähm... Und Iggy hat uns gebeten, deswegen den Aufbau zu übernehmen, weil er sich laut seiner Aussage mit der Kundin überworfen hat. Was er immer damit meint. Ich wollte sagen, er hat sich mit der Kundin irgendwie verstritten. Oh, keine Ahnung, wie wir das nennen möchten. Na gut, das konnte... Also den Begriff konnte ich jetzt auch nicht einordnen in der SMS. Weil ich auch nicht wusste, was überworfen bedeutet. Deswegen hab ich auch zu dir dazu geschrieben, als wenn er immer noch damit ein Problem hat, dass ich mit Ash zusammen bin. Okay. So. Und jetzt kann... Okay, bei Kate ist es ein bisschen mehr. Ja. Das greift grad so ein bisschen ineinander, das mit den blauen und grauen Mule. Mit den Mullen vor allem. Richtig, genau. Ich war heute früh im Dienst gewesen, habe Aufbauten, Abbauten, alles so weiter gemacht. Und dann hatte ich noch ein bisschen Zeit und wollte den Kollegen für später, jetzt für Alice Allrat, einen Gefallen tun. Und habe schon mal anhand der E-Mail, die sie geschrieben hatten, Mule vollmacht. Richtig, mal ganz kurz. Die kam an. Ja, ja. Die kamen gegen 22 Uhr an. Oha, okay. Ich hätte das denen so gerne abgesagt, den Arschlöchern. Entschuldigung. Ja, ja, aber die kamen an. Ich habe heute früh mir durchgelesen, habe alles soweit in die Akte eingetragen. Und dann wollte ich halt so nett sein und wollte alles in die blaue Mule packen und in den Dubster 7. Das habe ich auch erstens in die Akte reingeschrieben und zweitens noch in die Ankündigung, um halt sicher zu gehen, dass es definitiv gesehen wird. So. Das war mein Punkt, als ich dann in den ersten Feierabend gegangen bin. Dann komme ich gegen 16 Uhr wieder hierher, schaue in den Ankündigungen, es steht graue Mule. Und erstmal so, was ist passiert? Funke Tyreek, bist du gerade mit der grauen Mule los? Ja, ja, ist alles in Ordnung. Und dann kam von Iggy, ja, er hätte fälschlicherweise die blaue Mule ausgeräumt, weil er gedacht hatte, irgendein Vollidiot, das war sein Wortlaut, hätte vergessen, die auszuräumen. Hat aber nicht in die Akte reingeschaut und hat auch nicht in die Ankündigung geguckt. Okay, was stand in den Ankündigungen? In der graue, also das Equipment für Arlis Allrad liegt in der blauen Mule und Dubster 7. Ah, und er hat halt nicht in die Ankündigung geguckt, sondern einfach ausgeräumt. Richtig. Okay, verstehe. Mit dem Wortlaut Vollidiot. Daraufhin bin ich schon das zweite Mal sauer geworden und ich habe ihm in Funk angeplammt. Das kann ich wirklich so sagen. Ja, dann war ich ja wohl der Vollidiot. Ja. Ja. So, dann nächstes, wo ich das erste Mal bedient war, hat er für morgen drei Tourbusse an das SEP zugesagt. Ja, wo es vorher ein Tourbus war, aber ja. Und dann soll ich jetzt in einer halben Stunde die Monster Truck Sache übernehmen, weil das ja schon gestern ja nicht gemacht wurde. Kannst du das nicht übernehmen, Kate? Aber das war halt die Oberkrönung mit der Mule. Ja. Ich bin hier wirklich explodiert. Kannst du Corey, Ash, Michael fragen? Ich war stinksauer. Ja, das verstehe ich. Ich habe ein bisschen das Gefühl... Ja, nee, alles gut. Okay. Ich wollte halt wirklich auf Nummer sicher gehen, dass es auch ein doofer, wirklich ein dummer Mensch, das halt ins Auge springt. Fakt ist, es stimmt in den Ankündigungen. Er hätte es lesen müssen. Das... Ja. Ja. Müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Also... Müssen wir drüber sprechen, aber... Nein, müssen wir nicht. Ja. Und... Ich war... Ich war richtig, richtig, richtig sauer. Ja. Ich bin froh, dass ich mich jetzt schon wieder so gut unter Kontrolle habe. Ja. 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 Also ich möchte heute wirklich ungern mit ihm irgendwie zusammenarbeiten, weil ansonsten habe ich die Angst, dass ich ihm wirklich noch irgendwas an den Kopf knalle. Ja. 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 Es tut mir leid, dass ihr es immer abbekommt. Hey. Alles gut. Das ist unser Job. Ja. Also... Es tut mir trotzdem leid. Ja. Muss es aber nicht. Alles gut. Das... Dafür machen wir es... Also... Das klingt blöd, aber es ist... Ich mache es halt auch irgendwie... Also ich mache es nicht gerne. Klar habe ich es lieber, wenn alles in Harmonie und fein ist, aber... Ja. Na klar. Ja. Alles gut. Keine Stress. Aber es ist... Also... Aber es ist aktuell irgendwie schon wieder so eine leicht angespannte... Ja. Es ist gerade sehr viel, dass Iggy sich keine Freunde macht. Also ich höre jeden Tag entweder nur zwei Namen eigentlich und einer von ist Iggy. Ja. Das ist richtig. Also ich bin... Ich bin der Meinung, Iggy muss SEP anrufen und das richtig stellen. Das ist seine Aufgabe. Die hat er verbockt. Kannst du das nochmal... Ah... Telefon, warte. Mach ich mach. Ach so und wir haben den Escape Room heute 22 Uhr verschoben. Claire geht's überhaupt nicht gut. Ja, die ist richtig krank geworden, glaube ich, ne? Ja. Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab der Dame über die Escape Room Abteilung oder über die Escape Room E-Mail ne Nachricht zukommen lassen, damit sie auch gleich weiß, dass es halt von uns kommt. Ja. Aber ich... Ich möchte nicht, dass Claire sich da irgendwie sich da quält. Sich da quält und irgendwie... Ja. Nein, das will ich überhaupt nicht. Ach genau, du hast ihn nicht erreicht oder hast du eine Mail geschrieben? Ja. Ja, genau. Okay. Ja. Beziehungsweise hat Ash angerufen und ich hab die Mail geschrieben. Aber das war so ne Hand in Hands Aktion da in dem Moment. Ist völlig okay. Ja. Ne, alles gut. Aber ihr habt noch kein neues Datum, ne? Sehe ich genau? Nein. Mhm. Okay. Aber wir haben so viele oft ne Escape Room schon wieder, ne? Ja. Das ist echt übel. Ja, ja, ich weiß. Okay. Um... Okay. Um... Das ist doch schon wieder ein Dubstar, oder? Ja, 5591? Ist das nicht ein Dubstar? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin noch nicht fertig, ich mach die doch gerade. Achso, ich dachte... Ich dachte, das wär's schon. Nein, also ich hab mir nur die Daten, die die Office-Sagen mir gegeben hat. Ich suche jetzt gerade noch raus, wann was vermietet war und was ein Dubstar ist und so. Ja. Weil ich das nicht im Kopf habe. Kate, kannst du was bitte nochmal für Dumme, was du gerade hattest, was jetzt mit Iggy genau war, wiederholen? Ich hab gemerkt, ich hätte nicht nebenbei, dass wir ein Blitz anmachen sollen. Ich konnte jetzt nicht hundertprozentig folgen. Also, heute früh hab ich die blaue Mode, dem Dubstar 7, für das Alice Allrad Event vollgepackt. Mhm. Das hatte Iggy dann nicht, weil er die Ankündigung nicht gelesen hat, halt wieder rausgeschmissen. Mhm. Und mir dann halt vorhin, also er wusste nicht, dass ich es war, aber er hat halt gesagt, irgendein Vollidiot hat das da reingeräumt und ich nur patzig, wie ich dann in dem Moment war, aber es war halt so in dem Moment. Ja, hab ich gesagt, ja, ich muss dann ja wohl der Vollidiot gewesen sein. Hi, Hervery. Nein, ich bin, äh, Anja. Also, das ist an der Kamera was hier. Mhm. Also, du hast quasi einen Dubstar gebladen für den Aufbau. Und eine Mode. Hast dann eine Mode. In die Ankündigung geschrieben. Und die Ankündigung geschrieben. Und in die Akte. Und in die Akte auch. Genau. Um halt narrensicher alles zu machen. Und er hat die einfach ausgerollt. Und er hat es, und er hat es einfach ausgerollt. Er hat nicht die Ankündigung gelesen und hat sich dann darüber aufgeregt, welcher Idiot den das, äh, er dachte irgendein Idiot hätte das Equipment in der Mode gelassen. Richtig. Und dann ist Kate Saber geworden, was ich verstehen kann. Richtig. Und ich habe ihm jetzt gerade eine Aufgabe gestellt, dass er bitte die Kunden anruft vom SEP, weil wir keine drei Tourbussen besitzen. Richtig. Das ist seine Aufgabe. Nur zwei. Ja. Schwierig. Zurzeit. Sehr, sehr schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich bin auch tatsächlich, äh... Ganz ehrlich. So wie er mit mir auch gestern gesprochen hat, weil ich ja, weil ich ja so viel mit Michael rumhänge. Das muss aufhören. Und bla bla bla. Bitte was? Was? Ja, hat er zu mir so gestern gesagt. Gestern früh. Also ich glaube, dass Monsieur jetzt schon eine Weile hier ist, dass er viel morgens arbeitet, sich um die Auf- und Abbauten kümmert. Und jetzt der Meinung ist, ähm, ja, weiß ich nicht, jetzt wo er ja so viel da ist, irgendwie hat er einen kleinen Höhenflug gerade. Habe ich das Gefühl. Weil das gegenüber den anderen Kollegen, das geht einfach gar nicht. Also... Ach, ich... Ich könnte schon wieder kratzen. Was ist das? Oh, ich bin froh, dass ich mich gerade so unter Kontrolle habe. Weil ich... Vorhin... Bin ich explodiert. Ich bin wirklich explodiert. So habt ihr mich noch nicht gesehen. Ich glaube, die das aus Worten... Ich hätte mir am liebsten Iggy wirklich hier... Rangeschliffen und hätte ihn in Grund und Boden geschrien. Aber das habe ich mir dann... gesagt. Nein, du bist jetzt gerade schlauer. Also du musst dich... Äh... Es ist richtig, dass du nicht ihn in Grund, aber du musst dich auch nicht beleidigen lassen. Also schlimm genug, dass ich das jetzt unter Kollegen noch sagen muss. Ähm... Ja, vor allem dieses Vollidiot. Er wusste nicht, dass ich es war. Aber dieses Vollidiot, das hätte er sich echt schenken können. So sollte er keinen von uns so bezeichnen. Zumal es sein Fehler war. Weil er hat die Ankündigung nicht gelesen. Richtig. Ich wollte einfach nur für die Kollegen ein bisschen... Ich wollte nur die Kollegen für das Alis Alarat Event ein wenig unterstützen. Und dann kriege ich das hier als Quittung. Ich tanke. Nein. Das darfst du jetzt nicht verallgemeinern. Das war jetzt ein IG. Also, ne? Jaja, natürlich. Ich hätte auch noch das für das Class... Für dieses Devils Lounge. Aber da noch nichts vom PD für meine Aussicht halt genehmigt war, wollte ich da noch nichts machen. Und ich wusste, dass Ash und Cory halt für das Deluxe auch mindestens eine Mule brauchen. Darum habe ich nur für das Alis Alarat Event alles vollgepackt. Ja, so passt. So passt. So passt. Weil ich das immer noch nicht so ganz verstehe, was da jetzt das Problem war. So richtig. Geht's um den Aufbau von Alis Alarat? Mitunter. Und dann auch von diesem Devils Lounge. Mich wundert, dass halt weil Tyreek da mit drin ist und der guckt ja eigentlich auf sowas. Ja gut, wenn Tyreek aber noch nicht da war, dann sieht er ja nicht, ob da was... Also. Naja, der ist... Aber da steht im Aufbau steht IG und Tyreek 15. Helf bei Alis Alarat zum Beispiel. Ja. Ja genau. Die sind da noch mit beschäftigt. Ja, aber da steht doch... Hä? Weil die immer noch Equipment dazu haben wollten. Noch mehr Sofas und noch mehr Kühlschränke. Ey, die sind bei 15 Sofas und 17 Lampen. Mhm. Ja, auch noch mehr Lampen. Tja, frag mich nicht. Wann's da mal nicht auf den Sack gibt? Ich finde das jetzt schon extrem viel. Ey, ich hab da letztens... Muss ich jetzt wirklich wieder für jeden Scheiß anfangen, eine Ankündigung zu schreiben. Für die einfachsten Dinge, dass sie gucken müssen, dass sie nicht so viel Equipment auf einmal rausgibt. Ich hab mir grad mal die Equipment-Dings rausgeguckt. Also Tyreek hat das ja eigentlich auf dem Schirm. Deswegen wundert mich, dass der da jetzt noch mehr, ähm... Ja, keine Ahnung. Ich hab heut, heute früh die Mail gelesen und habe daraus dann das schon alles eingetragen... Und die Mode gepackt. Hallo? Äh, könnt ihr euch einfach finden, dass ich kurz... Ich kann... Tschö, gleich. Er kann grade nicht. Okay, Asich-Allrad würde sich gleich bei euch oben melden. Okay. Wegen Gutscheinen. Ja, check. Was für Gutscheine? Für das Alice-Allrad-Event. Wer hat denen Gutscheine zugesagt? Also ich find, die verhalten sich wie die letzten Assis. Das war aber vorher schon. Das war schon bei der Planung vom Event. Ich wollt grad sagen... Das konnte ich ja nicht. Nein, das war ich. Aber... Nein, du... Aber... ...eine Woche zusammengesetzt haben für die Planung von dem Event. Wo er ja auch meinte, er schickt mir in ein, zwei Tagen das Equipment zu. Ja, ja. Was ja auch nicht passiert ist. Und da hab ich gesagt, ja, äh, na, klar können wir da was dazugeben. Weil es war jetzt ja auch nicht, äh, ne? Keine Umsummen. Aber... Was wollen die denn haben? Ja, ich hab... Ich geb dir jetzt drei Gutscheine ein für den Rundflug und zwei für den Tauchkurs. Also jetzt nichts Wildes. Gut. Hey, meintet ihr nicht, hey, wird das mit beim Aufbau? Ich hab keine Ahnung. Aber ich... Also vorhin war er noch da. Wir sind nur am Rotieren gerade. Wir haben keine Ahnung, wo die Leute sind. Ja, Tavik ist nicht erreichbar. Der war auch vorhin irgendwie... Also wir haben fünf offene Blitzer und vier davon sind wahrscheinlich von Mitarbeitern. Das ist wirklich eine Gansleistung. Super! Pff. Dreizehnter. Einmal Dubstar, einmal eine Manchester ohne Vermietung. Also entweder nicht eingetragen oder einer von uns. Und das sind auch, äh, ja, dreimal 750 Dollar. Und einmal ist es der Foodtruck von der, von der Grafen oder das Shirt. Okay. Check! Ne, ich hab eigentlich nie so gesehen. Hallo. Na, wollen wir's gleich auf die Socken machen? Mhm. Können wir. Super. Äh... Ich würde gerne nochmal mit dir sprechen, bevor du jetzt fährst. Gib mir aber eine Sekunde. Dann hol ich mir noch nichts was zu essen. Ich hab nichts angestellt. Nein, das ist, das ist auch nicht auf dich gemeint. Ach so, okay. Okay. Diese...beschissene Tür. Oh, was richtiges. Mhm. Äh, Erfield. Ist es Erfield oder Windpark? Erfield. Warum war der Laden noch ein bisschen zu? Was? Der Laden war zu. Ich würde mal fragen, wann ihr aufmacht. Ich so, äh, wir haben auf? Ja. Nee. Wissen steht, es zu ist. So, oh. Jetzt ist auf. Äh, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich war... Ja, ja. Ja, alles gut, mach gleich nicht so'n Kopf. Hauptsache, wir sind hier. Die Leitstelle klingelt halt allein durch, auch wenn wir nicht aufhaben. Von daher. Ja. Das stimmt. Boah, es ist so viel schon wieder, ne? Ich könnte schon wieder kotzen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum sich das jetzt alles wieder so ballt, aber wir haben einfach so viel Termine und so viel Events. Das ist... Achchen. Hallo. Hallo. Ich bin von Alis. Die Wutscheine sind anscheinend gar. Ach ja. Jetzt haben wir gerade, äh, oder hast du... Ich... Ne, ich hab die nicht. Ich hab die nicht. Ich bin sofort da. Wollt ihr mitkommen? Ich hab's nicht gehört. Ne, 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 ne. Warten Sie ganz kurz. Ach so, okay. Alles klar. Wieso? Der ist cool, der Hut, oder? Okay. Ey, 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 ey. Ich mach dich gleich zum Affen, ja? Ne, das willst du nicht. So. Hab ich einmal abgeholt. Mhm. Ähm. Ich brauch aber einmal deinen Namen, dass ich das einfügen kann, dass ich die... Ja, hier. Ich geb einfach meinen Alis aus. Das wär's ja. Am einfachsten damit, glaub ich. Ja. Und dann seh ich auch direkt, dass du wirklich zu Alis-Alarat kamst. Ne, ja, deswegen. Wunderbar. Dann, äh... Nummer 1. Glaub ich danke dir. Nummer 2. Und Nummer 3. Glaub ich danke. Gerne. Ja, cool. Dann, äh, wünsch ich euch noch einen spannenden Abend. Euch auch. Perfekt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Also... Es ist einfach... Es ist einfach viel. Zurzeit. Ich... Weiß nicht mal warum, aber... Wenn's so weitergeht, bin ich auch bald auf Seite dran. Danke. Es ist halt echt normal. Äh... Hatten wir nicht eigentlich für Schnitzejagden und diese ganzen Event-Geschichten eigentlich nur die Event-Abteilungsleitung und nicht jedes Mal ein Mitarbeiter getaggt? Oder hab ich das falsch im Kopf? Nee. Weil... Es wird ja dann auch wieder falsch gemacht, ständig, ne? Ja. Und dass wieder Mitarbeiter rein wieder? Ja, überall. 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 Sogar meine Termine rutschen schon. Also ich hab... Sonst immer... Hab ich eigentlich ganz gut, dass wenigstens die Termine auf der ersten Seite sind. Aber jetzt ist auch... Den kann ich... Jetzt muss ich auch schon abfahren. Also ich... Ich hab schon... Also... Von der Übersicht ist es keine Rede mehr. Nein. Das stimmt. Wer will ins Lounge? Wann? Heute? 21... Nee, morgen. Ist da jetzt eigentlich heruntergefahren? Ja, Cory, ne? Ja. Gott sei Dank. Ach, die waren dann erreicht, oder was? Die hat vorhin zurückgerufen. Und meinte, äh... Ja, sie wär... Sie wär da, und, äh... Ne, und war... Die war echt... Die war eigentlich echt süß. So. Und, äh... Ja. Weil da irgendwas steht mit Genehmigung fehlt, oder so? Äh... Ja, von Pidi. Ich hab sie aber am Telefon direkt gefragt, ob die Genehmigung da ist. Dann meinte sie, ja, ich hab mit Pidi gesprochen. Also sie sagte, sie hat alles. Wenn wir uns darauf nicht verlassen können, dann weiß ich... Also... Ja, und dann... Weiß ich auch nicht. Okay. Das ist einfach viel. Ja. Ist das mit dem kleinen Hai jetzt... Ja doch, das ist jetzt geklärt, ne? Ja, ja, das ist geklärt. Mhm. Glaubbar. Manzer Chuck Schnitzeljagd... Ja, die läuft gerade. Ah, Leitung L... Leitung macht L schon? Sie kam gerade erst? Ich bin verwirrt. Achso, ja, ich seh's gerade. Nee, nee, die kam nicht gerade erst. Die ist schon eine Weile da. Genau. Whitewater Adventures, hier ist Aki Alüchen. In der Zwischenzeit hat Cory dann übernommen. Na, weil unten steht ein... Achso, mit Rücksprung... Ja, okay. Ah, da, 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 da... Hä? Warum hat sie bei... Bin ich verwirrt. Was denn? Äh... Unter Joe Junior Johnson hat... Cowie ne Hochzeitsideen für besondere Hochzeiten als Akte erstellt. Ja. Warum unter die Person? Weil der als, äh, dessen Officer... Ja. Mh, der möchte was komplett ausgefallenes. Also, nichts, was wir bisher hatten. Irgendwie, halt, keine Ahnung, im Sumpf will der beispielsweise heiraten. Keine Ahnung. Ach, total... Ah, ja, okay. Total bescheuert. Total bescheuert. Sie sind kummerlich. Ja, kann man's ver... Kann man's verdenken, was jetzt in letzter Zeit schon wieder passiert? Wagt mich nur, wieso ich in dieser Akte auch getaggt wurde. Ich hab mit der gar nichts zu tun. Ich wüsste es auch nicht, deswegen... Ich war komplett verwirrt über diese Akte. Ich schmeiß mich da jetzt raus, weil... Ich hab mit der nichts eigentlich zu tun. Ja, ja. Aber diesen Drag & Drift... Obwohl... Ne, da bin ich nur als Mitarbeiter getaggt. Ja, da bin ich nur als Mitarbeiter. Ja, da bin ich nur als Mitarbeiter. Oh, ja, ja. Ja, das ist auch nicht so . 10.11.8 Uhr 4 Hello Hey Katie, hast du nur kurz eine Minute für mich? Nein, ich bin gleich weg Ich warte gerade nur noch auf Ash Und dann bin ich beim Airfield Gut, dann sage ich es dir Wenn du hier stehst Es tut mir echt leid, ich wollte dich nicht so voll pumpen Das sollte auch überhaupt nicht dich treffen Ich war auch wegen einer anderen Sache komplett sauer Und du hast es abgekriegt Ja, du hast es trotzdem gesagt Ja, ich weiß Und sowas gehört sich überhaupt nicht Dass man Vollidiot gegenüber Kollegen sagt Ja Hast du recht? Kann ich nichts gegen sagen Wollen wir? Wir können Okay, na dann los Tschüss Tschüss Viel Spaß Wollt ihr sich bei mir schon wieder entschuldigen Für die Aktion? Kann er sich heute in die Haare schmieren? Haare ist stinkig Ja Du musst da unten alleine aufbauen Ich verstehe es nicht Kann ich auch vollkommen verstehen, dass der stinkig ist Aber Kari hat erzählt, was euch vorgefallen ist Ich habe erzählt, was mir vorgefallen ist Das wird wieder ein Gespräch Ich habe einen Anruf Ja Hunter, schönen guten Tag Black, schönen guten Tag Hallo Na Kingston Einmal tief durchatmen Ich schicke dir ein Küsschen Du schaffst das Ich kann dir nur sagen Katie sitzt jetzt mit Katie im Auto Haru hat gesagt Nein, ich sitze mit Katie im Auto Ich kann dir nur sagen Haru hat gesagt Das hört heute Abend auf Ein oder die andere Art Hört's auf Diese Sticheleien Bei Haru hat mit mir nochmal gesprochen Ja Kann ich dir nur so Kann ich dir nur so sagen Bist du da unten alleine? Das kannst du nicht machen Ich mache jetzt den Er fehlt Gehe da jetzt mit dem Besen drüber Und putze das Aber sowas mit Zahnbürste Alles klar Pass auf dich auf, Schatz Ja, tipp, tipp Oh, ist der sackig Ja, das kann ich vollkommen verstehen Das kann ich voll verstehen Ich bin mir jetzt nur nicht sicher Ob die jetzt 19 Uhr da sind Oder erst um 19.30 Weil Termin im Kalender steht 19 Uhr Und Akte 19.30 Jetzt hast du mich warten Iggy Hi Hi, äh, hast du noch mal eine Minute Oder bist du gerade mit Kunden im Gespräch? Nein, gerade noch nicht Ich bin mit, äh, Ash gerade noch im Dubster Okay, ähm War bei dir was von Iggy gekommen In Richtung Beziehung Und meine Meinung dazu? Äh, ja, gestern Ich will es mal kurz die Kurzfassung geben, bitte Wir sind schon da Ähm, Kurzfassung Er findet es nicht in Ordnung Dass wir die ganze Zeit rumkringeln Also er hat gesagt Ja Er findet das nicht in Ordnung Okay, okay, ja gut Weil gestern hat er, äh Corey, Ash und Maike erzählt Dass ich das nicht in Ordnung finden würde Ja, ja, ja Das hat er mir auch gemeint Ja, ja Achso, das hat er auch Ja, ja, richtig Okay, ja Also nur, dass ich auch mal klarzustände Ich will natürlich, dass ihr alle einsam seid und weint Das war mein Wunsch Dass ich auf die Arbeit komme Und die alle traurig in der Ecke steht Aber ich weiß, dass das utopisch ist Nein, ich habe das nicht gesagt Ich weiß Komischerweise Kann ich mir denken Ja, äh Bitte teile mir das trotzdem mit Falls da noch was kommt Äh, aber ich Na klar Ich werde jetzt gleich eh ein Gespräch mit mir führen Okay Den jüngsten Vorkommen müssen Alles klar Okay, dann viel Spaß euch Und guck mal, dass ihr euch so unterkommt, ja? Na klar, na klar Alles klar Ich gewohnt, dass ihr euch Was, Ani? Ah Ein Wunderschön Hallo Äh, wir bereiten kurz Also Na klar Dann würdet ihr kurz eine Einweisung von mir erhalten Und dann pfeffern Sie Wollt doch nicht, dass halb so alt bin ich doch nicht Nein, wie ihr mit dem Monster Truck umgehen könnt Das ist das Leben Achso, ja, ja Nein, nein Das Wichtigste ist Immer Gas gehen Richtig Na klar Okay, okay Okay Dann, dann parken wir schon mal die ausgeschlachteten Emperors aus Immer Gas gehen, das hätte ich ja besser nicht gesagt So, wir haben ja zwei verschiedene, ähm, Emperor, ne? Es steht auch immer mit dabei, welche das sind Und das sind immer diese Diese Entkernten Warte mal So, Handbremse lösen Zack Ash Weißt du, wie du die, äh, wie du die schiebst? Soll ich dir helfen? Äh, nee, nee, das geht, das geht schon Die sind ja relativ leicht Pass auf Ähm, du musst erst mal dich ins Auto setzen Dann musst du die Handbremse lösen Und dann kannst du sie schieben Okay Das wird lustig Ne? Ja 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 Es ist, mh Das war dann der Falsche Und dann kannst du die Handbremse lösen Das schiebt doch in die richtige Richtung, Mensch Es schiebt doch in die richtige Richtung, Mensch Wo ist denn die Handbremse? Wiederholen? Normalerweise, dann würde sie einfach nur einsteigen Um, Jack Genau Schieb den einfach so ein bisschen, äh Schieb den einfach so Einfach so ein bisschen da hinschieben Das passt schon Ah Ah Was ist so ein bisschen Das passt schon Schieb den einfach so ein bisschen Ich bin jetzt Zieh doch Ich bin jetzt Und ich bin jetzt Musst du nicht so akkurat machen, die gehen gleich eh auseinander. Wer trennt sich? Unsere entkernten Emperor. No. Mhm. hoppala ein noch also noch den fünfer und dann haben wir alle okay okay cool es ist noch bitte kommen sie jetzt hier zum gesprächungstermin und kommen sie aus dem wasser raus zu kalt so so meine kollegin stellt dann jetzt noch den letzten einmal dahin ja und dann würde ich schon mal die rechnung machen und meine kollegin dann einmal die einweisung durchführen lassen denn ist eine azubine und die muss es auch mal machen so das wären dann einmal perfekt wunderbar na klar die mussten müssen es ja auch lernen oder ja das waren alle nein im grunde bin ich lieb im grunde bin ich eigentlich ganz lieb dann darfst du jetzt einmal ja machen wir also herzlich willkommen beim monster truck ihr dürft diese vehicles dahinten kaputt fahren was für euch sehr sehr wichtig ist bitte nicht aufs airfield fahren weil dort immer noch reger flugverkehr herrscht und ihr dürft diese also haupt die hauptstadt und landebahn das wäre diese die muss frei bleiben für notfälle bzw weil dann auch noch der landebetrieb und der stadtbetrieb von nöten ist so befahren ist bitte nur diese strecke die ihr hier seht wo die autos stehen die ist extra für uns reserviert und bitte auch nicht in den seiten wegen fahren dass ihr irgendwie runter runterfahrt von hier die feldwege nicht fahren ja genau wenn das mit dem autor sein sollte er irgendwie springt jetzt so hoch springt er kann eine ganze menge aushalten aber wenn ich irgendwie was koscher vorkommt er qualmt oder wie auch immer dann sagt uns bitte bescheid dann gucken wir nach beziehungsweise holen wir dann wer rufen wir dann wenig dass sie einfach gucken wir machen euch den gleich an vollgetankt ist wer möchte denn zuerst die damen wird heizung wird das heißt ich darf kaputt machen und dann gleich wieder reparieren warum denn nicht gut sehr schön wir setzen uns auf dem dubster oder geht das schon gut los jetzt die hat ja bock die hat ja bock aber so was wenn ich mal heiraten sollte ich möchte damit müsste ich zum tor da brauchst du eine genehmigung vom pd aber hey ja die hat bock kann sie machen die hat spaß die hat richtig spaß das ding über überroll bügel und ich deswegen sage ich brauchst du nicht so akkurat hinstellen die schieben sich auseinander hallo ja und die soll auch nicht so übertreiben die soll auch nicht so stark übertreiben der hält einiges aus aber ja ja aber wenn er kaputt dann kaputt ja 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 hab ich habe gerade ein bisschen angst hallo dann erkläre ich dir noch kurz den windpark dann haben wir das nämlich auch erledigt ja bitte ok erstmal das wichtigste vorab wenn wir in den windpark fahren wird beim sapd angemeldet dass wir ihn überführen so dass die bescheid wissen und fällen schreck kriegen ja wichtig ist auch dass der liberator dass der nur bewegt wird von hier bis zum windpark und nicht anderweitig richtig das finde ich sehr sehr schade aber und das dürfen wir auch eigenständig machen ohne kolonne also ohne polizeiliche kolonne ja im windpark ist es wichtig dass die kunden da dürfen sie sich im grunde genommen frei bewegen sollten sie aber von dem windpark runterfahren und sich länger als eine minute oder so nicht melden dann suchen wir sie auf alle fälle und gucken nach ob alles in ordnung ist ah ja weil ich jetzt nicht ja 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 das war toll Ich glaube deine Schlüsengel sind gerade aufge... Ach nee, du hast gar keine Schlüsengel. Dein Reißverschluss ist... Oh, jetzt. Pass. Ja, ja. Gut, okay. Warte, ich setze mich da jetzt wieder um. Ich, weil der Frau... Ja, ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich habe auch keinen Bock. Ei, 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 ei. Aber wenn die von Bennys ist, dann kann die das ja direkt... Oh mein Gott! Ja, die... Alter! Nee, oh Gott. Was ist passiert? Ich habe nichts gesehen. Ich habe es nur krachen gehört. Könnt ihr bitte ein bisschen runterfahren? Nicht so toll. Der hält einiges aus, aber nicht so viel. Nicht alles. Ja, guck mal. Ja, die Leute meinen, das ist halt ein Monster Truck, aber es ist halt auch nur ein Auto. Also wenn wir das SAH hier holen müssen. Dann wäre das auch. Dann wird's dann... Dann wird's dann... Dann... Dann gute Nacht. Dann... Ja. So, was ist noch zu beachten? Das praktisch gesehen, sollten sie irgendetwas treffen. Sie werden darüber informiert, dass sollten sie irgendein... Oh, mAh! Ach du Jemini Der sieht doch schon ganz toll aus Der arbeitet bei Bennys, oder? Ja Ich hab keinen Bock mehr Alles okay? Ich könnte die Ja Ich könnte die Kann man die einmal nochmal richtig hinstellen? Die Autos? Die Autos, ja auf jeden Fall Habt ihr uns gehört? Ja, ja Ihr könnt Spaß haben, aber das war eben gerade doch ein bisschen doll Also dreifacher Huffing hält die Käste nicht aus Richtig Aber machen wir, wir stellen die nochmal Soll ich Bennys mal anrufen, dass die Türen so wieder dran machen? Weiß ich jetzt gerade nicht Nö, noch nicht Okay Wir rufen Bennys dann, wenn ihr durch seid Gucken wir Bennys an Ja, richtig Oder er dampft Okay Oder er, ja, ja Dann hau ich noch mal anrufen Und das ist gar nicht Gucken wir mal anrufen Dann geht auch mal anrufen Dann geht auch mal anrufen Deine Und dann geht auch mal anrufen Heyyyy Sie sind ganz schön stark, ja? Ja, ja. Hast du die Feuer abgedrängt? Ja, also ganz... Äh! Überall dieses Glas. Ja, komm, vereint sie mit Kraft. Oh Gott, äh! So, passt. Passt. Können sie wieder drüber. Ich muss, glaube ich, gleich mal meine Schuhsohle nach eventuellen, äh, Spittern absuchen. Ich kann dir Schuhe aus der Nut, kann ich dir noch Schuhe geben, wenn du welche hast. Och, alles gut, alles gut. Ich denke mal nicht, dass die jetzt großartig beschädigt sind. Ja, gut, viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Jetzt gucke ich mir mal meine Schuhe an. Boah, ist das schön kalt hier. Ja. Oh mein Gott, äh. So, mal gucken. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich komme gleich nicht mehr hoch. So, ja, ach du, die paar kleinen Schärbchen. Das passt ja. Okay, gut. So, was ist noch beim Windpark zu beachten? Kriegst du es noch hin? Ich, äh, ja, ja, bestimmt, ja, bestimmt. Ist mit. Hui! Geh doch ganz nach hinten und dann ganz kleine Trippelschritte. Na, was haben sie heute gemacht? Ich bin die ganze Zeit vom Dubser runtergeflogen. Ja, 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 ja. So, jetzt sitze ich doch einfach hin. Yay! Also, äh, sie dürfen... Hui! Äh, sie dürfen nur auf der, ähm, gekennzeichneten Strecke fahren. Ja. Äh, sollten sie auf öffentlichen Straßen gehen, werden wir sie, also so hat Iggy zumindest gesagt, einmal für einmal verwarnt. Sollte es das zweite Mal passieren, wird die Polizei verständigt. Ja. Ähm, und, äh, ja, dann müssen sie sich mit denen auseinandersetzen. Was sie auch beachten sollten, sie sollten nicht unbedingt in das Trafo-Häuschen, was da in der Mitte steht, reinkarren. Könnte ein bisschen auaue-wee tun. Hm, ja. Genau. Und, äh, wenn er springt, ähm, sie sollten halt aufpassen, auch so wie hier, dass, äh, sie sinnig fahren, nicht sinnlos. Richtig. Und, ähm, äh, 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 das auch zu beachten ist, wenn sie irgendwo springen, das halt auch beauffassen, wo sie springen, gerade im Windpark, ich hab die Strecke gesehen, da geht's halt auch tief runter, also da kannst du runterrollern. Ja. Sollte auf jeden Fall auf seinen Reifen landen. Genau. Die Federn halten schon einiges aus. Auch der Überrollbögel hält einiges aus. Aber, äh, einiges halt auch nicht. Genau. Wichtig ist, äh, wenn es, äh, wollen du fliegende, äh, ja, brauchst du ne, äh, äh, ne Stoßsteuerung? Hm. Oh, da hab ich schon einiges als, als Teillager gefunden. Wollte ich grad sagen, kam grad einen, die flogen. Mhm. Ähm, äh, wenn wichtig ist, wenn das Event vorbei ist, beziehungsweise die Rufung vorbei ist, dann einmal Bennys anrufen, dass wir den einmal durchchecken lassen. Ah. Einmal durchchecken lassen. Er brennt. Ja. Ah. Ah, jetzt hat, jetzt gecheckt. Genau, den schieben wir mal runter, wa? Lass ihn erst mal, ich weiß nicht. Auf einem Auto brennt. Ich ruf mal. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, ist aus, ist alles gut. Das sind, Gott sei Dank, keine, äh, keine Brennstoffe mehr drinne, großartig. Das war wahrscheinlich so ein bisschen Funkenflug. Aber bitte, achtet bitte darauf, nicht zu übertreiben. Na klar. Okay, perfekt. Wollte aber auch gerade erst das FD anrufen. Äh, wenn, wenn fertig ist die Buchung oder das Event, dann Bennys rufen. Ja. Dann tanken wir den wieder voll und dann geht da wieder eine Bar. Ja, korrekt. Was weiß. Perfekt. Ja, bei denen hier, bei den ausgeschlachteten Emperoren kann halt nichts passieren, ne? Dass da jetzt irgendwie was explodiert oder so. Die sind halt komplett ohne irgendwelche Flüssigkeiten. Lassen wir die dann jetzt hier nachher stehen oder müssen wir die zurückschieben und einparken? Die müssten wir dann auch erst mal erst mal wieder zusammenbasteln, die Puzzleteile. Oh mein Gott. Oh ja. Äh, ich hab ein Teambildende Maßnahme. Möchte ich da Emperor zusammenbauen? Guck mal, den einen haben sie auch umgedreht. Der brennt jetzt auch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wer möchte was zusammenbauen? Äh, äh, was sind das? Emperor's. Blaue Autos. Ich wäre dafür kaputt zu schlagen, aber nicht zusammenzubauen. Ja, also Puzzleteile haben wir genug. Also ne Tür und ne fliegende Stoßstange können wir mitbringen. Oh, der brennt aber ein bisschen mehr, der... Oh, uiuiuiuiui. Ne, also... Also langsam sollten sie es wirklich raffen. Ja, ja. Ich guck mir das nicht... Also ich guck mir das nicht mehr lange an. Ich auch nicht, die kriegen es noch und dann kriegen sie es mir egal. Pass. Soll Spaß machen, aber die sollen noch ein bisschen auf den Wagen aufpassen. Ja, ja, sehe ich auch. Es ist unsere, ja, also... So was, okay. Das ist auch okay. Aber dass der auf dem Rücken landet, auf der Seite. Ja, besser machen. Der wird gleich... Der geht einfach auf der Seite. Kann ich hier stehen. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Ich hab gedacht, der bleibt drauf. Mhm. Ja, wie der Fahrerwechsel. Ja, wie der Fahrerwechsel. Hm, ist das echt, das ist... Haru ihm gesagt hätte, dass er das überhaupt nicht gut findet. Ja, hat er mir auch gesagt. Mhm. Er würde das absolut nicht, äh, ähm, gut finden. Und du und Malki, ihr seid die Schlimmsten. Äh, Cory und ich kommen danach. Und er hat gesagt, Haru, mach doch das genauso. Haru, gib doch auch seiner Frau auch ein Küsschen. Also. Sorry. Ja, ja, das hat, äh... Haru hat zu mir auch gesagt, er möchte am liebsten, also das war jetzt ironisch gemeint, er möchte am liebsten, dass wir alle traurig sind und nur weinend in den Dienst kommen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Single-Börse aufmachen. Partner mit, Partner vermitteln. Kommt zu White Waters, finden Sie einen Partner fürs Leben. Ja, aber nicht bei uns, aber nicht wir, wie, wir unseren. Nee. So in etwa. Ja, und das ist... Das hat er mir vor, also gestern, ah, gestern Vormittag erzählt, als wir gerade diese Aufbauten gemacht hatten. Als ich nämlich erzählt habe... Er war mit Erwin bei Benything im Partyhof. Wie? Das war eine alleine Aktion, glaube ich, fast. Okay, doch nicht. Wieso, ist der nicht schön geworden? Ist doch ein schönes Pink, oder? Pink? Nein, der ist nicht pink. Der ist grün, ja. Ja, ja. So, wer war dabei? Den kündigen ich doch. Ach, nein. Also, wenn es um den Partybus ging, kannst du Erwin kündigen? Was, nochmal bitte? Wenn du mit dem grünen Partybus gehst, dann kannst du Erwin kündigen. Er ist nicht grün, er ist pink. Ich stehe direkt vor diesem hässlichen Ding. Warte, wurde der zweite auch rumlackiert? Du musst guten Morgen, Aki. Der zweite steht oben bei Verschabel. Verschabel ist hier. Hattest du mit, hattest du mit, mit, mit. Das ist keine Ahnung, wie die heißen. Hast du mit Avery gesprochen? Wegen den Stripperen? Welche Farbe hat der Partybus, bei dem du stehst? Hässlich grün. Ja, das war er. Und er hat zu uns gesagt, wir sollen sagen, dass er pink ist. Richtig. Ach ja, Avery, was ist eigentlich mit dem Dubstees? Um lackieren? Wäre auch nur ein pink, nein. Das werde ich machen, das werde ich niemals Erwin in die Hand geben. Ja, das ist gut. Du hast mir das Go dafür gegeben, sobald du mal da bist. Ich würde so fühlen, dass da mal endlich mal unser Logo draufkommt. Ja. Äh, ich muss gucken, dass da jemand, das kriegt ein Prozente, bei Winnie. Ich rufe gleich mal an. Guck mal, wenn sie die ganze Zeit jetzt so gefahren wären, hätte ich nichts gesagt. Jetzt ist doch völlig okay. Sie hat es aber lange gebraucht, bis sie kapiert haben. Ja, ich glaube, die haben jetzt so ein bisschen schon Aua. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja, definitiv. Du hast halt da doch durch die Gegend geschleudert. Ja, ja. Wenn du da so eine Stange vom Überrollbügel doch schon mal gegen den Kopf bekommst, da klingeln dir doch schon ein bisschen die Ohren. Bestimmt. Ja, aber ich habe das Gefühl, A, Iggy ist eifersüchtig und B, nimmt er sich gerade sehr viel heraus. Viel zu viel. Ja, ich habe zu Haru auch gesagt, ich sage, Haru, wenn mir einer Befehle oder Anweisungen gibt, ist es erstens mein Chef oder mein Ausbilder. Ähm, und nicht, nicht, ähm, jemand, der es nicht machen will. Weil die Schnitzeljagd hätte wirklich jeder übernehmen können. Das ist jetzt nicht so das Hexenwerk gewesen. Aber ich habe da jetzt mal so eine Frage, ähm, da steht, dass Alice Allrad einen Partybus kriegen sollte. Der steht dir aber nirgendswo. Ja, wahrscheinlich erst für morgen. Ja, da habe ich auch extra einen Terminblock schon vor einer Woche reingemacht. Vermute einfach mal, dass der ab morgen dann geblockt ist. Achso, das geht dir mal mehrere Tage? Ah, okay, okay, dann habe ich das gesagt. Ja, was für einen? Der Aufbau ist für morgen, also, äh, wenn der zweite Partybus heute nicht für was benötigt wird, dann muss ja morgen. Ah, was? In der zweiten Runde besser geworden. Aber ich glaube, die Autos... Ja, steht für morgen, ja, alles klar. Ist ein bisschen kaputt, ne? Ja, unbefühlen. Ganz dezent. Hey, dann haben meine Arbeitskollegen weiß was zu tun. Also für eine halbe Stunde haben wir Respekt. Ja. Das muss ich auch sagen, Respekt. Aber ihr fahrt den, den kann man auch noch im Windpark fahren, ne? Richtig. Ja, ne? Ja, ja, kann man. Ja, das kenne ich. Nur da halt ohne Emperor, nur hier komplett kaputt machen, ne? Ja, ja. In Windpark hatten wir das mal bei einem Junggesellenabschied. Das war aber dann in einem Rätsel mit inbegriffen. Ah, ja. Da hatten wir das kombinieren lassen. Hi, Avery. Hallo. Hallo, Avery. Kommt das mal eine Kündigung? Alter, die lebt ja auch noch, das ist ja unglaublich. Ja, ich... Hey, das muss ich von dir sagen. Ich habe volle Arbeit geleistet. Ja, super. Wo ist eigentlich... Kannst du ja direkt hier reparieren, ne? Wo ist eigentlich Max abgeblieben? Krank. Krank. Immer noch. Der hat die Männergrippe, aber die schlimmste Sorte, der stirbt. Oh no. Lass ihn begraben direkt. Ich rufe den Priester an. Kannst du direkt im Hospiz bringen? Direkt den Priester anrufen. Aber ihr hattet eine Frage. Die kümmert sich drum, wir soll nicht weitergehen. Ja, ob sie die zweite Runde besser gefahren ist, aber hat sie gefragt. Ja, 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 das war besser. Also ich hatte so ein bisschen Sorge, aber die zweite Runde sah dann schon besser aus. Das habt ihr euch ein bisschen besser benommen. Ja, Entschuldigung, manchmal benenne ich mich einfach daneben. Ist nicht, ist, äh, ist nicht, nicht schlimm. Liegt am Unternehmen. Halt! Du hast gesagt, ich soll mir die Autos als Hasspersonen vorstellen. Entschuldigung, das hättest du nicht sagen sollen. Oh, 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 Gott, oh, Gott. Wer waren die Personen? Du müsstest ja richtig Hass geschoben haben. Ja, voll. Ja, wollt ihr noch fahren oder soll der repariert werden? Ja, er kann repariert werden. Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Ja, okay. Ich ruf mal Bennys an. Ruf mal Bennys an. Ich mach mal den, ich mach mal dann die Mühle aus. Ja, macht das nicht Sinn, wenn ihr dreimal die Sechs anruft hier oben direkt? Drei mal D6, das ist direkt hier, Bennys Nord? Ja. Oh, okay. Oh, das wusste ich gar nicht. Sag mal, Mensch. Oh. Aber hier steht noch ein heiliges Auto links neben mir. Ne, wir sind immer in deinem Auto. Ey, Julian, bist du wieder hier? Ich glaub, das hat ihm die Sprache verschlagen. Ja. Oh, das ist einfach nur raus, ne? Die kommen her. Was denn? Was denn? Ja, ja. Perfekt. Wir haben ein Auto vergessen. Warum? Ja, das ist das nicht. Nein. Was? Was soll das? Warum bist du jetzt so? Wir können einspeichern. Es hier. Ey. Na, warte mal, habt ihr einen eigenen? War eigentlich auch nicht der Plan, so schnell wiederzukommen. Ja. Na klar. Ja, ciao, ciao. Warum? Tschö. Äh. Ja, ciao, ciao. Hä, der hätte das doch wissen müssen. Wow. Ach man. Ja, hallo. Bin wieder da. Na? Ja. Äh. 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 Ich sag, für den 30. Äh. Äh. Also es sollen mehrere Sachen sein. Wir wollen, äh. 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 Und dann den schönen Rundflug bekommen. Und das soll, äh äh. 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 Und das soll, äh. Äh. Wär das theoretisch möglich. Ja. Ja. So. Ab 19 Uhr. So so ab 19 Uhr mit Monster Truck. Dann Heli. Ja. Oh ne, ne, ne! Oh nein, warum? Nein! Warum rufen wir denn die ganzen Unfähigen? Hi, ich hab Arbeitsgeschaffungsmarschläume gemacht. Hallo! Ey, das hat voll Spaß gemacht. Warum, warum bist du jetzt? Oha, nur deswegen will er dich. Da ist einiges zu tun an dem Ding. Jep. Alter. Sollen wir freundlich sein und dann helfen? Avery, müssen wir eigentlich auch die Emperor wieder reparieren? Ich versteh dich hier oben nicht! Halt ihr euch dann um Essen, Getränke und so? Genau, ja, ja, das machen wir. Essen, Getränke, DJ, kümmern wir uns. Na super! Ne, dann finden wir bestimmt irgendeinen... Ja. ...Eyload. Was Lender ist. Mhm. Dreißest du ja auch. Ach, viel Angst. Ich weiß noch den Rundflug mit Avery, Vinny und Jules. Jetzt saß da wie so ein Mäuschen hinten drin so, mhm. Ich hab Höhenangst, ich saß da hinten. Ich kann auch fragen, ob Vinny fliegen kann. Halvinny hat es gut gemacht, aber ich hatte trotzdem ein bisschen Schiss. Er kann das. Ja. Äh... Emperor, ja. Für ihr macht das richtig. Okay. Die müssen also auch noch repariert werden. Okay. Ja, muss alles repariert werden. Ja. Aber jetzt Beschaffung im Maßnahme, ne? Ja, war richtig. Ja, ich bin anfangs zu wild gefahren. Ja, das ist richtig. Das ist so ein dreifacher Überschlag. Hattest du Frust? Neve hat zu mir gesagt, ich soll mir vorstellen, dass die Autos die Leute sind, die ich am meisten hasse. Entschuldigung. Ja, okay. Kann schon mal passieren, dass da ein dreifacher... Also der Hass, den habe ich... Den Hass, den habe ich aber auch schon gespürt, so. Eieiei. Einfach dauerhaft zu dir sagen, ich hasse Menschen. Ja, Steine sind okay, mit denen kann man wenigstens Menschen abschmeißen. Achso, und falls irgendwas sein sollte, ne? Da hinten, dieser Stein da hinten. Das ist Benjamin Sandstone. Das ist auch unser Psychologe. Mit dem kann man sich auch ganz gut unterhalten. Ich habe keine Frage mehr, ne? Ja, den hat Iggy damals benannt. Weil ich den angeblich gemobbt habe. Du warst den Stein? Ja. Ah, okay. Ich habe den Stein ausgelacht. Ja, würde ich auch machen. Ich kenne nur den Stein, der nicht beachtet wird und immer überfahren wird und, äh... ...dann das Karma zuschlingt. Hä, ich geh dir mal helfen. Eieiei. Eieiei. Ah, die hat ihn aber ordentlich mal trittiert, also... Die muss richtig Hass gehabt haben. Ja, wenn bei Bennys Arbeit... Also, ich weiß, die war mal ausbedrungen. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, aber... Also, ich meine, sie hat vorhin noch gesagt, so malträtiere ich meine Azubis auch. Ja, okay, dann ist sie noch, äh... Ausbedrungen. Oh, Jebi. Ach, Jebaba. Das ist ein Leuchttender, ja? Ja. Alles jam 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 da? Nein, hier ist er nicht da. Äh, die Schnitzeljagd-Kunden sind durch. Ach, super. Super. Perfekt. Nach 30 Stunden oder so, wenn sie es nicht eingefangen haben, weiß ich jetzt nicht. Gegen 18... Mach es jedes Klauschen auch einfach. Erst tanken. Erst tanken. Erst tanken. Erst tanken. Jetzt brauche ich schon das Kindes. Die müssen jetzt aber nicht die ganze Zeit dabei stehen, ne? Ja, nö, aber... Müssen die ja trotzdem alles einparken. Jaja, die rufen man meistens an, aber... Er schrägt eh gerade weg. Hm, 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 hm. Keiner Ahnung, ich kenn die beiden nicht. Äh, nee, wir waren erschief von Bennys. Ach. Aber dann ist er seiner Frau hinterhergereist. Mhm. Jetzt schätze ich, dass er wieder da ist. Lief jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Wahrscheinlich? Äh, ja. Ach, nee, alles gut. Ich bin nur froh, dass Claire krank geworden ist. Steht denn jetzt raus, der orange Dubstar hat das irgendwie eine Bewandtnis? Der ist krank? Ja, ja, sie ist krank. Und sie hätte heute eigentlich um 22 Uhr einen Escape Home, aber den haben wir ihr jetzt abgesackt. Weil die ist, die hat Fieber, alles, die soll im Bett bleiben. Dann jemand antwortet vermutlich nicht. Ja, gut, dann nehme ich das Ding jetzt. Ist das der Siemer Dubstar oder der Einser Dubstar? Nee, der Einser. Der Einser. Äh, der Einser müsste vollgepackt sein. Äh, der war für die Devil Lounge gepackt. Nee, für alles Allrad war der gepackt. Entschuldige. Weiß nicht, ob da jetzt noch was hinten drin ist. Nee, der ist leer. Dann ein, weg damit. Oder du nimmst den Meckl. Oh Mann. Aber die war doch erst krank. Ja, aber jetzt ist sie richtig, richtig krank. Also gestern hat sie sich schrecklich angehört. Ja, das war, das war heute auch nicht unbedingt besser. Nee, eben. Die hat richtig gebellt beim Husten. Deswegen. Ich hab den Kunden eine E-Mail geschrieben über die Escape Room Abteilung. Ja. Und sie sollen sich dann nochmal melden wegen einem neuen Termin. Aber ich möchte das, ey, ich möchte das Claire nicht antun. Bei aller Liebe. Einfach pro E-Mails. Ich muss mal in E-Mails gucken. Da ist nichts. Verschiebung Elena Piers. Ja. Genau, das ist die. Ich weiß nicht, was wir sagen, einen Termin. Hat sie geantwortet? Nee. Hm. Ach, Trainingstage. Achso, Avery, ich hatte noch gesagt, dass ich vielleicht eventuell Interesse hätte, auch an Redline mitzumachen. Ja. Habe ich auf. Muss die Ebene aufräumen. Hat irgendwer jetzt gerade noch Luft? Ja, was? Was ist denn noch? Wer ist das überhaupt? Ist das zwar Aki? Hm? Andere Frage, wofür? Markis Vermietung. Achso, na easy. Na ja, wenn ich gleich Fiat-Sati-Dinger abgegeben habe, kann ich ja wieder da runter fahren. Ist ja kein Thema. Nee, du bleibst bitte unten. Der Offer ist riesig. Unterstützt bitte Cory. Hm, ich weiß nicht, wie lange das hier oben noch mit den Wohnpropos dauert, das hätten wir das hier oben gemacht. Ich könnte auch fahren. Wie gesagt, die sagen dann eigentlich Bescheid, wenn ihr einpacken könnt. Na gut. Michael, bringst du gerade die Absperrung nach Cory? Dann übernehmen Kate und Ash das. Das tue ich. Ja, das tue ich. Genau. Aber wir sehen uns gleich an der Firma. Juck. Oder was war das gerade? Wir beide übernehmen, die unten das Brot vermieten. Wunderbar. Ihr müsstet den Kunden da oben einsammeln, bitte. Okay. Fall mal zur Firma, bitte. Aber natürlich. Danke. Das ist ein älterer Herr mit einer schicken Karo-Mutze. Der steht vor, wie wir atmen könnt ihr einfach reinsammeln. Machen wir. Wir nehmen einfach alte Leute einfach mit. Wenn ich so aufs Dings gucke, auf unsere Dingsliste, gibt es keinen Eggie mehr. Was? Es ist kein Eggie eingeloggt. In der Dienstliste. Jetzt bei uns in der Dienstliste, ja. Ja, ähm. Kann aber auch sein, dass der jetzt in Pause ist. Warum was ist denn? Der hat auch um 20 Minuten Grundflug. Ich bin jetzt hier an der Mole, an der gesagten Stelle. Keine Ahnung. Es kann aber auch sein, dass er gerade noch in Pause ist. Achso, okay. Aber sagt der das nicht normalerweise Bescheid? Normalerweise ja. Ich gucke gleich mal in der Fraktionsverwaltung. Da habe ich ja mehr Einsicht. Also das war jetzt echt überraschend. Das ist ja jetzt wirklich überraschend. Das ist ja jetzt wirklich überraschend. Ja, das ist ja auch nicht überraschend gegangen, weil er konnte ja auch nicht den Monster Truck übernehmen. Ja, okay. Das kann sein. Ach, ist mir auch egal. Sag ich dir ganz ehrlich, ist mir egal. Ja, also was heute mit Iggy ist, ist mir auch relativ ehrlich. Er wollte sich mir erklären, wieso, weshalb, warum er so reagiert hat. Ich sag zu ihm, du kannst doch jetzt nicht irgendeinen Kollegen von uns als Vollidioten bezeichnen. Wen hat er denn jetzt als Vollidioten bezeichnet? Ja, wegen der Sache mit der Mule. Warte, das ist, äh ja, das, äh ne. Äh, eure Rundflugkunden sind bei WGA. Und ich wusste ja, wegen der Mule, dass er damit ja dann, auch wenn er es unbewusst gesagt hat, mich gemeint hat. Das kannst du nicht bringen. Ich bin auch schon mal sauer, aber ich würde niemals, niemals irgendeinen meiner Kollegen als Vollidioten bezeichnen. Im Moment ist er ein Vollidiot, weil er sich so benimmt. Die Frage, die, er benimmt sich aber erst so, seitdem ich gesagt hab, nö. Mitunter. Wo ist denn hier jetzt ein älterer Herr mit? Äh, Iggy und wer auch immer gleich diesen Rundflug macht, mit so Entwo, die Dame ist nicht sehr begeistert, weil... Ach, warte mal. Wo ist er denn? Ok. Ray, die Dame ist, äh, nicht sehr begeistert, was Fliegen angeht, also passt da ein bisschen bezappt dazu an. Sie weiß auch nicht, was... Ach, das könnte er sein. Also, das wird witzig sein. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind der Herr, der die Marquis vermieten möchte? Äh, ja. Haben möchte. Auslage, ja. Ja, okay. Dann würden wir sie einmal zum Yachthafen bringen. Ah, ist klar. Na dann, kommen sie mit. Kommen sie dann nachher auch vom Yachthafen wieder weg? Äh, ich hab mein Auto hier eingeparkt. So müssten wir sie entweder abholen oder sie holen sich ein Taxi. Okay. 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 Fährt er uns jetzt doch hinterher? Ja, wenn er zwei Stunden das Boot haben will, eins bin ich groß und vor allem beim Feiern. Ja, das ist richtig. Also... Naja, dann... Soll er uns besser hin denken, ne? Ist einfacher. Ja. Für uns und auch für ihn. Genau. Übrigens, Iggy ist noch bei uns. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Hab's gehört. Mhm. Wird ja gern ein Mäuschen spielen. Die wollen ja meine Story nehmen, ja. Mhm. Mhm. Die ich im Übrigen noch umschreibe. Okay. Weil ich die Geschichte ausweiten werde auf... Ähm... Auf die heutige Zeit. Ja, teilweise hab ich davon ja schon was gelesen. Mhm. Ich... Ich nehm das nur als Eckpfeiler. Ja. Ich erzähl die... Ich erzähl die freie Schnauze. Ja, ja. Als Orientierung so. Mhm. Nur reine Orientierung, genau. Ja, und das andere muss ich gucken, ob wir das irgendwie bewerkstelligen können. Ja. Auf den... Auf den Spuren von Doreen, Crane, Evans. Wenn das gebucht wird, dass da unten in dieser Grotte Leute drin sind, die... praktisch gesehen eine schwarze Messe abhalten. Hohoho. Ist geil, ja? Ist wirklich... Ohhoho. Aber stell dir mal, ist das so... Eigentlich ist das eine geile Geschichte. Ja, ja. Wenn du das machst, dann musst du da in diese Grotte rein und du musst dann... praktisch gesehen eine schwarze Messe drin. Mhm. Die sind geschockt fürs ganze Leben. Das kannst du aber laut sagen. Weil ich weiß ja nicht, ich glaube die Schlachterei... darfst du, glaube ich, nicht betreten, richtig? Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen Folterkeller. Da wird ein stummer Alarm ausgerufen. Ah, okay. Das ist unten in der Nähe vom Hafen. Aber irgendwie dann doch nicht und dann wieder doch. Ich weiß nicht. Ja, das müsste man mit den Cops abklären. Ja, selbst die sind sich da nicht so 100% sicher. Wir hatten das ja schon. Wir hatten das Problem ja schon. Mit wem muss man denn da quatschen bei den Cops? PR-Abteilung, würde ich sagen. Ja, dann mache ich das mal. Dass ich da mal reinfragen will, dass wir dann eventuell Bescheid sagen. Dann und dann, wie wir das bewerkstelligen können. Ob es da irgendwas gibt. Jo. So. Wir sollten mal hier gleich ein bisschen aufräumen. Ich kann dir sagen, ein Boot ist von uns. Alle drei sind von uns. Also, eine Bewerbung. Säge mit der Fertigungen. Aber das ist das, was wir jetzt noch mal ausgerufen. Also, das ist die Frage auf die Frage, die sich nicht zu verwerfen. Ich bin der Fertigungen. Also, wir sollten das mal ausgerufen. Okay, ich bin der Fertigungen. 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 Ich fahre die Maquis ein kleines bisschen weiter an den Pier ran, dann können sie gleich da rauf gehen. So, dann können sie gerne mit rauf kommen. Oh, das war... Uiuiui, das war grad rutschig. Oh, äh, Momentchen. Könnte ich noch mal ganz kurz hier ans Ruder? Ich wollte grad nur mal ein bisschen richtig stellen. So, ja, perfekt. Okay. Dann, ähm, sie möchten für zwei Stunden das Boot haben? Okay. Dann stelle ich ihnen zuerst die Rechnung aus. Das wären... Oh Gott! Bist du denn des Wahnsinns? Bist du denn des Wahnsinns? Ja, ich hab gedacht, dass das da draußen ist. Nee, nee. Nein, nein. Unsere ganzen Boote haben diese Farbe. Nur diese unverkennliche. Ist mir, ist mir dann aufgefallen. So, dann komm, ab zurück zur WWA und aber schnell umziehen. Ja, 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 ja. Das eine, das, das, das eine, ja, 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 ich bin abgehärtet mitunter, es ist weg von zufrieden. Das eine Boot, was du grad eingeparkt hast, das ist von uns. Wir sind nämlich vorhin mit dem Boot von Kyle wieder zurückgekommen. Ach so, ach so, okay. Ja, aber damit dann der Platz frei ist, dann wieder für die Maki. Äh, Ray, bist du soweit? Ja. Machst du die Sitzhaltung an? Aber sowas von, ich knall die gleich so voll hoch. Ja, bin so weit, mein. Alle beide Sitze. Oh. Auch abgerutscht. Ja, wenn, dann gehen wir beide baden. Ist doch auch immer was. Ja, ja, du hast, aber du hast wenigstens noch trockene Klamotten teilweise. Also, ich kann dir geben, allerdings alles nur kurz. Nee, nee, ich hab ja was, ich hab noch, ich hab noch was im, 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 äh, in meinem Spind drin, also alles gut. So. Aber ich muss jetzt, nichtsdestotrotz muss ich noch den Wagen hier einmal tanken. Ja klar, mach. 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 So, jetzt wissen wir immer noch nicht, welche Stripperinnen von morgen organisiert wurden. Das ist richtig, das wird mal langsam auch Zeit. Ich finde immer noch, wie sollten die vom Unicorn... Entschuldige, wenn ich das jetzt mal sage, die Frau redet aber auch mit keinem. Also ich rede jetzt von Ivana. Die redet mit keinem, die schreibt Mails, hat sie mal mit irgendjemandem gesprochen, der in dieser Akte drin ist? Also... Nö, nö. Das ist von Cory, glaub ich. Mhm. Das glaub ich auch. So. So. Voll den Laster. So. 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 Aber jetzt schnell aus den Klamotten raus. Ja. Meine Schuhe. Meine Füße. Äh. Gott, da hab ich auch noch Klamotten drin. So. 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 Wieso geht das nicht? So, schnell umziehen Ja Schnell den anderen Hoodie an Ja Und andere Schuhe Äh, ja Hallo ihr zwei Ey Ihr habt es eigentlich Nein, einfach nur eiskalt Warum? Weil wir beide Ins Wasser gefallen Ja Ah, okay Ähm, warum, warum, egal Ich frage mich, alles gut Die Kundin von dem Escape Room im Sumpf hat angerufen Ja Den ihr verschieben wolltet Ähm, ich hab die jetzt noch nicht zurückgerufen Weil ich dachte, das macht mehr Sinn Wenn ihr das auch machen wollt Oder mit Claire machen wollt Oder Ja, ja Sie war ja vor allem Ihr war das ja wichtig Weil sie den ja auch mal selber führen wollte Darum ging's ja Ist halt jetzt die Frage Ob wir warten, bis die wieder fit ist Oder Also der wird ja auch des Öfteren nochmal gebucht Theoretisch kann sie auch dann den nächsten übernehmen Ja, 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 den, den, der nächste, der wäre am... Am 21. Am 21. Am 21. Also am 21. Würde ich sogar tun bei... Also am 21. 23. Genau Am 21. Am 21. Von Wood, aber... Von Wood Richtig, das kommt auch noch dazu Ach so Selbst wenn keine Buchungen sind Poste ich diesen Flyer einmal Und dann hat sich das erledigt Und so werden wir eh überrannt So, das heißt, äh... Also Claire wird noch genug... Ja, ja ...möglichkeiten haben, richtig Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, trotzdem... Also ich kann den auch leiten Oder du, Kate? Fragezeichen? Ja, und das Ding ist immer halt, dass der um... Dass die immer nur erst um 22 Uhr können Aber du wärst doch jetzt auch dabei gewesen, oder? Ja, aber als Helfer Ach so, ich dachte, weil... Wenn es dir zu spät ist, dann... Müsst du ja auch als Helfer nicht bleiben, oder? Ja, aber ich wollte halt, äh... Claire da ein bisschen helfen, weil sie es halt noch nicht gemacht hat Deswegen hatte ich mich als Helfer mit eingetragen Um ihr so ein bisschen nochmal um die Arme zu greifen Also hast du dich wieder eingetragen, obwohl es dir zu spät ist Ja Wenn ich ehrlich bin, ja Weißt du eigentlich, dass du... Du musst auch mal Nein sagen Ja, aber... Du Arme Ich weiß, aber ich wollte Claire halt unter die Arme greifen Ja Verstehe ich Was haltet ihr davon, wenn wir den jetzt einmal verschieben Und das mit der Dame dann machen Dann haben wir heute Abend eventuell nochmal ein bisschen Freiraum Weil morgen haben wir ja auch noch... Der ist ja schon... Also der ist ja schon abgesagt für heute Abend Das ist ja sowieso schon durch Genau Aber die Kundin hat halt angerufen und fragt und hat halt nach einem neuen Termin gefragt Ja Und deswegen wollte ich euch fragen, weil wenn ich jetzt mit der einen Termin mache, macht das wenig Sinn Wenn... Wenn wir dann nicht können Wenn wir dann nicht können Wenn ihr oder vor allem du ersch Bock hast da mitzumachen Und ich dann einen Termin mache, wo du nicht kannst Ist halt... Doof Also ihr müsst beachten, ich bin ab 24. mit dem Urlaub Ja, aber bis dahin... Am 24. ist Claire's Hochzeit, da können wir sowieso alle nicht Richtig Und bis dahin kriegen wir das auf jeden Fall noch irgendwie unter Dach und Fach Na klar Ja, das ist... Kein Problem Okay, also... Ruft einer von euch die Kundin an? Ja, ja, ich mach das Wunderbärchen Das äh... Das ist absolut... Das ist absolut... Absolut kein Problem Gut, hier... Wer hat denn die Event-Seitstelle? Wer hat denn die Event-Seitstelle? Wer hat denn die Event-Seitstelle? Das ist ne gute Frage Ähm, Ash, du kannst ja gerne die Haupt-Seitstelle nehmen, ich hab den Anruf schon getätigt Ach, Schätzelein, du bist echt dämig Wieso? Weil ich die Event-Seitstelle doch brauche Und ich... Von was? Ich... Ich komme durcheinander, glatt mit auf Ich rufe jetzt von der Event-Seitstelle oder von der Haupt-Seitstelle an? Das ist egal Ist eigentlich scheißegal Also... Okay, wenn das egal ist, dann ist das... Die Sache ist, auch die Haupt-Seitstelle, die kennen die Kunden halt meistens Und dann ist es sinnvoller, dass auch Rückrufe kommen Wenn du mit der Event-Seitstelle anrufst, ist es halt oft so, dass die Leute die Nummer nicht kennen Okay Und dann nicht zurückrufen oder nicht wissen, ne? Okay Alles klar Danke, hab sie mir mal kurz geklaut Also es ist eigentlich egal, mit was du anrufst Okay Nur heiße Schlüsse nicht Die bleiben sollen halt auf die Wettbewerbsstelle, damit man halt seine Ruhe hat, ne? Mhm Finde ich los, alles klar Warte, ich ruf die schnell an Ja Ja, super Okay Oh! Okay! Das war... Das war... Ja... Äh... Ah... Okay, alles gut Du hast einen ganz schönen Schlag drauf, muss ich sagen Tut mir leid! Alles gut Das war die Fliege, die da im Monitor war Ja... Hast du verscheucht Ja, ja Das macht einen manchmal echt, äh... Wahnsinnig Mh... 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 Dann ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Erlegisch Und dann kann ich die Akte wegmachen So, dann haben wir hier nicht Dann haben wir hier... Welche... Äh... Elena Pierce war das, glaub ich Elena Pierce, richtig Ja, genau Achso, ähm... Airfield kann ja auch erledigt werden Wird's gemacht? Wird's gemacht? Der Monster Truck? Ja, 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 ja Die haben ordentliche Hüpferchen gemacht Ja, die war ein bisschen übermotiviert Ja... Sehr... Ja... Die war sehr übermotiviert Ach, ich wollte... Genau, das wollte ich noch eintragen Das ist so viel, ne? Äh... Darf ich mal kurz... Darf ich mal kurz was sagen? Ja? Ich kann diese Akte... Also mit Akten ist es echt mitunter ein bisschen weird Wenn ihr irgendwelche Aufbauten macht, dann kann ich die nicht sehen, wenn da bloß Equipment drin steht Sehe ich auch nicht Ja, musst du auch nicht Okay Du musst... Du musst nicht alle Akten sehen Machst du nicht Bescheid Also du siehst ja alle Akten Du siehst ja alle Akten im... bei den Akten unter dem Reiter Akten Hm... Übersicht ist eigentlich dazu da, dass du nur Akten siehst, die speziell dich betreffen Dafür ist dieser Reiter da Ich werde auch mal wieder eine Ankündigung schreiben, weil sämtliche Schnitzeljagden Das ist alles Equipment... Event Abteilung Das ist eigentlich auch nicht Mitarbeiter So... Weil... Es kann die jeder machen Es kann die jeder machen Das ist das, wo wir von weg wollen Nur weil ihr nicht als Sachbearbeiterin steht, heißt es nicht, dass ihr euch nicht verantwortlich fühlt Dafür haben wir ja dieses Feld übernimmt Übernimmt Der und der Oder Leitung Person X Und führt jetzt die Akte 2875 Das ist die Ich glaube, die hat sie schon gefunden Und die telefoniert Ich hole mir noch einen Tee Mir friere die Finger Ach da... Acht da... Okay, wir haben wenigstens einen Markt Der Gott sei Dank Tschönen Vamati Dumm dum 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 nhân Ähm... Ev Grrani? Ja? Ich wollte noch irgendwas von dir Warte kurz Jetzt kannst du die Akte meinen schreiben Wenn's um kleine Haier geht, dann war ich dumm Hä? Wieso? Warst du das mit den drei Turbussen? Nee. Okay. Nee, wenn's um ein kleiner Hai geht, weil ich da was falsch geschrieben hab. Ich hab auf einmal irgendwie 300 Dollar und ich weiß nicht, woher die 300 Dollar kommen. Hä? Nee. Nee, darum geht's nicht. Es ging um irgendwas anderes. Ähm. Die drei Turbussen war ich nicht. Bin unschuldig. Nee, nee, den Verursacher haben wir schon. Haben wir schon. Ja. Achso, morgen diese Stripper. Wir haben jetzt zwei Angebote. Einmal vom Unicorn, 1500 pro Person. Da sind dann aber auch Security-Leute, die sich um die Damen kümmern. Oder Elysium für 2000. Ich dachte, Elysium wurde jetzt schon angefragt. Ja, das ist... Die Hawkins hat ja schon noch einen Preis gefragt. Aber jetzt... Also Ivy hat jetzt beide angefragt, aber hat bis jetzt nichts weiter bearbeitet. Ja, aber da stand doch... Das stand doch in der Akte, dass Elysium angefragt wurde. Also mein Stand ist, dass Elysium genommen wurde, weil die 1000 Dollar günstiger sind als äh... Das Unicorn. Hm. Wir haben der Hawkins... Ich glaube, Haru hat der Hawkins schon den kurzen Vorenschlag jetzt ausgeschickt. Also das ist jetzt relativ... Dann... Dann müssten wir noch dem... Dann müssten wir dann aber Elysium Bescheid sagen, dass dann morgen die beiden dann da sind. Wer da ist? Also ich habe hier noch drinne stehen... Von den Tänzern. Ähm... In der Akte steht nichts drin von Elysium. Es steht drinne Unicorn-Tänzerinnen. Bin in der Akte von den Männerahmt. Ja, das ist richtig. Okay, ihr müsst mit Haru gehen. Ich hab keine Ahnung. Ich blick langsam nicht mehr durch. Ah! Es ist so viel. Ich... Okay, es macht Sinn, dass... Es steht in den Positionen, stehen Elysium-Tänzer drinne. Ja. Okay, ja gut. Dann gehen wir danach. Okay. Gut. Dann nehmen wir dann jetzt die Elysium-Damen. Ja. Okay. Damit dann... W-W-A-Leistung... Genau. Und die Game Night, die mache ja ich. Genau. Übernimmst du die? Das wäre... Ich wäre dir sehr dankbar. Die ist schon fertig. Na gut, die Game Night... Die Game Night ist... Wird ja vor Ort gemacht. Aber, ja. Fertig geplant. Ja, die... Die... Die Frage ist nur, inwieweit darf ich sie ärgern? Hä? Irgendwie darfst du sie was? Ärgern. Es kommt darauf an, wie die drauf sind. Oh, da hast du die Fragen von ihr noch nicht gehört. Oh. Wie gesagt, die habe ich ja gesagt. Kannst du stellen, wie die besoffen sind. Genau. Ja. Hm. Das müssen wir halt gucken, inwiefern die da schon angeheitert sind. Ich fang... Ich fang... Ich mach das ganz einfach. Da hat sie sich versteckt. Ich fange langsam an und steigern mich dann. Hallo. 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 Wie geht's dir? Ihr könnt auch hier rüber gehen. Ihr müsst keine Angst haben. Hallo du, wie geht's dir? Hallo. Mir geht's gut. Hallo. Wunderbar. Ja, wie immer. Scheiße ich. Ja, man kennt's nicht anders, ne? Ja, anders wie immer. Hat sich nicht viel geändert. Ja. Hallo. Hi. Schön dich zu sehen. Hallo. Ich find's aber schön, dass Avri antwortet auf mein Hallo. Ja. Hier klingt auch schon wieder totes Karl schon wieder on the way. Ey, was? Ihr wird in ihrer Stimme wegkackt, denn sie Karl. Ach, K-Kaaal! Kaaal, das tötet Menschen. Oh mein Gott. Okay. Ich würd' sagen, der übliche Rest steht hier. Du kennst doch unseren Gurkenverein. Das ist Luna, nicht ganz lange bei uns gearbeitet, war mit Ausbilderin und ja, nur für dich als Kontext. Okay, gut. Oh mein Gott, wir haben so viel Spaß. Warte, was hatte ich denn jetzt noch, mein Gott. Und sonst, wie geht's euch, außer viel Stress? Boah, muss ja, ne? Ich will mal kurz ausreden. Ja, muss, muss, muss. Das ist ein normaler Chaos. Ja, tatsächlich. Das ist, äh, schrecklich. Äh, okay. Du, Kate, habt ihr die Marquise noch nicht eingetragen? Oh, ja, warte, warte, warte. Gut, dass ich nochmal nachgekommen hab. Ja, 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 ja. Ich bin dabei, ich hab... Ich wollt's grade machen. Nein. Ich glaub an euch. Weck den Scheiße. Okay. Machen die sich auch alle kaputt? Ich wollte irgendwas Wasserfahrzeug Geht da So, 15. Ihr habt bestimmt Hunger, ne? Wie hätt ich gesagt, bin ich ganz gut versorgt. Ich aber auch. Das ist mir egal. Hab ich selber gemacht, müsste jetzt essen. Ja, ja, so geht's mir auch. Warte, ich taus' mit dir. Okay. Hauselfen find ich ja niedlich. Ja, bitteschön, fix Paprikahuhn dafür. Super. Ja, ist ja schmecken. Ich dachte, man tauscht uns nur so Karten und so. Ne, jetzt tauscht man Essen. Mir wünschen, du kannst auch welche. Danke. Ja, wir haben jetzt... Nikos ist ja wieder da. Freund von uns. Kennst du Nikos? Bestimmt. Ne, tatsächlich. Also ihr habt schon viel von ihm erzählt, aber getroffen habe ich ihn noch nicht. Ja, gut, okay. Der war jetzt fast drei Monate erst auf Weltreise, dann in Griechenland in der Heimat bei seinem Papa und ist jetzt wieder da und wohnt zurzeit in unserem Gästezimmer. Ja. Und als Dankeschön kocht er halt regelmäßig. Och, das ist süß. Ja, deswegen sage ich, wir haben jetzt einen kleinen griechischen Hauselfen. Weil wir sehen ihn halt auch kaum. Also wirklich kaum. Er ist halt wirklich einfach nicht da. Er kocht halt. Loppy hat seine Hände gebügelt. Das ist halt wirklich so. Er ist halt wirklich wie so ein Hauself. Das ist total süß. Nikos hat seine Hände gebügelt zur Bestrafung. So lange er nicht anfängt und kommt Meister an zu reden, ist alles gut. Aber das ist halt, das ist irgendwie cool. Ich finde es sehr schön, dass er bei uns wohnt. Nicht nur, weil er kocht, sondern einfach, weil ich es schön finde, dass er wieder da ist. Weil ich mich freue, dass er wieder da ist. Ich habe ihn einfach gerne um mich, auch wenn ich ihn nicht unbedingt oft sehe. Mhm. Toller Typ. Toller Typ. Okay. Das hake ich ab. Da kümmert ihr euch drum. Dann melde ich mich, wenn es soweit ist. Wir sind immer noch bei dem Aufbau Devils Lounge, ne? Alter. Aber deswegen habe ich Michael ja gesagt, er soll unten bleiben. Weil wenn er jetzt auch wieder hochgefahren wäre, wäre Corey wieder alleine. Und dann würde das noch länger dauern. Ja. Gut. Für morgen ist ja auch alles soweit ready. Ja. Hast du die Dame jetzt erreicht, Ash? Wegen Escape Room? Jep. Gut. Dann habe ich auch eingetragen. Die Dame fragt nochmal nach und meldet sich dann. Okay. Wie oft kann es in dieser Stadt regnen? So viele Klamotten haben wir nicht. Ja. Einfach nur ja. Ich empfehle den Windbreaker. Ja, ich glaube den ziehe ich jetzt auch an. Weißt halt alles ab, was irgendwie... Oder die Jacke, also die Dicke, ne? Jetzt gehe ich mich nicht mehr um. Ich gehe eh nachher in den Feierabend. Wenn nachher ja Deluxe eröffnet, dann bin ich ja wohl sowas von da. Ja. Ja, wir sind ja alle eingeladen. Mhm. Genau. Mit Deluxe. Ja, Deluxe hat eröffnet heute. Und wir sind alle eingeladen. Ja, aber was eröffnen die? Ja, ihre Staatlichung. Oh, das weißt du noch gar nicht. Die sind jetzt verstaatlicht. Die sind jetzt in dem Pearls-Gebäude. Ja. In dem Pearls? Ja. Die haben das Pearls-Gebäude gekriegt. Das ist jetzt nicht mehr das Pearls, aber die haben das Gebäude gekriegt auf dem Pier und sind jetzt verstaatlicht. Und ich bin so gefreut für manche. Vor allem das Beste ist einfach Alex und ich. Wir beide haben mit meinem Ex-Mann dort zusammengearbeitet in Pearls damals. Alex ist damals mit einer bescheuerten Begründung gefeuert worden von dort. Und jetzt hat es Alex. Aber ist da noch das Casino unten drin oder ist das auch raus? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nicht da. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt so eine schöne Genugtuung, dass es jetzt Alex bekommen hat. Okay, Ash, kann ich dich entführen, weil sonst werde ich gleich entführt. Ja, 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 ja. Ich wollte auch mal was von dir, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin nicht alles, nur nicht raus. Ach, äh, super. Was wollte ich denn von Avery? Weiß ich nicht. Ach ja. Okay. Also. Es ist einfach so viel. Ja. Ist für morgen denn alles klar? Die Selbstaufbauten im Lager? Da war ich nämlich beim Lager heute. Unicorn-Rückgabe. Partybus. Unicorn war glaube ich gerade schon hier. Das soll noch einmal überprüfen. Die waren hier um was anderes anzunehmen. Ja, die war vorher schon mal hier. Achso. Aber ich kam noch nicht dazu, dass du überprüft, welcher der Gleichstellung hatte. Ich schau mal fix nach. Ich kann sie dir auch wieder abnehmen, aber ich bin gerade ein bisschen durchgedreht. Ich brauchte weiter, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, war ich nicht hier. Selbstaufbauer, Unicorn, die Nummer. Ach, 1113. Wer hat sie denn? Wie geil. Ich hab keine Ahnung. Wer wird sie haben, denk ich. Guck mal, ob die unbesetzt ist. Ne, ist unbesetzt. Keine hat die. Super. Es ist nicht unbesetzt. Ah. Ah, ne, doch nicht. Ich hab mich vertan. Es war Event. Ja, ja. Alles gut. Die Eventhalbstähle ist unbesetzt. Absperrung. Und Absperrung. Neutral. Ich schau mal nach. Hä? Nein! Oh, der hat ja wieder aufgehört zu regnen. Jibbi! Was soll ich mit so viel essen? Ich schau mal nach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie wollte Equipment von uns? Ja, das hatte sie auch mitgeteilt, für den 23.11., würde ich sagen, aber sie hat gesagt, sie hatte jemand versucht, bevor sie hier oben war, ich weiß nicht ob Sound ging oder irgendwas anderes. Vielleicht ging es auch um Unicorn-Tanzgeschichten, keine Ahnung. Also Rätselplanung ist drinnen und meines Wissens nach übernimmt es einer. Weil da nichts drinsteht. Weil es nichts drinsteht, richtig, aber meines Wissens nach übernimmt es jemand. Weil ich hatte ja gesagt, bitte anrufen und euch drum kümmern. Ja, ich glaube, Ash, Ash, glaube ich, war Soundstock, glaube ich, neben uns. Glaub ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich, bevor ich am Feierabend bin... Okay, Ash hat auf jeden Fall den Termin eingetragen im Kalender. Ja. Und, äh, Jason Malone, oh nein, wegen Run. Jason Malone, nee, da, wie gesagt, da kam ich noch nicht zu, weil... Viel, es ist viel, ich weiß, alles gut. Mhm. Ich versuch nur irgendwie her über diese ganzen... Ich weiß, du versuchst kurz zu koordinieren, ja. Ja, ja, es fällt mir aber sehr schwer, weil es einfach so viel ist. Ja, genau. Man verliert schon nicht jetzt schon den Überblick über die Übersicht. Ja, die Übersicht nutze ich gar nicht mehr tatsächlich, es bringt einfach nichts. Ja, aber es gehen ja trotzdem dadurch irgendwelche Akten verloren, die halt noch keinen Termin haben. Ja, ich gucke jeden Tag immer in die Aktenübersicht. Ja, doch, deswegen gucken wir direkt in die Akten, in die Aktenakten und nicht immer in die Übersicht. Ja, ich versuch mal den Jason Malones anzurufen. Okay, ist nicht erreichbar. Ja, dann würde er eintragen. Naja. Ähm, schon dabei. Ich würde auch, äh... Afri! Äh, Ash? Mhm? Ich hab auch mal bei deiner neuen Rundfluggeschichte die Mitarbeiter rausgenommen. Nämlich, ich würde noch mal ne, äh, ich würde das eventuell noch mal in die Ankündigungsakte schreiben. So von wegen, hey, wir haben da ne neue Geschichte. Äh, wer die erzählen möchte oder wer das umsetzen möchte, kann das gerne beim Rundflug quasi umsetzen. Macht. Äh, weil ich die Idee echt gut finde. Die kommt auch wirklich super an. Auch da ist die Frage, ob da alle Mitarbeiter getaggt sein müssen. Okay. Afri, wenn du weiter drückst, hat der Druckstellen, dann ist der kaputt. Ja. Hallo! Wolltest du noch irgendwas von mir? Ähm... Immer. Kannst du mich kurz überlegen. Ach, scheiße. Ich hatte auch noch irgendwas, aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann's dir nicht mehr sagen. Das kommt wahrscheinlich gleich, wenn... Also aus dem kleinen Hai hat ich jetzt angepasst, ne? Wieder auf 100 Dollar. Warum auch immer, dass da... Ich kann's dich erklären. Okay. Also ich kann's nur erklären, dass wenn ich irgendwer nebenbei zugebabelt hat und dann wahrscheinlich die 200, 300 nebenbei fiel. Ja, weil es halt einfach in beiden Akten falsch war, deswegen war ich so verwendet. Ach so, nee, das hatte ich eingetragen, weil das für vier Stunden wollten sie auch den Tourbus haben. Also hab ich mir auch gedacht, für vier Stunden, äh... Aber das war nicht in den Positionen. Hä? Ich hatte... Also in Positionen waren nur die Tauchanzüge. Da wurde aber auch viel drumherum gewerkelt in der Seite. Das ist richtig. Da war die Tauchanzüge auf 300 Dollar und die hab ich jetzt auf 100 Dollar und sonst war da nichts drin. Also ich hab nichts rausgenommen. Welche, welche Akte du denn hast? Mit dem Preis angepasst. Ich glaub, ich meine, das war hier dieses, ähm... Wo sie auch den Tourbus haben wollten mit dieser Korallenansiedelung oder so. Ist das die vom 16? Ach so, ja, ich war bei dem, was jetzt in, äh, zwei Tagen ist. Ach so, ja, nee, 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 das, äh, nee, das ist was anderes. Ähm, ist das, das, wo die... Ja, da hat die einfach mal eine 1,3 verwechselt. Die kann auch passieren. Ähm, ist das, ist das, ist das die Akte, wo der angerufen hat und gefragt hat, ob das jetzt über die Tankstelle oder über den kleinen Hai gemacht wurde, wo das um 17 Uhr abholt werden soll? Ach ja, mhm, wahrscheinlich. Ob die bei der Tankstelle... Ah, da... Genau. Ich weiß es wieder. Äh... Da ist Taupe Kid mit drin, achtmal für 100, aber der Tourbus ist raus. Nee, das ist bei der Ansiedlung von Korallen. Oh mein Gott, das ist ja alles so durch... Das sind zwei Termine. Das ist ja so angst durch... Okay, dann war ich... Ich war nur in der einen aktuellen... Ja, jetzt versuch mal da den Überblick zu behalten. Ja. Ähm. Ja, und da macht Evry hier doch so ein Späßchen mit Einsen und Reindes. Wunderbar. Apropos ein Späßchen machten, magst du die Protokolle noch irgendwo... Ein... Hast du über mich eingetragen? Schreiben. Wenn ja, dann weiß ich nicht, warum. Welche Protokolle? Haben die Mitarbeiter gesprächen? Wollen die Mitarbeiter gesprächen? Ja. Mhm. 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 Ich mach das morgen früh. Morgen früh. Bist du morgen nicht... Bist du morgen da? Du hast gerade gesagt, bist du morgen nicht da? Ja, morgen Abend, aber morgen früh schaff ich gleich. Ah. Ah ja. Ja, super. Ich würde gerne... Ich würde gerne wissen, was besprochen wurde. Ich gehe. Alles klar. Also, ne Aufgabe für dich. Nee, alles gut. Haben Sie bei mir halt... Äh, Mitarbeitergespräche macht und ihr seid Fachabteilung und Chefs, dann... Nee, ich hab eh keine... Nein, wir ziehen uns schon zurück, wenn irgendwas euch nichts angeht. Genau. Okay, das wird jetzt nicht hier direkt bei den PCs gemacht. Na, da könnte ja jeder mithören. Kommt auch mal auch keine Mitarbeitergespräche machen. Also, ihr könnt immer davon ausgehen, wenn's ernste Sachen sind, gehen wir zum Steg runter. Genau. Ah ja, okay, okay, okay. Derjenige, der dann dran ist, der wird dann Richtung Wasser gedreht? Und wenn's richtig ernst ist, dann fahren wir in die Aussteller. Okay, aber hat jetzt keiner mehr was für mich? Ich glaube nicht. Wenn irgendwas ist, schreib dich für noch her. Mein Mann ist nicht dabei, zu Not ruft an. Okay, dann... Ach, die warten alle auf dich, ja? Ja, ja. Dann darfst du jetzt gehen, Avery. Du darfst gehen? Das sagt der Teamleiter. Wir haben ein bisschen Liebe für Avery. Die braucht das. Oh. Weißt du was? Darf ich jetzt gehen? Darf ich spielen gehen? Ich geh beim Nächsten. Geht spielen. Ich will zum Drix. Ich auch. Ja. Macht nicht mehr so lange. Ja, aber sie müssten ja eigentlich um 21 Uhr später sein. Ja. Willst du mich verarschen? Tschüssi. Tschüssi. Aber ich warte ja trotzdem... Also wenn, dann fahr ich sowieso auch noch auf meinen Mann. Klar, es muss man nicht mehr gehen. Ich warte auch auf meinen Mann. Ich warte beim Aufbau, ne? Ja. Bald fertig. Ja, das brauchen die Kangenstützen mehr. Aber sonst würde ich jetzt gesagt, dann müssen wir uns doch mal eben runterfahren. Und, äh... Äh, Corey ist halt bald seit anderthalb bis zwei Stunden da unten drin. Ja, da war aber auch die Großzeit alleine, ne? Ja, ich weiß. Aber Mike ist ja jetzt dazugekommen und ich hoffe einfach mal, dass sie bald fertig sind. Ansonsten fragen wir eigentlich einen Rundfunk. Ja, das wollte ich gerade sagen. Michael, Corey, braucht ihr noch Unterstützung? Corey ist, glaube ich, nicht im Funk. Der ist aus dem Funk rausgegangen. Sagen wir noch immer. Äh, ne, wir sind hier gleich durch. Oh Gott, ja, gut. Okay, alles klar. Kommt ihr auch mit, Ash? Ich verstehe die Frage, ne? Entschuldigung. Wir haben schon, wir haben schon... Ich hab Sachen. Was? Du hast Sachen? Ja, Klamotten. Ah, aber gut, dass wir uns heute durch Suchfälligkeit angezogen haben, Aki. Oh, oh, ich glaube, ich bin ein bisschen over-dressed. Meinst du? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich zeig euch mal mein... Ich wühl gleich erstmal... Ich wühl gleich erstmal in meinem Kleiderschrank, ob ich was passendes finde. Also entweder friggere ich mir den Arsch ab. Das weiß ich noch nicht. Na, echt eher den Rücken. Eher den Rücken. Ja, wenn, stellt sich einfach Cori dahinter. Und da ist mir das egal. Oh, ich bin jetzt mal so ganz frech. Ist mir egal. Er ist da. Ich muss ehrlich sagen, es steht ihr so gut. Ja. Vor allem mit den Haaren. Ich finde... Aber... Äh... Ja. Ich gehe auch erst nachher noch heiß. Und so. Das andere ist noch knapper. Also, ja. Erinnerst du dich... Haru, erinnerst du dich an die Hochzeit von Ella? Diese eine, die da dauernd getratscht hat? Die hatte so ein ähnliches Kleid. Ja, super. Boah, die hätte ich ja fast... Die, der wäre ins Gesicht gesprungen. Nackt. Wirklich. Während der Rede, also während der Trauung, einfach die ganze Zeit abquatschen. Oder einfach richtig laut. Ja, Schatz. Das ist so lästig. Warte, kann ich dir direkt sagen... Ja. Preis? Steht eine drinne. Soll ich dir die schicken? Borschi, borschi. Ja, vorne mal. Ja, okay. Kannste. Es steht drinne. Okay. Bis gleich, mein Schatz. Ciao. Der hat gefragt, wegen Rechnung stellen. Ja, dann lieber Rechnung stellen, weil es ist doch eine Menge. Das ist, ähm, ja. Das ist bei... Kann aber auch für Ort machen. Es scheint nicht da zu sein. Die ist nämlich immer erst ab 22, 23 Uhr da. Ja, super. Dann kriegt sie eine Rechnung. Richtig, richtig. Dieser von Independent Nightlife hat dann der Pferd vorhin auch bezahlt. Der war persönlich hier. Ach, apropos. Ähm, wenn ihr Leute habt, die das Bahamas mieten, ähm, ihr könnt, ähm, in den Personenakten, ähm, also wenn ihr mal zum Beispiel bei Independent Nightlife reingeht, in die Personenakte. Und ihr geht auf... Ja. Und ihr geht auf Querverweise. Ja. Dann habt ihr da die Personen, ähm, die da... Also er ist in dem Fall Ansprechpartner. Und wenn ihr wisst, dass eine Person XY irgendwo eingestellt ist als Selbstaufbauer für das Bahamas oder... Also entweder Selbstaufbauer für die jeweilige Firma oder für das Bahamas angestellt war, ähm, dann bitte in die entsprechenden Unternehmensakten hin, in die Querverweise packen. Ja. Weil wir letztens das hatten, dass wir mal... Also, dass Tyreek halt geguckt hat, ähm, äh, so, ja, wer ist denn das? Ich so, ja, keine Ahnung, so, irgendwer, der mal in Bahamas war, äh, ist dann halt schwierig. Weil wenn die Leute nicht einem Unternehmen zugeordnet sind, wie zum Beispiel Avalon, wo wir wissen, okay, die gehen da regelmäßig rein, Mhm. Dann müssen wir den Leuten ja diesen Zugriff auch wieder entziehen. Ja. Weil sie ja, wenn die nur einmal das buchen, könnten die ja sonst trotz... Also, ab dem Zeitpunkt der Buchung immer wieder da rein, ohne... Also, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr da sowas habt oder wisst, hey, die Person gehört da und dahin, ähm, bitte eintragen. Okay. Okay. Wir haben hier so ein paar... Mitarbeiter oder eingestellte Menschen, wo wir nicht wissen, wo die hingehören. Mhm. Zum Beispiel Emma Sinclair. Er sagt, er sagt mir gar nichts. Und Findal. Sind beide fürs Bahamas, freigeschaltet, aber keiner weiß, wo die hingehören. Habt ihr jetzt den Zugriff dann weggenommen? Ich glaube... Ähm, das mit den Querverweisen, mit den Unternehmen, war von Tariq ein Vorschlag. Der hat sich da jetzt so ein bisschen reingefuchst und sich das so ein bisschen angenommen. Mhm. Ähm. Ich sag's jetzt aber einfach jedem, den ich sehe, damit, äh, ja, wir da ein bisschen Überblick, weil es ist halt noch neu und das müsste ich halt erst einspielen. Ja. Aber, dass wir da irgendwann mal einen Überblick kriegen. Ich glaube, Finn ist von Weasel Music. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Apropos, die muss ich auch noch zurückrufen. Ich hab keine Schöne, oder? Egal. Hallöchen, hier ist Aki von WWA. Ähm. Äh. Zufälligerweise Emma Sinclair. Ach, wunderbar, haben wir das auch geklärt. Wir haben uns, äh, überlegt, wo du, wo du hingehörst. Ja, wunderbar. Äh. Weil du Zugriff zum Bahamas hast und wir uns... Naja, egal. Alles gut. Anderes Thema. Äh. Ja, ja. Alles gut. Dann, äh, hat sich das, äh, auch geklärt, das ist sehr gut. Nee, ähm, ich wollte die Rückmeldung geben. Ähm, ich hab das soweit eingetragen. Ich weiß nicht, ob wir, wie gesagt, genug, äh, Piloten für den Tag haben, ne? Also ich hab's in die Akten geschrieben. Ich werd, äh, Piloten, die, die ich erwische, äh, fragen, ob sie da Zeit haben. Ähm. Ähm, ähm, ist die Frage, wie wollt ihr das bewerben, beziehungsweise wie wollt ihr das machen, dass ihr... Ja. Oh. Genau. Wie viele Personen wären das denn? Das ist halt so die Frage. Also mein Vorschlag wär halt, Avri hat Budona nicht gesehen, Vio hat Budona nicht gesehen, Lili auch nicht gesehen, dann können wir halt mal bei mir vorbeikommen. Bevor wir jetzt gleich nicht wissen, was wir tun. Ganz kurz gerade. Oh nein, wie schrecklich. Äh, wer... Wer hat die Insel verlassen? Ich muss kurz auf den Funk reagieren. Mr. Rocket? Nein. Thomas? Nein. Aha, ich dachte, ich würde mal ein bisschen den Abend. Das ist ja schrecklich. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Ja, das ist mein Name, wie kann ich hier wirklich sein? Ich würde am liebsten jetzt gerade einfach hier herumspringen und sagen, das Leben hat mich wieder. Aber... Ich muss aber schon mal hier dicht, weil wir hauen ja gleich alle ab. Ja. Ja. Ach, meine Lieber, musst du so erstellen. Nicht, mach ich gleich dicht. Warte, ich stell... Ey, ich stell um. Perfektor. Steht draußen noch was? Nee. Ah, okay. Moment. Die Feuerscheine kosten 50 Dollar das Stück. Äh, genauso wie das zugehörige Feuer. Also insgesamt sind wir bei 100 pro Stück. Wie viele Feuerscheine haben wir? Ich glaube 15 im Dreh. Das ist, äh, ungefähr, 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 roundabout 15 plus minus. Und die Frage ist, äh, ja, was ist denn bei Ihnen, was heißt denn bei Ihnen spontan? Hey. Hey. Bitte? Heute? Nee. Ist keiner mehr hier. Sind gleich alle weg. Am Wochenende, du kannst direkt sagen, am Wochenende, nein. Bitte? Hallo. Äh, was war jetzt, was hatten Sie jetzt gesagt? Super. Ja, um 23 Uhr ist keiner, ist keiner hier. Wir haben heute eine überschlossene Gesellschaft. Atemlos durch die... Äh, sind die für 24 Stunden oder pro Stunde nicht? Nein. Für 24 Stunden. Immer noch nicht? Äh, sind die für 24, äh, 24 Stunden. Ahamers. Äh, wir sind wieder. Bei 15 Minuten, ähm, ist keiner mehr hier. Es wird Elvin das, äh, Herz brechen. Ich schreib denen gleich mal eine SMS, dann wird der Topfist mit gesund und das war mir ja da. Meine Frage, ich sorge dafür, können die die, können die die abholen oder stellen wir die auf? Nein, nein. Wir stellen die auf. Also, ähm, ich würde Ihnen sagen, heute nicht mehr. Also, wir geben die keinen mit, wir bauen die selber auf, weil wir auch das Feuer selber anmachen. Okay. Muss ich Ihnen leider absagen, tut mir leid. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, vor allem wissen wir ja nicht, wo. Super, tschüss. Ja, jetzt geben Sie ein. Vor allem wissen wir ja nicht, wo wir die dann hinstellen. Hey, Schatz. Ja, hast du zufälliger Zeit, schräg, schräg, lust, äh, den Diesel Music Awards, die Leute rüber zu fliegen? Ja, das können wir tun, wenn du möchtest. Am 30.11. Ach ja, stimmt. Ach, wir haben ja schon 20 vor 9. Ich würde mich noch umziehen und schicken machen. Was ist mit dir? Ich muss... Ja, die zu. Ich muss auch vorne noch mal, ich muss auch, ich muss auch, ich muss da aber noch vorne noch mal im Ponsen bei jetzt. Ja, wir können uns da treffen, ist kein Thema. Hast du noch rumgewollt? Was? Ja. Warte, siehst du dann? Richtig. Ja, ist okay, siehst du dann. Ja, okay. Ja, gut, dann gehe ich... Lass dich überraschen. Dann gehe ich gleich duschen und wir fahren dann gemeinsam hin. Ja, ja, ich muss, Fiasa, sowieso das, was ich dem lieben Kuchen zeige, muss ich sowieso anziehen, weil ich sonst nicht weiß, wie es heißt. Also jetzt trotzdem mal, äh, Aki, ich lass die Klamotten jetzt an. Ich bin zweimal Kitschner, Sivon. Die anderen hängen hinten auf der Halsung. Ich lass die jetzt an. Alles gut, du musst, also du kannst erzählen, was du möchtest. Nein, es geht um den, es geht dann wahrscheinlich um den Hoodie. Genau. Ja, alles, wie gesagt, solange du jetzt nicht, äh, in dem Hoodie auf dem Tisch tanzt und dir, was weiß ich, was reinpfeifst und, ne, also du vertrittst natürlich WWA mit Logo auf dem Rücken, aber, ja, ich trau dir zu, dass du da jetzt nicht irgendwie... Okay, alles klar. Alles gut, mach dir keinen Stress. Alles klar, super. Dann fahre ich jetzt nach Hause duschen. Ich zieh mich auch schon mal um. Das ist ja auch schon. Geschlossen Feierabend, finde ich gut. Wenn wir alle fahren, dann mach ich mal eben... Schon zu. Wo ist denn schon wieder meine Tasche? Ach, Mann, ey. Ah, apropos. Apropos, genau. Genau, die habe ich nämlich gebraucht, die große Sportler schon. Ja, ich komme mich auch einmal an den Schrank, bitte. Ja, 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 ich mach dir Platz. So. Kommen wir jetzt schon alles zu? Wir sollten noch die Fahrzeuge einparken, no? Ich komme mit. Ja, da machen wir uns gerade alle mehr oder weniger auf dem Weg hin. Alles klar. Nee, 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 nee. Biii. Sehr geil gewesen. Entschuldigung. Das konnt ihr mir nicht entgehen lassen. Ich weiß. So, dann machen wir mal hier zu. Genau. Also außerdem machen wir hier noch durch. Ja. Okay, Hargo macht wahrscheinlich dazu. Oder? Auch dazu? Okay, ist zu. Okay, perfekt. Stopp! Ausgestempelt. Ausgestempelt. Feierabend! Party! Party! So, Püppchen, dann sehen wir uns gleich auf Party. Püppchen? Ja, nee, bei Pons sind wir ein bisschen süß. Ach ja, genau. Und wir sehen uns gleich zu Hause. Wir fahren gemeinsam. Ja, tun wir. Bis gleich. Okay, bis gleich. Ich freu mich. 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 Oh, Mann. Oh, Gott. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott, ey. Ui. Ui. Puh. Ui, ui, ui. Ah. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Oh, Gott. Oh, Gott, nein. Ach, scheiße, Alex. Ja, alles gut. Wie kommt ihr denn aus der Hecke geschossen? Hey, ich hab, ich bin, ich kam von da hinten und ich hab nichts zu tun. Ich wollte ihn abholen. Oh, Mann, oh, scheiße. Geht's euch gut? Ja, wie gesagt, das ist ja, also du hast mal die Türen kaputt. Also es ist ein bisschen locker, glaube ich, oder? Ich hab, ja, weiß ich, also... Egal. Wie geht's deinem Auto? Ein bisschen kaputt. Ich wollte gerade jetzt nach Hause fahren, mich umziehen und dann zu euch kommen. Ach, super. Ach, Mann. Ach, shit. Und jetzt kommt auch noch... Ich zahl dir das. Kein Problem. Mach dir darum mal keine Sorgen. Ja, das ist jetzt kein großer Schaden. Ich fahr morgen zu LSC. Ja, okay. Es ist ja jetzt nur die... bisschen die Stoßstange ein bisschen und die Motorhaube, die ein bisschen gedellt ist. Gib mir mal deine Kontonummer, bitte. 254. Ja. 796. Ja. 589. Oh, Mann. Ich war gerade so im Fokus. Das kam da gerade aus der Ecke geschossen. Oh, Mann. So, bitteschön. Das sollte reichen. Das ist doch viel zu viel. Mein Gott. Entschädigung. Ihr seid doch verrückt. Das ist doch viel zu viel. Kann ich dir nicht annehmen. Ich gucke. Ach, Schein, Kleister. Oh, Mann. So, ich will jetzt niemanden irgendwie auf die Füße treten. Aber ich bin zu meiner eigenen Fahnenstattung. Ich weiß. Ich weiß. Wir sehen uns gleich. Ciao. Oh, Mann. Es ist Gott sei Dank nur ein bisschen nackt, ein bisschen Delle. Aber das kriege ich noch... Komme ich noch gut nach Hause. Ich fahr' ich morgen... ...reparieren. Ich bin jetzt ein kleines bisschen unter Zeitdruck. Ja, er fährt ja auch. Und da wirst du ja nichts verrissen oder so. Mann, jetzt fahr' ich noch Alex rein. Dann fahr' ich noch nicht. Ich bin jetzt ein kleines bisschen untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen Ich will noch duschen und mich umziehen Jetzt noch Jetzt noch ein bisschen beeilen Jetzt noch ein bisschen beeilen Ich war einfach, ich war auf der Hauptstraße Und er kam vom Pier aus Da beim Pier AC Bin ihm voll reingerauscht Soll ich das anziehen? Oder soll ich was anderes anziehen? Ja, das musst du wissen Oh, ich weiß nicht, was ich anziehen soll Es soll schon was Schönes sein So für den Abend Oder das? Was ist das? Ja, bitte? Äh, ja Ich suche es gerade in meinem Schrank Ich weiß ja, irgendwie Kurzarmhemd Kurzhemd Irgendwie sowas Ich schreibe es dir gleich, wenn ich es gefunden habe Alles klar, bis gleich Das ist immer dasselbe Das glaube ich einmal kurz an Nee, das geht nicht Ich weiß nicht, was ich anziehen soll Ich ziehe mir erst mal eine Strumpel Das ist auf jeden Fall wichtig Wo habe ich dieses Oh, nö, bitte nö Nein, nein, nein Was denn? Hat eigentlich das Hemd? Okay, wir müssen da Ponsenbeiß Müssen wir nochmal hin? Ja, weil ich finde Ich finde das Hemd jetzt gerade nicht Oh je Meine Schuhe Jetzt sehe ich an Die sind nicht zu hoch Damit kann ich gut laufen Ich ziehe erst mal das an Und dann Okay Ich ziehe erst mal das an Soll ich das anbehalten Oder soll ich doch eher was anderes anziehen? Gut, Schatzi Aber ich würde hier den schwarzen sehen Den schwarzen? Hm Hier Das muss ich jetzt erst mal suchen Hier in dem ganzen Wo hatte ich es denn? Ah Nein, das ist es nicht Wo war das? Wo war das? Bist du bei Ponsenbeiß? Ich kann es dir nicht sagen Weil das Hemd weg ist Aber Wir treffen uns da gleich Wir finden es schon Ich fahre da gleich hin Ich will das unbedingt haben Bis gleich Tschau Ist das Gleiten? Ah, hier Befunden Ätzelein Das war's Außerdem ist es nicht komplett schwarz Es ist dunkelblau Das macht nix Ich pack mal die Hose rein Da freue ich mich ja schon auf später Beim Auspacken Kann ich mir ja gut vorstellen Da muss ich vorsichtig sein Da ist es nicht kaputt reißen Haha, ja Das solltest du Okay Ach Wenn's leidet, kriegst du ein neues Oh Du musst auch noch Schuhe anziehen Sag mir das doch Das solltest du Erstmal nach Ponsenbeißen Das hab ich mit Das hab ich mit Ja gut Wunderbar Das hab ich Achso Äh Genau Da hinten sind noch drei Wo sind die andere? Na da Die hab ich nur noch hingestellt Weil ich die Ecke so ein bisschen Ein bisschen einsam fand Achso, achso Da Kannst du immer noch nicht glauben Ich hab die wunderschönste Frau der Welt Ich pack nur schnell dann meine Tasche noch in mein Auto rein Damit ich die für morgen früh wieder habe Okay, okay Weil Essen und so weiter Das werden wir ja mehr als genug da bekommen Denk ich Ja, das glaub ich auch Wir werden morgen erstmal ausschlafen Oh ja Oh ja Oh, warte ich jemals kurz zur Seite Oder willst du mit deinem Eutyken fahren? Äh, nee Gut Warte, kurz Ähm, er packt gerade aus Okay Okay So bin ich noch nie irgendwo hingefahren Ja, ich freue mich aber drauf, dass du es angezogen hast Für irgendwas gibt es immer einen Grund Und das ist, denke ich, einer der Besten, die man machen kann Und Schatz, dir tut mir leid, wir hast mal eine Aussprache und du hast gerade ein Schaf aus Dankeschön Dankeschön Ah Okay Oh Ich muss mich jetzt wieder an dem hier gewöhnen Der zieht ja ein bisschen schneller Wenn du den ganzen Tag den Baller fährst Oder so, ey Oh ja Dann bringe ich dem lieben Corby direkt ein Hemdchen mit Dann hole ich da zweimal Mhm Ich weiß nicht, wo ich da temt hab Abkommen, stimmt Und so, ey Guten Abend. Guten Abend. Hi. Sag mal, will mich meinen Schrank verarschen? Das ist er doch. Echt? Ja. 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 Hab ich nicht. Ey, alles gut, alles gut. Nein, fünf. Ich renne mal eben kurz rüber. Okay. Sie? Ich renne mal. Ja, da können wir. Okay. Du siehst aber auch wirklich gut aus. Das Einzige, was so meinen Monk ausmacht, ne? Die Hose ist ein bisschen schwarzer als die Weste. Das ist richtig, ja. Das ist so mein Monk-Syndrom. Aber naja, was willst du machen? Was willst du machen? Ja. So. So, jetzt mach ich mal kurz. Wenn du willst, bring dir die Weste mit. Ich bring dir Datemp mit. Ach, ihr seid schon da. Ja, ich bring dir aber Datemp trotzdem mit. Bis gleich, ciao. So, wo ging's denn jetzt nochmal zum Pearls? Gleich nach rechts. Jetzt hier? Mhm. Und jetzt fährst du nur geradeaus, bis du beim Vespucci Pidi bist. Ah ja, da war ich. Ja, manchmal hab ich ne... Manchmal mit ne Orientierung wie ne Gurke. Oh ja. Was ne süße Hupe. So, jetzt hier lang, ne? Mhm. Und da siehst du schon, da links, Delperopier. Ich hoffe, die haben den Park vielleicht da organisiert, aber ich denke schon. Mann, wie lange ich nicht hier war. Ja, hier hab ich immer mein Fisch verkauft. Hier habe ich gearbeitet. Oh mein Gott, es steht das Deluxe obendrauf. Ohohoho. Ist das toll. Ja, Corby steht natürlich wieder mal in erster Reihe, ne? Ja, aber natürlich. Warte, ich muss mal... Ich möchte so parken, dass nur einer da nebensteht. Mhm. Und der kommt raus. Ja. Ja, die kommen raus. So. So. So, Schatzi. Ja. Oh. Oh mein Gott, ich bin so... Ich bin so stolz. Ich bin... Und ich bin so gespannt, wie das da drin aussieht. Äh... Ist da nicht da der Eingang gewesen? Okay. Nee, da oben. Okay. Hier ist immer der Eingang zum Casino gewesen. Oh ja. Oh ja. Das haben die Schicke gemacht. Das haben die großartig gemacht. Boah, wie lange war ich nicht hier? Wie lange? Nee. Ei, 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 ei. Wow. Oh mein Gott, das ist so... Also anders, aber trotzdem... Ja. Trotzdem erkennt man noch ein bisschen das Purs. Joau. Man, sag mal da eben nicht, der Z два. Ich hab nur da gedacht, der ist runter. Draußen... Die recht draußen? Wo ist denn draußen? Sametosh. Ach, hier seid ihr. Hallo. Hallo. Na? Du siehst toll aus. Hi. Das schwarze Kleid habe ich mir auch gewünscht. Oh, du hast dir das gewünscht. Ja, dass ich es anziehe. Ich finde das toll. Sie hat ein bisschen grünes an und hat gesagt, ich hätte gern das schwarze. Du hast ja hinten ein Flügelchen. Oh ja? Finde ich cool. Meine sind leider noch nicht fertig. Die kommen aber. Ja, morgen. Morgen früh. Morgen früh wird es fertig gestochen. Dann kann ich dir die zeigen. Ich freue mich drauf. Dann muss ich leider eine Woche Pause machen. Und wenn ich dann aus dem... Nein! Samstag vor dem Urlaub. Dann lasse ich das zweite stechen. Okay. Am 23. Hallo. Hi, Maggie. Hi, Maggie. Ja, hallo. Das ist die WWA-Bubble. Die wird doch gleich noch größer. Kommt noch ein paar. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wer hat denn hier noch keine Sekette? Du hast doch bestimmt noch nichts gekriegt. Ja. Und deine Begleitung. Ja. Mit oder ohne Erhol? Mit. Okay. Ich bin nicht mehr im Dienst. Ich muss mal. Ich kriege ohne. Ja, wunderbar. Also, bitte. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Und es sieht toll aus. Ja. Ihr seht auch alle toll aus. Dankeschön. Wunderbar. So. Weiter. Toll aussehen. Die Arme ist voll im Stress. Ja, klar. Sag mal, du als Expertin. Wie findest du denn den Eingang? Großartig. Na, gut gemacht, ja? Oh, ja. Einfach großartig gemacht. Danke. Bitte. Hast du ihm jetzt ein Hemd gegeben? Ja. Ja. Hä? Was? Ich hab, ich hab ihn eins gekauft. Oh, Maike, du bist wie... Hast du ihm dein letztes Hemd gegeben, oder? Nein. Er hat mir, er hat mir ein Hemd gegeben, dass ich eine Weste anziehen kann. No. Mhm. Ja, ist ja manchmal ein bisschen tricky, ne? Oh, ja. Aki, du musst ihn mal echt in einem weißen Anzug sehen. Weiße Hose, weißes Jackett, schwarze Weste, weißes Hemd. Ich weiß nicht, ob ich sowas, das Ähnliche schon hab, ich weiß gar nicht. Egal. Egal. Alles gut. Hab ich dich nicht schon mal... Ach, keine Ahnung. Nö. Okay. Nö. Wir führen das jetzt auch nicht weiter aus. Nee. Mhm. Haben schönes Wetter erwischt. Es ist zwar kalt, aber es regnet nicht. Richtig. Ja, Gott sei Dank. Ich hoffe es hält sich auch. Wenn sich alle da gleich reinquetschen müssen, wird es halt echt witzig. Besser ist das, äh... Oh ja. Oh ja. Es hat sich echt was verändert hier. Aber trotzdem erkennt man noch so ein kleines bisschen das Pearls. Aber das ist halt auch nur minimal. Seinmal. Sei immer noch im Restaurant. Wenn ich mein Handy jetzt einfach ausmache... Wer hat dich denn angerufen? Wer hat dich denn angerufen? Wer hat dich denn angerufen? Ich, äh, verderb euch jetzt nicht den Abend. Ich werde jetzt nicht darüber reden. Ich kann's mir denken. Ich kann's mir denken. Wenn du so anfängst, kannst du einer sein. Hör mit Y dann auf. Erstmal die wichtigste Frage. Lebt er nach oben? Ist der Heli noch ganz? Oh. Ja. Der Heli hatte tatsächlich wieder eine Fehlfunktion. Ach, was ist denn los? Äh, ja. Also, Ray... Ich glaub, wir sollten die mal warten lassen. Die wurden jetzt letztens erst gewartet, äh... Ich hab ihr jetzt gesagt, der soll die morgen nochmal warten lassen. Die sollen nochmal kommen. Vielleicht... Und der soll dabei bleiben. Ja. Was ist nur los in der Zeit? Also, wenn das sich so häuft, vielleicht auch mal tatsächlich ein... Also... Ja, ich... Von der Herstellerfirma warten lassen. Habe ich mir schon aufgeschrieben. Ich, äh... Nehmen wir mal Kontakt mit der Herstellerfirma auf. Mach das mal bitte, weil es... Es häuft sich ja jetzt wirklich, ne? Oh ja. Wenn jetzt jeder Rundflug abstürzt, dann ist es halt schon schwierig. Ist es? Wie weit sind sie gekommen? Also... Das hört sich jetzt gescheuert an. Ihr seid mies. Wisst ihr das? Not was? Also, ich muss... Ich muss... Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Für den romantischen Rundflug, ne? Mhm. Dass wir da die Libellen nehmen, ne? Mit hinten offen. Ich weiß ja nicht. Also, ich persönlich würde es schöner finden, wenn wir hinten... Ähm... Irgendwelche Sitze hätten, die, äh... Oder... Dann noch den Volatus. Flieg mal... Flieg mal den Volatus. Flieg mal den Volatus. Flieg... Ja, nicht ohne... Nicht ohne Einweisung. Nicht ohne Einweisung und auch nur, wenn der Pilot sich das zum Traut. Richtig. Also, wir haben einen sehr luxuriösen Heli, der für die romantischen Rundflüge gedacht ist. Der ist aber doppelt, wenn nicht sogar dreifach so groß wie der Bazar. Und der ist nicht so einfach zu fliegen. Und der ist auch nicht ohne Einweisung und deswegen... Ja. Laut Pax ist... Ist er der Einzige, der die Einweisung hat? Ja, das stimmt aber nicht. Das ist auch nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. Das steht auch anders in den Akten. Also, Volatus dürfen fliegen. Äh, Erwin, Max, Pax, ich und Claire. Mhm. Claire. Ja. Claire kann Heli fliegen. Ja, Claire kann Heli fliegen. Claire hat Rettungsheddy geflogen. Claire hatte schon Fußschein, bevor sie bei uns war. Ja. Deswegen ging das bei ihr so schnell. Also, ich hab ja... Da kommt eine Claire! Hallo, würdest du nicht dein Mähle mitbrich? Ja, der ist noch an der Arbeit, der kommt aber gleich. Hm. Wie geht's dir? Okay, wir fragen nicht weiter. Die Frage beantwortet? Ja. Ich glaube, die Frage ist beantwortet, ja. Ja. Claire, brauchst du Alkohol? Na, auf gar keinen Fall Alkohol. Ich bin keine Methodikerin. Lass doch einfach mal die Bakterien betäuben. Drückt ihr alle einmal fix mit reinkommen Richtung Bühne. Jawohl. Ja. Ja, klar. Jawohl, ja. Vorne. Alle einmal fix mit mir. Schön durchrutschen. Oh, das sieht so toll aus hier. Großartig. Warte. Quetscht, quetscht, quetscht. Ich sag's euch. Warum stehe ich eigentlich vor? Du bist zu deiner Frau. Ich weiß. Klar. Ah, das ist fein. Alle da? Weil du vor mir stehst. Kommst du mal? Ich stehe da vorne bitte. Ich stehe da vorne nicht vorbei. Ja. Herzlichen Dank, dass ihr alle erschienen seid. Wir würden euch auf jeden Fall sehr gerne willkommen heißen im neuen Deluxe Restaurant. Ihr seid alle eingeladen aufgrund von, ja, zum größten Teil längeren Beziehungen. Entweder zu mir persönlich, zu Mikey persönlich oder halt zum Deluxe. An alle Geschäftsleute, sag ich mal. Ähm, vielen herzlichen Dank für die bisherige Zusammenarbeit. Und ich hoffe natürlich, dass das auch weiterhin so funktionieren wird. Weil bisher gab's noch nie irgendwelche Probleme, zumindest meinerseits aus. Gerade natürlich auch so in Hinsicht auf, ähm, ja, Ecobano zum Beispiel, die jetzt nicht den ganzen Tag da sind, aber trotzdem das mit den Lieferungen zum Beispiel immer klappt. Sei es mit Whitewater, mit den Hochzeitsveranstaltungen, sei es mit Unternehmen, wo wir sonst irgendwas einkaufen, wie Marlow, Naschwerk und alle anderen auch. Ähm, es hat bisher alles gut funktioniert. Und ich hoffe, oder ich denke auch, dass das auch alles weiterhin so funktionieren wird. Ähm, genau. An meine privaten Gäste natürlich auch euch. Herzlichen Dank, dass ihr jetzt die anderthalb Jahre bisher schon fast immer da wart. Auch wenn's nicht geschäftlich ist. Aber man kann ja nicht immer nur geschäftlich miteinander zu tun haben. Ja, äh, es wird gleich noch ein kleines Buffet geben. Da könnt ihr euch alle gerne ein bisschen was nehmen. Wenn ihr Getränke, irgendwas haben möchtet, sprecht uns gerne an. Wenn sonst irgendwelche Fragen sind, sprecht uns einfach gerne an. Wenn es Probleme gibt, sprecht uns gerne an. Und sonst feiert einfach ein bisschen den Abend. Quatscht alle miteinander. Vielleicht ergibt sich bei dem einen oder anderen nochmal was, dass der eine gerade sagt, ach, zufälligerweise bin ich da. Red mal mit dem und dem. Ne? Kann sich auch immer gut zergeben. Genau. Denn... Ja, ich möchte auch noch ein Wort sagen. Und ihr wisst ja, ich bin keine Frau von großen Worten. Äh, ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ihr da seid. Äh, schön euch hier alle zu sehen. Und, äh, ja, auf weiterhin eine sehr gute Zusammenarbeit. Genau. Den herzlichen Dank. Natürlich auch. Für euch. In... Saufen! Freunde, Feuer! Alles klar. Von der Kevin Dich, oder? Gutes von der Jungen. Das gibt doch noch Ablass, falls ihr doch erst drängen wollt, ne? Das ist so typisch. Ja, aber sowas von... Ich fand's klasse. Wer war das? Die beiden haben es so verdient. Ich? Wer war... Oh ja. Oh ja. Anderthalb Jahre, kann man schon sagen. Das ist unglaublich. Alle Absprachen. Und auch in der letzten Minute. Also das ist schon... Oh ja. Oh ja. Wir wollen uns einfach wieder so einen Tisch hier... Ja, ich glaube, das wäre super. Dann stehen wir das so vor dem Tisch, falls ich mich da sitzen wollen. Ja, das stimmt. Aber jetzt noch. Oh, du bist auf dem Bühne. Du bist auf dem Tablet. Du bist auf dem Tablet. Du bist auf dem Tablet. Ja. Sorry, aber ich will heute nicht auf dem Tablet stehen. Ja, alles gut. Hier drin frieren sich auch unsere Damen nicht so den Hintern ab. Das ist sehr... Das ist sehr... Das ist sehr... sehr aufmerksam. Awww. Vor allem eine hier. Die sollte sich wirklich nicht irgendwie den Hintern abfrieren. Ne, die finde ich nicht. Gesund. Na, jetzt... Ich puste dich angefällst um. Nein. Wie er meinte. Für die Geschäftspartner. Vielleicht kann man ja hier ins Gespräch kommen. Ich denke, das ist das Letzte, was ich gerade machen möchte, ist über Arbeit reden. Ja. Ja, eben. Bei Alex und mir. Was ist bei Alex von dir? Buffet. Hanna ist gekommen. Hanna ist erschienen. Aber... Meinen Ex-Mann sehe ich nicht. Mein Ex-Mann ist aber da. Äh. Den kannst du den Füßen nicht über... Übersehen. Welcher ist das? Was? Die sieht ja aus, klar. Schwarze Anzug, Klatze. Schwarze Anzug, Klatze. Mit einer roten... Rothaarigen Dame unterwegs. Weißes Hemd. Da hinten. Ach, da hinten läuft er. Der da hinten, ja. Der jetzt an dem Vierertisch steht. Sich jetzt gerade hinsetzt. Du bist bei uns. Genau. Und heute geht's nicht um ihn. Richtig. Traurig. Ich bin traurig. Warum? Weil mein Traurredner ist abergläubig und weil die letzte Hochzeit so dermaßen schief gelaufen ist und wirklich wahnsinnig viel schief gelaufen ist, will er bei dieser Hochzeit nicht ein Vorgespräch haben. Was? Ah, ich verstehe. Er will das per E-Mail haben. Was? Ich verstehe... Ah... Okay, verstehe. Hä? Aber wie will er denn... Du musst doch Rückfragen stellen können. Ja. Du musst ja Rückfragen stellen. Ich finde das nicht gut. Also ich bin am überlegen, ihn anzurufen. Also ich soll ihn sowieso anrufen und eine Rückmeldung geben und ihm sagen, ich finde das traurig. Ja. Wen willst du denn als Traurredner haben? Äh, Cavendish. Ah. Ich finde den super. Wirklich toll. Ich bin auch mit dem per Duo und der ist halt auch der Chef von Damien und so. Und er ist wirklich absolut... Also ich höre dem so wahnsinnig gerne zu. Ja, Traurredner kann der. Nicht nur das, der kann alles wirklich gut. Bin ich immer gespannt. Und das Problem ist aber, der war bei unserer letzten... Also bei Maxime und meiner Hochzeit, er war Traurredner. Aber er hat einen Tag vorher abgesagt. Also uns wurde über andere Leute einen Tag vorher abgesagt, dass er nicht kommt. Ei. Weil er irgendwie erkrankt war oder keiner weiß, was da los war. Er war auf jeden Fall auf einmal nicht mehr da. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Ja. Mir passt das irgendwie nicht, dass er das jetzt so machen will. Ich weiß nicht, ob ich ihm das so sagen soll oder akzeptieren soll, dass er so seine Aberglauben hat. Oder weiß ich nicht. Weißt du, was wir machen müssen? Ja, das ist deine Hochzeit, ne? Wir müssen sehr, sehr viel Porzellan vorher noch zerdeppern. Oh ja, das ist gar kein Problem. Bleib mich auf. Was hat's mit Porzellan auf sich? Äh, das ist ein Aberglaube, das soll Glück bringen, glaube ich. Mhm. Okay. Und das Brautpaar, das zukünftige, muss den dann auch wegräumen. Richtig. Ja, okay. Also wir machen Dreck und du machst es weg, ja? Ja. Das nennt man dann Polterabend. Das ist meistens ein Abend vor der Hochzeit. Richtig. Ja. Man kann's auch am Tag der Hochzeit machen. Ja, das geht auch, ja. Äh, weil nämlich Porzellanscherben Glück bringen. Genau. Ich ruf jetzt erstmal den Kevin Tisch, glaube ich an. Manch einer zersägt auch gerne mal so einen Holzklotz, um gemeinsame Arbeit zu symbolisieren. Ja. Das stimmt auch, ja. Und meistens nimmt man dafür eine Nagelschere. Ja. Muss ja Spaß machen. Ja. Jetzt ist sie gerade weg. Wie heißt das, wo man die Sachen kaputt hauen kann? Da gibt's doch jetzt ein... Holterabend. Holterabend. Oh, das ist so gut. Das wäre richtig gut. Aber ich weiß die gerade nicht, wie die heißen. Ich weiß es nicht. Fuck! Vielleicht... Äh, frag mal bei der Sixty-Eight-Patrol nach. Die hatten das auch bei ihrem Event vor ein paar Wochen. Wo man... Da konnten irgendwie ein Auto zerdeppern. Vielleicht wissen die das noch. Könnten wir da einfach mal um die, aus der Akte, die Ansprechpartnern von der... Äh, von dem Event rausziehen. Und die anrufen und fragen. Auf jeden Fall. Also... Irgendwas zerdeppern muss die. Und ich leg dann symbolisch noch eine Tasse drauf und dann passt das. Genau, dann hat da alles miteinander fein. Richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen noch was Altes, was Neues und was Blaues besuchen. Ja. Das muss sie tragen. Ja. Irgendwas... Das ist... Das soll... Und was... Und was Geliehenes. Richtig. Ähm... Das soll auch der Braut Glück bringen in der zukünftigen Ehe. Es tut, dass ich das alles nicht hatte, aber es ist... Ich dachte... Ich hab das zum Beispiel beim... Bei meiner Hochzeit auch gehabt. Ich hatte... Etwas Blaues, das war meine Haarschleife. Dann äh... Etwas... Ich hatte ja auch nicht wirklich... Entschuldigung. Nein! Entschuldigung! Ich hab das von dir! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich weiß gar nicht. Achso, Maike hatte mir was geborgt. Ich hatte neue Schuhe und irgendwas Altes hatte ich auch noch. Kuschelst du jetzt, Cory, erzähl? Ich darf nur. Hä? Was war das denn jetzt? Kann er dir gar nicht selber sagen. Haru? Was zum Beispiel, also was zum Beispiel macht ihr beide immer? Ja, später. Und wir müssen irgendwie an die Autos dann Dosen doch dranhängen. Pssssss. Uuuuh. Was? Was? Nix. Nein, ich will nicht klimpern durch die Straße. Oh doch. Oh doch. Ich hab so keine Entscheidungsgewalt. Ich hab die Entscheidungsgewalt da drüben dem Herrn und der Dame dagegen gemacht. Wollen wir uns vielleicht mal in Ruhe mit unseren Essenssachen mal an den Tisch stellen? Nein, ich weiß nicht. Das ist wohl ne gute Idee. So, so, so. So, so. So, so. So, so, so. So, so, so. So, so. So, so. So, so, so. So, das ist das Wichtigste. Uuuuh. Das ist ja... Wuuuh. Die Wahrheit! Ich muss mit Knudeln. Diesmal bin ich auf ne Hochzeit, wo es nur um Perdila geht Nein, es geht um dich und es geht nur um dich und Dein Mann ein bisschen nebenbei. Meine wunderbare Familie hier. Natürlich, du hast auch Familie, du Duselköpfchen. Das ist die schönste Beleidigung, die ich gehört habe Sie ist auch niedlich Sie ist ja auch niedlich Ich habe euch lieb Ich habe euch auch alle Verlobter gleich kommt mit seiner Schweizer Ader Er hat ja lange genug in der Schweiz gelebt Und er fängt dann an, alles zu verniedlichen Das ist auch süß Oh, okay Statt Kugelbahn sagt er zum Beispiel Kugelibahn Wie cute ist das denn? Wie süß ist das? Ich glaube das Lieblingswort Von den meisten Ausländern aus der Schweiz Ist glaube ich Warte Was? Ich dachte eher Rikola Nein, nein Und das ist ein Küchenregal Aha Huch, Hichagli Habe ich jetzt richtig ausgesprochen? Und ein Grüßlimüsli Was? Grüßlimüsli 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 Das ist ein kleines Durcheinander auf einem Blatt Papier Also meistens das, was malen die kleinen Kinder auf Blätter Was hast du denn dafür gehört? Das Grüßlimüsli Genau Das ist ja süß Wenn er gleich ankommt und hat wieder irgendwas komisches Wo bist du denn? Jetzt geht's los Er geht an die Decke Wir sind noch nicht mal betrunken Ich wollte nur machen, ob der Tisch hält Apropos betrunken, nur noch mal zur Info Ich bin trockene Alkoholikerin Ich will kein Alkohol, wirklich Du kriegst, gib doch Alkohol freien Ich werde auch auf der Hochzeit vermutlich nur ein einziges Glas trinken, um anzustoßen Um nicht wieder in irgendwelche komischen Zitterattacken zu kommen Ja, mein Schatz Kennst du das Pearls? Man will vielleicht was Alkoholfreies Das ist jetzt das Deluxe Das ist nicht mehr das Pearls Ja, da ins Oben rein, halt Sehr schön Ich liebe dich Nein, 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 nein Ich bin schon da oben Ich stehe oben bei meiner Familie Und so Und hab wunderbaren Blick gerade Möchtest du dich vielleicht mit Corey und Ash umdrehen? Nein, nein, also Plätze tauschen Ich hab gleich meinen Mann und dann hab ich sowieso nur noch Augen für ihn Also alles gut Bis gleich Oh, das ist sweet Nein, du stellst dich einfach neben mein Auto, falls da noch Platz ist Es stehen alle unten Alle Fahrzeuge direkt vor der Tür Wann wir nicht voll Ich bin gespannt, ob wir noch rauskommen Ja, das wäre für Sie Aber wir machen uns Platz Richtig Bei wem? Wir machen uns einfach Platz Wer ist das? Jetzt hab ich doch gefettfingert Ich hab gefettfingert Nichts mehr Aber ja, okay, ist okay Beweg dich einfach Also ich mein jetzt nicht nur mit deinem Popo hin und her wackeln auf deinem Sitz Ja, sondern du sollst dich schnell wachen und hier kommen Mein kleines Rüßig-Müsli Oh mein Gott Rüßig-Müsli? Gekränze auf Glattpapche Entschuldigung, das musste jetzt sein Ach, er ist schon Also ich verstehe Ich hab gerade mit Kevin Dish geredet Ich verstehe schon, was er damit sagen will Und ich find's ja irgendwie süß, dass er ist abergläubig Weil er sagt, er will, dass das jetzt definitiv zu 100% funktioniert Aha Hi, na du Hallo Na, wie geht's dir? Ja, klar, gut Und dir? Na, auch Ein sehr schönes Kleid Dankeschön, du aber auch Oh, bitteschön Es glitzert auf jeden Fall sehr schön Aber dann bist es du eben gewesen, die an mir vorbeigelaufen ist Es kann sein, ja Ja, ich erkannt Ja Okay Darf ich dir meinen neuen Partner vorstellen? Ja Das ist Michael Hallo Michael, ich bin Hannah Hallo Hannah Wir beide kennen uns schon seit den Pearls Ah, okay Ah, bonjour Hannah Ich wollte gerade sagen Hi Ich wollte gerade sagen Wir kennen uns doch schon ewig, ne? Seit den Pearls, genau Ich wollte nämlich sagen Ich habe eben noch drüber geredet Vielleicht wurde gefragt, woher ich Alex kenne Das heißt so Alex war im Regen, den ich am zweiten Park Wo ich lieber kennen gelernt habe Wir rutschstücken mal noch Und ähm, wie heißt das Wo ich dann gesagt habe, so Ja, äh Dann habe ich hier angefangen im Pearls Festermals Mhm Und äh Ja Dann reich, satt ich hier Ja Hi Ich finde es toll Ach ja Okay, ich lasse mich mal nicht warten Das ist noch da hinten Okay Aber es ist schön, dass du da bist Ja, klar, kein Problem Natürlich Okay, bis später Tschau Bis später Tschau Jetzt hast du auch Hannah kennengelernt Also ich will tanzen Dann tanz Ich weiß, was ich Ich will tanzen, dann tanz Dann tanz Dann tanz Dann tanz doch Du Arschgeige Nein Grüssi, Müsli Grüssi, Müsli Äh, okay Wir haben gerade einfach angefangen zu reden über Gewisse, gewisse Wörter und Akzente Und Und dann sage ich aber Wuch ich halt lieb Oder wie war das Wuch ich? Genau Habe ich halt gesagt Ja, war Zappel Ach so, genau Ich weiß wieder warum Weil ich Äh Esch Wie genannt hat Dusselköpfchen Ja Und es eine Verniedlichung war Und dann ich Dann hab ich gesagt Ja, wartet ab Bis mein Mann hier ist Der dann anfängt Auch noch Schweizerdeutsch zu reden Und alles Das werde ich jetzt ganz bestimmt nicht tun Ja, mein Gott Wie gut, dass man absolut nicht traut ist, dass du ein Schweizer bist Oder man sehr lange dort gelebt hat Ja Ja, hat das sehr lange gelebt Und ist damit aufgewachsen Aber ja, ich fitze Ich fitze gerade Ich hab nämlich vom Küchenregal gesprochen Und von der Kurgeli-Wahn Hihihi Ach Das wird ein langer Abend Für dich Oder was Ja Ja Tja, Claire Jetzt hast du dir was eingebrockt Oh mein Gott Ach, ich kann damit umgehen Ich weiß noch nicht, ob er kann damit umgehen Das ist so die Frage, ne Das wird sich zeigen Was denn, meinst du, du bist wieder gesund in deiner Hochzeit? Ohne dich kann die leider nicht stattfinden Es ist noch eine Woche hin Ja, gib meinem Körper bitte Zeit Neun Tage Neun Tage Ja, richtig Hast du das gehört, Schatz? Achso, ich war übrigens dran, Schatz, sehen Ich kann, wie gesagt, den Herrn, äh, also Raymond tatsächlich verstehen Ich werde auch nochmal mit dem Telefon Ah, jetzt doch Ja Vor allem ganz anders am Telefon Hältst du mir gerade den Rücken? Bisschen Fängt ja schon früher an Ich hasse dich Das war schon, das war schon immer so Gut, das war schon Diese kleinen Zankereien und so Das ist schon immer so Das ist ja das Problem, warum immer alle gedacht haben Wir wären eh ein Paar Und wir sind aber eigentlich zusammen gewesen Zu dem Zeitpunkt Ja Kann ich, kann ich, kann ich irgendwie nachvollziehen Wieso? Weil das bei uns nicht anders war Weiß ich auch nicht, warum er sich das nachvollziehen kann Ja Ja Ja, so fällt mir auch gar nicht ein Also ganz, also keine Ahnung Es ist so schlimm gewesen Jeder hat gesagt, ja warum Nimmt euch doch endlich ins Zimmer Ich sagte Ich habe jedes Mal gesagt Diesen Versuch haben wir einmal gewagt Dieser Versuch ist so dermaßen missglückt Meinst du, dass das irgendwann in irgendeinem Leben Das mal so weit kommt, dass wir zusammenkommen? Hallo, wir heiraten in deinen Tagen Richtig Guten Tag Du Idiot hast es doch wieder geschafft, mich um den Finger zu wickeln Ich habe nichts gemacht Nein, nein Nein Äh, schreibt ihr eigentlich Trauergelübde? Ja Trauergelübde? Trauer? Warum Trauer? Nein, wir haben es nicht mit Schreien Meine Trauer sind ja allo Verdammt, ich heirate Oh mein Gott, das müsst ihr einbauen Ja, ich habe was Trauergelübde, ja Trauergelübde Das ist geil Ich habe einen kleinen Vers Ich gehe kaputt Aber ja Du, Claire, hast du nächste Woche Zeit Freitag Zeit? Ich habe dir, glaube ich, geschrieben, dass wir Freitag den Trautsteck und Trauzeugenstecken für so ein Dings haben Nee, das war Donnerstag Nein, das ist Donnerstag Du hast mir 21. Warte, ich gucke in meinen Kalender Freitag ist der 22. Ich gucke in meinen Kalender Warten Sie bitte Ja, jetzt geht der Stress los, Claire Hast du dich aus Versehen verschrieben beim Kalendereintrag? Warte, Schatz Also der 21. ist bei mir der Donnerstag Ja, der 22. ist, ja, ist ein Freitag 21. Probe stecken 24. Brautfrisur Ja, es ist der Donnerstag Ich habe Freitag Zeit, warum? Nur so Okay Ab wann bist du da? Äh Warte Wann? 20 Uhr, glaube ich Also Ich bin vormittagssicher da, aber Nee, nee, schon abends Abends dann ab 20 Uhr Oh man Ich Was denn? Nix 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 Nix, die mich einfach Ja Aber, 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 aber Trotzdem Zurück zu dem Thema Ich kann, wie gesagt, den Kevin Tisch verstehen Und er hat halt einfach Sorge Weil das so dermaßen in die Hose mit dem Idioten gegangen ist Er weiß, wie er Also ich weiß, wie er Diese Gespräche führt Von daher sagt er Er will nicht irgendwie ein böses Omen machen oder sonst was Er macht die Traurrede und ich soll sie bitte auch kriegen Die mir endlich zusteht Er will endlich, dass ich eine wunderbare Traurrede bekomme Das war seine Aussage Ja Weniger als das hast du auch nicht verdient Entschuldigung Ah, ganz schön Und er hat gesagt Wir haben ja wahnsinnig viel zu erzählen, Schatz Ich glaube, wir setzen uns nachher dann Nach deinem komischen Einweihungsding mal hin Und schreiben das Ding und schicken es ihm ein Ich wurde ganz spontan von dem angerufen Ich habe eigentlich nicht wirklich viel Kontakt mit dem Was machst du eigentlich als da? Ja? Was du dir da notierst? Ah, ich bin nochmal Das Ding am durchgehen Das Ding ist erstmal gerade Ich will jetzt erstmal was trinken Das Launcher Oh Für in neun Tagen Das Ding ist erstmal die Traurrede Die Traurrede Die Traurrede Ach, y'all Ach, y'all Das Ding ist erstmalig Die Traurrede Das Ding ist erstmalig Das Ding ist erstmalig So, um noch was zu trinken. Möchtest du auch was haben? Möchtest du irgendjemand noch was zu trinken, ja? Ja, kannst du mal eine Runde alkoholfrei mitbringen, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, ich, ja. Ja, du kannst für dich natürlich gerne Alkohol. Ich würde auch noch was Alkohol trinken. Okay. Ich nehme einfach mal alles mit. Bunte Mischung. Die ganze Bar. Stellt sie hier vor uns hin, fertig. Wäre lustig, wenn sie würde jetzt die ganze Bar hierher rollen. Das wäre auch lustig, wenn sie sich Alex oder Mikey für die Schulter wirft. Kommt jetzt gleich mit der Kühlschrank auf Rollen an. Sie wirft sich ja nichts mit der Mikey für die Schulter. Ja, richtig. Einfach so einen Zapf fahren hier und dann fertig. So. Ach ja. Wenn ich jetzt gerade mal so nach draußen gucke, da wo jetzt dieses weiße Sofa steht. Stand da so häufig mit meinen Kollegen und einer, Bilal, hatte dann irgendwann mal so sich komplett totgelacht und fiel dann auch noch vornüber nach unten. Oh mein Gott, was? Ja. Es ging ihm aber gut. Wer möchte jetzt was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles gekriegt habe. Vielleicht kannst du mal, was du gekriegt hast. Was ist denn, was ist denn, warte, no, no, chicho, no, irgendwas mit Choco. Ein Mojito. Mojito? Ja. Ein nichtalkoholischer Mojito. Warte, der ist nicht alkoholisch, richtig? Ach, ein Nojito. Okay, das kriegt Claire. Danke. Was ist denn Hugo? Hugo ist Sex. Der ist alkoholisch. Okay, der ist meiner. Wer möchte noch einen haben? Ja, gib mir. Oh, jetzt kriegt Michael. Ja, warte, ich geh rüber. Wer möchte Black Sack? Was ist das denn? Na, Black Sack ist das die Marke von... Das ist auch Alkohol. Was? Wer hat das gerade gesagt, das nehme ich? Neben dir. Sag mal. Hasse, du fährst fast Outdoor. Och Gott. Und? Ich bin bei der Herr nicht mehr rein. Eins kriegt Haru. Ja. Ich nehme auch gerne bei. Das ist gar kein Bubel. Ja, dann habe ich nur noch diesen komischen Notch, Notch, so was. Ja, gibt er. Och ja, ja, geköpfelt er. Das üben wir aber nochmal. Ich glaube, ihr holt das nächste Mal. Ihr könnt das wahrscheinlich alles aussprechen. So, das kriegt. Okay. Jetzt hat's Haru gekriegt. Oh, Leute, es läuft. Weitergeben, bitte. Du sollst, gib doch mal den Sekt Haru. Hab ich doch schon. Ach so. Geht da einfach gar nichts mit, ne? Ich, nee, nee. Hat jetzt jeder was? Hat jetzt jeder was? Nein. Ding hat nichts. Damien, Damien, ich habe nur noch Schorle. Schorle? Schorle ist, glaube ich, auch Ole, oder? Ja, Schorle ist auch Ole, ja. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, also wird's lustig. Was? Du hast noch nie Alkohol getrunken? Oh, my sweet summer child. Warte, wie alt bist du? 21. Oh. Na ja, dann runter mit dem Zeug, ne? Hop, hop, Rindlenkopf. Ja. Ja, Kampai. Launcher. Gesundheit. Was sagt ihr immer? Ne, vorhin habe ich es verpasst. Makori? Ich glaube, bei Ash wird Zeit für einen Blindgänger. Nein. Oh doch, finde ich schon. Den trinke ich aber auch nicht. Ich habe da ein bisschen Respekt vor, ob es sich bestehen. Oh, ich finde das gruselig, wenn Alkohol so stark ist, dass der extreme Auswirkungen auf mein körperliches Befinden hat. Das ist mir, ehrlich gesagt. Ja, frag doch mal Kate. Wenn ich angefangen habe, den zu trinken, da stand es nur an der Theke. Und als es wieder klar war, wie es ist, da stand es irgendwo am Eingang. Beständig an der Werbetafel. Ja. Und was ist dann der Poison? Na, den willst du nicht trinken. Das ist Hochprozentiges, glaube ich. Da lass die Finger von. Glaub mir. Der ist hochprozentig. So viel besoffen? Ja, da trinkst du viel Gläser und kannst weiter an den Job reden. Oh mein Gott, was ist das? Das ist so schlimm als Blindgänger, das Dolch. Trinkt man reinen Alkohol da oder wie? Ja, ja, ja. Also bei Poison, bei Poison ist halt, bei Poison ist so ein Thema, du schmeckst Farbe. Du weißt, wie Farbe schmeckt. Du, ich konnte letztens mit der Shisha, konnte ich Farben riechen. Ja, auch weil. Was? Ja. Also Schatz, wir müssen echt mal Shisha rauchen bei uns zu Hause. Das ist Wasserpfeife. Das ist, im Vergleich zu normalen Zigaretten ist das harmlos. Ey, Schleichwerbung ist uncool, Brody. Wir würden gleich mal, äh, Mikey und Alex im Namen von BWA einen Gutschein überreichen. Oh ja. Oh gerne. Ich hab ja immer Blankos dabei, ich bin ja vorbereitet. Genau, Haru ist ja immer vorbereitet. Ja. Die hatten schon mal einen. Die hatten schon mal einen, aber ja, definitiv. Ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt ein bisschen gehighlighted, ne? Ja. Und vielleicht nicht, äh, Wir sind ja immer noch mit Sky High Spa. Das war das, was ich mit Avery besprechen wollte. Verdammte Axt. Ja, das ist mir auch vorhin eingefallen. Immer wenn sie dann weg ist, fällt es mir wieder ein. Ich könnte kotzen. Warte, ich muss es mir nochmal aufschreiben. Das ist echt schlimm. So, Schatz, das ist dann auch noch ein Gutschein, ne? Von Sky High Spa. Ja. Was ist das? Ein Spanys. Ein Spanys. Oh, okay. Und die haben, äh, jetzt, äh, mobile Massage liegen und haben uns gefragt, ob wir kooperationstechnisch da was machen. Und ich fände das mega geil, wenn wir über einen romantischen Rundflug aufs Casino-Dach oder so und dann einfach eine Massage-Liege stellen und die eine Parkettel-Api mit dazu bringen. Oh, das ist ja mega. Ja, das ist natürlich auch geil. Oder, keine Ahnung, dann auf Kayo, keine Ahnung. Ja, je nachdem, wo sie halt landen wollen, ne? Das muss man halt dann, äh... Also ich werde das sowieso noch ein bisschen, ein bisschen abwandeln, dass wir praktisch gesehen überall, äh, wo sie eine Stunde aufgeteilt haben kann, das als Highlight umbauen. Ja, ja, genau. Oh, das finde ich gut. Das finde ich so gut, so gute Idee. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwo wieder verpasst. Ich könnte kurz... Naja. Achso, apropos... Jetzt noch da, ruf sie an. Wir müssen, wir müssen in diesem komischen... Wie heißt das? Kawasaki? Krawas, wie heißt das? Wie sagt Möbelang? Krawaki? Nee, Krawakea. Krapéa, meinst du? Krawasaki! Ähm, Blue Bullen. Hallo. Du... Für? Achso, Schatz, hast du eigentlich... ...organisiert bekommen da die Personen, die dafür zuständig sind für gewisse Dinge? Katz? Mhm. Frau Jo und ich, wenn sie mal kurz weg. Was für eine Person für Wasser? Okay. Wir kommen gleich wieder. Ich komme nicht mehr mit. Okay. Fahrt vorsichtig. Ja. Ach klar. Warte, wer? Immer doch. Bis gleich. Bis gleich. Hoi. Was haben die beiden vor? Ich habe bei denen Angst, wenn die beiden immer zusammen beginnen. Ja. Ich hoffe nur, Michael fährt. Ansonsten... Habe ich ein bisschen Angst. Soll ich... Hallo zusammen? Hallo? Hallo? Soll ich Alex und Co mal herholen? Oder? Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, Alex ist gerade draußen. Ja, und Mikey ist da vorne. Aber... Ja, ich weiß glaube nicht, was du willst. Oder sollen wir warten, bis... Ich frage mal Alex, ob er Zeit hat, dann kannst du zu Mikey gehen. Oder? Warten bis die anderen beiden wieder da sind. Also an sich ist halt sowieso, es sind eh nicht alle da, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich hole Mikey. Kartbahn. Ah, ich... Ich habe es nicht gereicht, aber ich habe hier eine Aufgabe geschrieben. Okay. Die muss ich jetzt erst mal auf die Suche nach ihrem Mann machen. Draußen auf der Veranda. Ja. Ja, sie hat ihn angerufen. Sie wird ihn schon finden. Ja, ja. Ja, das glaube ich auch. Hörst du was? Ja. Ich bin ja jetzt... Nein. Ich habe nur meine schönste Schildschrift ausgepackt. Na, da kommt er doch. Der ist mit so ein bisschen zu... Der Mann der Stunde. Na? Hallo. Da sind wir ja schön vollständig. Also. Äh. Im Namen von BWA, wenn wir uns ein bisschen eine Kleinigkeit überlegt. Beziehungsweise Haru, äh, ist wieder gut da drin, Blankos, äh, mit sich rumzuschleppen. Ähm. Ich weiß, ihr habt es schon gemacht, aber es gibt eventuell ein kleines Extra bei diesem Mal. Oh, herzlichen Dank. Hey, 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 hey. Sehr, sehr gerne, von uns allen. Von BWA für euch eine. Ja, danke. Und wir freuen uns echt wirklich, wirklich unfassbar, ne? Als ich das gehört habe, habe ich wirklich voll gequietscht, weil ich dachte, ihr habt es so verdient, ne? Hi. Ist wirklich so. Das war ich. Danke schön. Ich hatte mir, ich hatte mir das soofort gedacht, so, ja. Ne, ihr könnt echt schön sein. Damit ihr auch mal nicht arbeitet. Ja, es, jetzt muss, jetzt muss noch das eine oder andere hier, äh, noch ein bisschen was eingerichtet werden und so. Genau. Mhm. Dann sind wir auf jeden Fall dann hoffentlich auch ganz stadt. Und wehe, ihr bestellt dann das lebende Menü für euch beide. Hahaha. Ich dachte, wir machen uns das einfach, ihr bringt das einfach selber mit. Ja. Klar. Ne, aber das, das, das Gute ist, wir hätten jetzt halt theoretisch, also jetzt, ne? Nach, nach einer Ewigkeit, so nachdem das Pearls jetzt dicht ist, jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, dass wir uns beide mal ein bisschen verkleiden, äh, und dann uns hier hinsetzen. Und zwar unser eigenes Restaurant, aber, dass wir uns hier hinsetzen können und können uns einfach mal wieder bedienen lassen. Aber das hatten wir jetzt seit einer Ewigkeit, dass wir die einzigen zwei hier im kompletten Staat sind. Ja. Nicht, ich glaub euch das. Nicht gemütlich hinsetzen können, um sich irgendwo mal bedienen zu lassen. Ja. Oh, das stimmt. Ihr habt es halt, wie gesagt, mehr als verdient. Auf jeden Fall. Ja. Herzlichen Dank. Ihr habt es geschafft. Sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Ja, und, äh, ist nicht auf einen Gutschein drauf, aber das Equipment für heute zahl ich auch nicht. Das geht auch, äh, das trage ich privat, beziehungsweise Saki und ich. Also, unser Geschenk. Das ist quasi, quasi Hause Yamada. Ja. Geschenk. Ist ja, ist ja auch für euch wieder so ein bisschen, dass ihr auch schon mal was seht. Ja, so könnte man das. Man könnte natürlich hier auch Hochzeiten verhandeln und so weiter. Mhm. Das war jetzt, das war das Ziel. Genau deswegen. Also, das ist halt auch wenn, das, wir, wir bleiben auch dabei. Es gibt keine Saalmiete. Mhm. Ähm. Es sei natürlich jetzt, hier kommen die Leute und sagen, wir wollen gerne Essen vom Burgershot haben, aber wir wollen uns hier jetzt zum Essen. das ist was anderes. Ja. Weil wir können eben zu der Zeit, wir können keinen Service machen. Ein normal. Ja. Verständlich. Genau. In Ruhe nochmal. Aber sonst. Jetzt, jetzt weißt du, äh, jetzt weißt du, warum wir das so aufgebaut haben. Was, wie, wo, bei? Was hinter dir? Was hinter dir? Wir haben das schon, wir haben das, wir haben, wollen das bei uns ins Portfolio machen für die Hochzeiten. Ja, es ist halt auch echt schön. Also, es passt halt super. Mhm. Ja, ich finde vor allem, wenn du jetzt aus dem Fenster guckst, dann guckst du auf die Stadt Skyline. Das sieht echt schön aus. Mhm. Genau, genau. Das ist was das Schönste ist. Ja, das wird jetzt vor allem im Winter, denn ihr werdet, äh, wenn, also die Hochzeitssaison wird jetzt wieder gegen Dezember, Anfang Dezember wahrscheinlich wieder richtig losgehen und dann, äh, werdet ihr euch einfach dadurch, dass es hier drin warm ist und es nicht draußen ist. Richtig. Wir werden oft in Kontakt sein. Das ist spaßig, ja. Aber wie lange habe ich nicht auf diese Skyline geschaut, ne? Das ist... Ja, ne? Es ist schon irgendwie, es ist komisch. Es ist komisch? Ja. Es ist, es ist zum einen... Aber auf der anderen Seite ist es einfach nur... Ein Neuanfang. Es ist ein Neuanfang. Es ist nicht mehr das Pearls, es ist jetzt das Deluxe. Richtig. Nein. Es ist, es ist schon komisch, so, ne, dass man jetzt hier so ist und sagt, so, hä, irgendwie ich, so, damals bin ich hier lang gelaufen, da war der und der und so und dies und jenes, so, aber wir machen halt jetzt was anderes raus, wir machen was Besseres raus. Wir erschaffen jetzt... Neues Kapitel, ne? Ja. Richtig. Mal kurz 30 Sekunden. Ja. Wohl, weiter geht's. Ja, sie sind halt oft heute schwer beschäftigt. Dass sie immer so überfordert sind, wenn man denen was Gutes tut, ich finde das super. Ja. Die beiden einfach unfassbar sympathisch. Ja. Darum mache ich mir damals meine Trauzeugin. Aber sie verdient's auch, also ganz ehrlich, was sie mitunter aus dem Boden stapfen, also... Ja. Die kannst du ja immer anrufen, ne? Immer. Und innerhalb von ein paar Minuten kommt eine Antwort, ist erledigt, mal wird gemacht. Ja. Scheißegal. Ja. Wir brauchen jetzt noch mal spontan ein liebendes Menü. Ja. Kein Problem. Bin gleich da. Ja, aber auch dieses, dieses, die Braut hat nur das und das Budget oder generell, man gibt's nur das, das und das Budget. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Das ist dieses unglaublich Herzliche an den beiden. Oh. Oh Leute. Wieso müssen immer Leute schreien? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hör mal so ein bisschen an, wenn die beiden unterwegs sind. Es ist sehr schön, du lass mal kurz zu uns schreien. Sie ist so schön. Da kommt nur Blödsinn bei raus. Wie hattest du letztens gesagt, wenn kleine Jungs spielen, sind sie gesund. Wenn große Jungs spielen, sind sie heiratsfähig. Was heißt das jetzt für unsere? Sind die jetzt klein oder schon groß? Also ganz ehrlich, bist du da eine ehrliche Antwort drauf? Klemteinschätzung würde ich sagen. Also erwachsen ist glaube ich einfach einfach. Ich sag mal große Jungs, ne? Große Jungs. Heißt ja nicht, dass sie erwachsen sein müssen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich würde ihn nicht ändern wollen. Niemals. Nicht mal ansatzweise. Nie und nimmer. Wenn ich ihn ändern wollen würde, dann hätte ich mir jemand anderen gesucht. Sehe ich auch so. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Er hat so mies angefangen, jetzt endet er super. Oh ja, ja, nee, frag nicht. Frag doch, du weißt es doch, Aki. Ach, warte. Es ist so viel Scheiße passiert heute. Ja, genau das meine ich. Ich weiß nicht mehr was, von dem du meinst. Genau das meine ich. Was ist denn passiert? Du weißt es doch, Claire, das hab ich dir erzählt. Ach so, das ja, komm. Diese Dose machen wir jetzt nicht nochmal auf, ja? Nein. Hast du? Eine Büchse. Eine Büchse. Der Pandora. Die Büchse der Pandora bleibt einfach geschlossen. Die du aufziehst und das ist egal. Ja genau, und es stinkt. Wir könnten auch Sue Ströming dazu sagen. Aki, mein Herzstück. Bitte? Ich mag mit dir aber kurz quatschen. Ja. Guck mal, da kommen ja unsere beiden wieder. Ja. Oh nein. Na, ihr schönen Menschen. Hallo, ihr schönen Menschen. Warum machst du sowas? Was denn? Ja, deswegen waren wir ja noch nicht ganz unterwegs. Weswegen wart ihr dann unterwegs? Warte. Was habt ihr schon wieder angestellt? Habe Angst. Gute Wurst. Nein. Ich hab nicht Blindgänger geholt. Nein, nein, nein. Doch. Hab ja Blindgänger geholt. Ich trink sowas nicht alleine. Deswegen trinkst du das hier in der Runde. Ja. Richtig. Du bist ja nicht alleine. Ich hab Angst. Geschafft. Oh nein. Hast du auch gesehen, die kriegt? Ja. Komm, gib mir auch einen, Michael. Komm, Michael. Komm. Ey, Leute. Ich hab noch... Warte, ich verteil die mal hier so ein bisschen. Oh mein Gott. Danke. Bereite dich darauf vor. Bereite dich darauf vor. Also Schatz, es gibt dir Grundsinn. Bleib einfach stehen. Einfach stehen bleiben. Tu's. Nicht bewegen. Einfach stehen bleiben. Mhm. So, guten Durst. Was dann? Are you ready? Ja. 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 Dann. Drei, zwei, eins und Prösterchen. 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 Was? Ey, hallo? Hallo. 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 Was? Was? Hallo. Nicht weglaufen. Was? Ist da gerade. Bleib stehen. Hallo. 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 Das läuft weg. Hallo. Die läuft weg. Meinst du? Wolltest du neue Freunde suchen? Oh Schatz, man muss kurz umgehen. Das- Ich trink das Zeug nie wieder. Das ist auch jetzt mein zweiter Scheiße. Ich brauche heute nicht mehr viel. Ich liege nachher nur noch wie ein Seestern da. Ich mach mit. Zwei Seestern, die Männer können machen mit uns, machen was sie wollen. Okay. Das war so klar, dass du antwortest. Pass. Pass. Die Frauen liegen nur noch als Seestern da. Malke. Bitte? Lern mich auf. Alles gut. Also Cory. Ein Gentleman. Cory, Cory, Cory. Jetzt komm nicht mit, du kannst essen, aber wir wollen nicht alles wissen. Nein, nein, nein. Pass auf, ihr Mädels. Wir liegen nachher einfach nur. Mach was du willst. Das ist der Zeitpunkt, wo ich mir was essen hole. Du weißt gut, dass ich mit dir heute was vorhabe, ne? Klar. Was? Mh, das wirst du nachher sehen. Oh, oh. Ich glaube, du brauchst doch noch alle deine Sinne nachher. Ja, ja, ja. Wirst du nachher jetzt schon ein Riesenrad kürzen? Nein. Nein. Oh, schade. Wir befinden uns dazu in der Wohnung. Alles gut. Ist okay. Also keine Sorge, ich hab noch eine zweite Runde dabei, ne? Hey. Nein, bitte nicht. Hi. Hi. Hallo, na du. Na du? Na du? Wolltest du mich heute nicht wegschießen, Madame? Ja, richtig. Nein, nein, nein. Ich lass mich nicht. Ich würd das nicht an Alkohol mehr. Ja, alles fit? Nein. Ja, es geht wieder. Alle meine Sünde wieder beisammen. Was? Das hab ich gemacht. Das freut mich. Wo ich grad eben reingelommen bin. Hat sie mir gesagt, nein, 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 nein. Oder nicht? Nein, mir geht's gut. Dann werden wir hier reden. Ja, aber die haben die Frage immer noch, ne? Ja, ja, alles gut. Aber. Mir geht's gut. Und euch. Alles gut. Ja. Ja, auch soweit. Das ist schön. Ach. Mir ist grad warm. Ich denk gar nicht, warum. Keine Ahnung. Ja, darf ich dir meinen Freund vorstellen, Michael? Hallo. Hallo. Ich meinte dich, ich kenn ihn. Ach so. Ja, einer kennt ihn schon. Ja, hallo Michael, ich bin Reed. Hallo, wir liebe Michael, ich bin Reed. Das ist der Mann von Hannah. Ja, ich hab mir fast gelacht. Hm. Mhm. Ja, so offensichtlich. Traurige ist nur, ich heiß auch Reed. Sag, sag bloß. Ja, ja. Du. Du Fälle gibts was. Du weißt gar nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, wie Reed mit Nachnamen heißt. Ja. Ich würde auch darüber lachen, wenn es nicht so lustig ist. Wenn es nicht so traurig wäre. Komisch, wenn man immer nur mit Nachnamen angesprochen wird, ne? So wie Paxton. Weißt du, bei deinem Nachnamen würde man halt hören, so okay, das ist nicht der Vorname. Ja. Aber Reed ist ja auch tatsächlich auch ein Vorname. Ich hab Reed auch nie als Vornamen gehört. Gibt einen Film darüber. Echt? Der Reed. Er sagt mir jetzt nichts. Keine Ahnung, ich kenn den Film auch nicht. Ich hab grad einfach nur irgendwas reingehauen. Doch. Fantastic Four. Da ist einer von den vier Reed. Stimmt. Ja. Ist das nicht der Mr. Fantastic? Keine Ahnung. Doch, ich glaub schon. Ja, Mr. Fantastic. Das passt. Ja, Mr. Fantastic. Reed Richardson. Warum sind die immer mit Doppel, äh, keine Ahnung. Wade Wilson, Reed Richardson, keine Ahnung, Peter Parker immer mit Doppelbuchstaben. Hm. Ist komisch. Ne, Tony Stark nicht. Oh, stimmt. Tony Stark nicht. Das stimmt. Aber stimmt, hast recht. Bruce Bennett? Bruce Bane. 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 Bane ist Bane. Ach, Hanna, verstanden. Ja. Bane. Du bist nicht gemeint, Hanna. Okay. Ah, da gibt's auch viele. Wenn ich nicht. Ja. Nee, aber deswegen, es ist auch, es ist ja auch ein Vorname. noch ja aber ich glaube ich würde ihn auch eher als nachnamen dann wirklich so bezeichnen jeder das macht es ja auch komisch ja das ist ziemlich niemand kennt einen vornamen oder ehrlich gesagt weiß ich ihn auch nicht doch besser so christian christian ok nicht gray ok oder einfach nur richtig oder reed genau mehr t sage ich zu den leuten schon immer ich hau dir aus dem maul wenn du mich nicht aber wenn du mich noch mal bei meinem vornamen ich würde die leute niemals schlagen ist ja das ja es gilt auch für dich verteilt später gibt es die gärte nicht jetzt aber das kannst du dann später abholen ich warte lange haare weißer bart sie wartet immer noch nicht mit weißem bart könnte ich mir relativ schwierig vorstellen doch kein kinnbart sondern also ein damen oberlippenbart weißt du oh gott und du meinst du einen ganz schönen pflaumen oh gott und mir nachher wie ein vorhang vorm mund ja irgendwann in der alt und raus sind okay keine sorge ein rasierer ist ein rasierer das ist doch ein süßes angebot oder nicht ja gott die playlist ist so geil so ein bisschen lauter reden das ist ziemlich laut hier oh das lied passt ja das ist aber auch ganz schön gewährt schon ne das ist doch bei weit war doch also am meisten so ich würde mir nicht von mir vorstellen irgendwo anders zu arbeiten und das ist ja eklig und jetzt auch gleich zufällig arbeite ich auch da es ging nicht um diese es geht nicht um das bei weit war der arbeit sondern dieses ich könnte mir auch niemals vorstellen woanders und ich bin halt ein mega glücklich da wo ich bin ich weiß nicht man darf hat niemals vergessen man darf halt einfach nie vergessen dass man immer noch es sei denn man hat sich so einer stelle erarbeitet wo man unersetzlich wird wer ist wirklich unersetzlich du kannst eine geschäftsführung kannst du austauschen du kannst einzelne mitarbeiter kannst du theoretisch austauschen es geht aber mehr darum dass wwa einfach eine familie ist ja das richtig ja und familie ist halt sehr schwer zu ersetzen vor allem wenn man so etabliert ist das ist schwierig wo ist denn er denn jetzt hingelaufen telefonieren glaube ich ich hatte nur geguckt wo sie gelaufen ist ach so wo sieht die denn jetzt alle hin die sind auf klo hallo und aki also wenn er auf klo muss musst du hier aus der tür raus und dann einmal über diesen steg und dann sind die auf der rechten seite jetzt gerade noch nicht ich würde mich hier immer noch auskennen was hast du gesagt was vermisst du die minz die minzlimonade die minzlimonade die vermisse ich die war genial gewesen das ist das einzige was ich an pearls vermisse okay wo ist der der das rezept hat ja der arbeitet mittlerweile beim downtown cap ja aber das präsent habt ihr ja immer noch ne nein das war pearls exklusiv ach so ach dann ist das doof oh man ey ich kann nicht mehr dann geh ins bed nee ich kann nur dieses gehuste nicht mehr kr Hydra msch krку mach kr 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 Okay. Also dafür, dass ich da drei Uhr wach bin, bin ich aber noch nicht ganz so müde. Echt? Schon so lang bist du wach? Ja. Drei Uhr ist es, sieben Stunden her. Oh, einen Moment. Aha. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, die Frau mit dem roten Pulli, richtig? Ja, ja, richtig. Die wollte nur wissen, ob ich es wirklich bin. Ich verstehe. Also, Julie? Ja. Ich habe gesagt, die hätte ja rüberkommen können, aber die sind gerade am Essen. Ja, dann lass sie essen. Ach, ja. Ich will mal kurz gucken. Oh, alles klar. Ach ja. Wo sind denn Haru und Aki? Achso, sie sind ja noch aufs Klob. Ja, 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 ich... Hallo zusammen. Hallo, Iki. Juhu. Hallo. Fingst gar nicht gut. Ach, alles gut. Deck dich nachher schön in warme Decken, Tee und dann ab, schön schlafen. Ich bin ja auch nur krank geworden, weil mein Mann vorgestern die Idee hatte, lieber oben im, äh... Nein, unten bei der Racing League schlafen zu gehen. Ja, jetzt bin ich schuld. Du hast mich nicht gewärmt die Nacht, ich bin krank geworden. Oh, achso, oh, 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 oh. Shame on you. Apropos, meine Frage an deinen Mann Claire. Bitte was? Damien. Damien war das, ne? Ja. Warst du vorhin an der Racing League, als das passiert war? Als es wo passiert? Äh, der... Heliabschutz, ja? Ja, genau. Ach du nein. Warst du, dass der nicht aufgegabelt habe auf der Strecke? Ja, das warst du. Ja. Ja. Was ist euch passiert? Ach du... Naja, der Heli hatte wieder eine Fehlfunktion, äh, die sind alle drei rausgekommen. Äh, der Kunde selbst ist, äh, auch oben auf der Racing League gelandet. Äh, Ray ist, äh, im Wasser gelandet. Die Frau von dem Kunden ist gegen die Kaimauer geknallt, bewusstlos. Ja, nein. Und als der Mann das gesehen hat, äh, ist er nochmal ins Wasser gesprungen, um seine Frau zu versuchen zu retten. Gott. Aber da konnten wir die Notfalltaucher retten. Ja. Oder helfen. Scheiße. Ja. Naja, Ray geht es den Umständen entsprechen, dann habe ich nach Hause gefahren und habe mich dann auch selber ausgestempelt und bin hergekommen. Mhm. Ach du meine Güte, warum ist das in letzter Zeit nur so mit den Helis? Mhm. Ja, du, es gab, äh, ich hatte ja vorhin mit Haro gesprochen, die sollen nochmal alle von, äh, mit Dingens durchgecheckt werden. Ja, definitiv. Und es kann ja nicht sein, dass jetzt alle Nase lang die romantischen Rundflüge oder Rundflüge allgemein einfach mal so, ich sag mal, ins Wasser fallen. Ich weiß schon, warum ich den in die Dinger nicht mal einsteige. Ja. Aber schließlich noch eine Aufgabe. Atmen. Äh. Wie gut, ob sie eine Rothaarige glücklich machen. Machst du doch. Er hat nicht gesagt, was für eine Gatty. Bitte. Wow. Natürlich meine ich hier mit dem unglaublichen knappen Kleid hier. Ja, super. Ja, wie gut, dass du zwischendurch, dass du gerade mal schon zwei knappen Kleidern gehst. Mit dem Schwarzen. Ah. Es ist nicht schwarz, es ist mitternachtsblau. Meike, du reißt dich immer mehr rein, ist dir bewusst, ja? Ja. Soll ich dir was sagen? Wenn ich irgendwo ein Fettnäpfchen sehe, sag ich, oh, meins. Nicht nur du. Ja. Meike, ich glaube, das Fettnäpfchen ist groß genug, ich habe da heute auch schon eine Arschbombe reingemacht. Ja. Ja. Also alles gut. Passiert. Machst du eigentlich vorher noch mal kurz in der Firma Claire? Äh, nur ganz kurz, ja. Okay, dann hatte ich doch keine Halluzinationen. Ahem. Ahem. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Mensch, Claire. Also, Akku und Tari sind aber ziemlich lange auf Toilette, was? Akku und Tari? Ja. Wer möchte dir jetzt Akku und Tari? Ich glaube, das hat er gerade was zu essen holen. Schatz, willst du auch was? Nee, ich habe noch. Danke. Ja, ich glaube, der hat auch noch einen Blindgänger. Nein, habe ich ihn nicht. Ach, das ist gut. Weil ich die nicht trinke. Das ist doch nicht schlimm, alles gut. Muss man ja auch gar nicht. Nein, muss man nicht. Ich wollte es unbedingt ausprobieren. Das hat es getan. Das hat eine Erfahrung gemacht. Wieso macht ihr zwei das eigentlich? Ich hätte gerne einen goldenen Elefanten bei uns. Das ist was schierig. Ja, gut. Also, wir könnten einen goldenen Panther, den kriegen wir nicht, aber... Halt die Klappe. Erzählst noch gerne, Schatz. Erzähl mal, bitte. Äh, einen 10F. Ja, dann sparen wir. Ja, boah. Du dachtest, habe ich mir einen Sugar Daddy angerissen? Nein, nee. Jetzt spendiert er dir noch nicht mal einen 10F. Ja, also... Geizkragen. Mehr Sugar als Daddy, ne? Kommt auf die Situation drauf, würde ich sagen, ne? Muss ich mir den jetzt bei dir erarbeiten, oder was? Langsam wird es dreist hier. Hey, das Lito. Warte mal, Kate. Wen hast du hier gerade nicht gesehen? Ist gerade der lang gelogen. Wen habe ich nicht gesehen? Dein Ex? Ich bin verwirrt. Dein Ex ist gerade lang gelogen. Dein Ex? Ja. Wo? Der eben gerade? Ja. Vor Alex, der. Ich sehe ihn nicht. Du hast doch hinten keine Augen. Ne, das stimmt. Der muss ja eher hier, also, na gut, außerdem, er geht unten rum, aber ansonsten muss er hier durch diese Tür. Ich habe da noch was mitgebracht. Ach, Mensch. Tag. Hi. Hi, wunderschöne. Hallo. Ich habe mich hier immer frei hingestellt, wenn ich mache den Platz. Hallo. Wir wegwischen uns einfach mal hier dazu, ne? Ja. Der Kreis wird immer größer. Also, ich glaube, Ivy geht aus, dass sie mit den Blindgängern vertragen können, was? Ne, da können wir auch mit den Dingern wirklich nicht. Boah, nein, 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 nein. Ich mache das mit dem Blindgänger auch nicht nochmal. Das, das, das hat einmal, hat mir gereicht. Schatz, ich habe noch was, bitte. Was? Ich habe noch was übrig. Da musst du jetzt zwei von nehmen. Hallöchen. Hi. Ich glaube, wir müssen den Kreis ein bisschen größer machen. Hi. Ja, Moment, Moment, jetzt. Erst kuscheln. Ich habe versucht anzurufen, ich habe, also, ne? Nicht wunderschön. Oh. Oh. Jetzt eh Macarena. Was? 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 Guck mal, wieder ein bisschen dichter. Aber ich hab... Ach genau, ich hab gerne noch was für dich. Was denn? Warte. Guck mal da. Hab ich gerade gekriegt, wie er es hat. Ach Mensch. Oh. Ja. Danke. Bitte. Kommt ja wie gerufen. Ich hab meine gar nicht dabei. Na, das ist so. Also ich geh jetzt nicht hier. Jetzt. Vor allem mit diesem Flutterkleid geh ich vor allem nicht nach draußen und rauche. Sonst bin ich hier gleich. Das Girl is on fire. Also ich kann dir... Ich hab unten im Auto noch einen dicken Wolf-Bulli. Den kann ich dir geben. Blah. Blah. Dann brenne ich noch länger. Nee, nee. Aber... Die ist nicht selbst gedreht. Die ist ja maschinell hergestellt. Ui. Ja. Ein seltenes Gut. Hallo, Mikey. Jo. Ja. Braucht ihr irgendwas? Noch Durst? Jetzt kommt nicht so. Nee, kommt nicht. Alles gut. Okay. Wunderbar. Gut. Ja. 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 Möchtest du denn finden was? Sag mal Claire, haben wir uns heute irgendwie mit den Strumpfhosen abgesprochen? Äh... Nee, von der Strumpfhose? Nee. Oh ja, doch. Ja. Fühl ich. Ich komm mit. Was, willst du denn dir auch eine Strumpfhose kaufen? Ja, nö. We are men, men in tights. Aber ich muss doch mal gucken, was das so alles gibt für die, ne? Wie, die viele schöne Sachen, die der Konto ganz schön blank machen. Mhm. Schade. Den hat jetzt keiner verstanden. Schade. Robin Hood, Ritter, äh, äh, Helden in Strumpfhosen. Ja, richtig. Ja, der ist toll dafür. Deswegen, we are men, women in tights. Fick dich, Mel Brooks. Sag mal, Schatz, was hat ich die Stoppersocken geholt? Äh... Ja. Genau. Ach, klar. Ja, ja, gut. Ich, also entweder ein Suburban oder ein Ponsenbies. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was für Socken? Na, Socken halt. Socken? Socken. Äh... Weiß nicht, trieb mal über die Füße, damit sie nicht kalt werden. So Sneakersocken. Ich glaube, die, ich glaube, die gibt's, ähm, na? Bannikor. Im Bannikor? Boah, das kann auch sein. Also es gibt auf jeden Fall, äh, Schwimmflossen. Was? Aber ob's dann Socken gibt's? Wann ist denn jetzt schon wieder Bannikor? Bei Little Tokyo? Ja, da wo du... Okay. Genau, da wo du auch Skateboards und Handschuhe und den ganzen Spaß her kriegst, das Bannikor. So grüne Neue. Und Masken. Und auch mein... Und Pyjamas. Und auch mein Pyjamas. Und auch mein Pyjamas. Und auch mein Pyjamas. Und auch mein Pyjamas. Ja, Pyjamas. Ja, diese Ronsies. Ja. Ultrafrockschicht, die Dinger. Pyjamas. Pyjamas brauchen wir nicht. Ich hab einen. Mit Katzen drauf. Hahaha. Und er leuchtet im Dunkeln. Also komisch, die letzten Nächte warst du immer nackig. Also, die letzten zwei Nächte hast du mich kaum gesehen, weil du schon geschlafen hast und ich dann nur noch neben dir ins Bett gefallen bin. Meinst du? Naja, das sind seine Träume. Hahaha. Ich meine eigentlich ja. Ich bin ins Bett gefallen und bin im nächsten Morgen wieder aufgewacht. Sabbernd. Ach, wie gut. Ach, wie gut. Das, was ich die letzten Nächte erlebt habe, keine Träume sind. Ist du dir da sicher? Hahaha. Ja, ganz sicher. Hahaha. Hat dir so verdammt echter gefühlt. Ach, ja, ja, ja. So ist das. Hey, wir mit der Beinorthese schlafen, mach das mal, wenn du keine Schlafposition findest. Oh, um Gottes Willen. Und wir die halbe Nacht uns kaputt gelacht haben. Hahaha. Ja, wie liege ich denn jetzt hier? Ja, vor allen Dingen, was machst du, wenn du ihm mal das mal so irgendwo gegenklopst? Hahaha. Ja, du nicht, aber er tut schreien. Bam. Aber dann kann er wenigstens die Michael-Jackson-Lieder singen. Wie? 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 wieso fragst du ich überlege ich überlege gerade ich das andere kleid morgen an ich glaube den bei den männer haben oh mein gott du weißt dass ich eine waffe dabei habe oder welche von dem ach ich finde echt lang die schnauze zu halten kannst du doch eben versuch es doch erst gar nicht oder meinst du den handtuchhalter bei den handtuchhalter das bleirohr das puste rohr ja okay das ist doch schon wieder falsch vor allen dingen vor allem und vielleicht klingt das so falsch ganz andere bedeutung das ist so richtig das ist der alkohol der aus mir spricht scheiße auch ich kann nicht in die scheiße rein ist gar kein problem das ist eine insel von hawaii ja genau karibik mäßig so aber schatz wir sind morgen ab in bahama mama ich kann nicht mal diese karten du kannst aber mama sagen oder ja klar mama kriege ich hin und aber was kannst du nicht sagen was aber aber was kannst du nicht sagen da haben wir haben wenn die mich fragen wo auch immer ihr selbst seid wo immer ihr seid ja hallo das ist doch genauso wie dieser andere club da der heißt ja die 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 das da bin ich raus aber Kate jetzt überleg dir mal du machst sie nebenbei noch zum stottern wen? du bist ganz schön fies du bist doch nicht besser ja hast du recht wir haben heute festgestellt du bist ich mit Brüsten also von daher alles gut ich bin nicht so was ich hab gesagt wir haben heute festgestellt du bist ich mit Brüsten ja das stimmt mit zwei Corys also die sagen wir dann bei uns hatten wir das nicht irgendwie mal geschworen dass wir keine zwei Corys haben ich bin aber ich bin aber der liebe Corys ja das stimmt wenn es ein Schulterteufel und Schulterengel gibt dann bist du der Schulterengel ja see ich bin ein Engelchen und du musst das Schulterteufel sie ist sie ist wirklich manchmal ein Engelchen das stimmt siehst du wenn man sie überraschen kann sie dann nach kein wort mehr ausgeht das ist ein richtig englischen dreht den leinten gleich in seiner wunderschönen kuscheln sehr gut ihr waren ab jetzt seid ihr morgen da kommt drauf an wann in dem laufe des tages wenn dann nicht vor 17 uhr bei mir ja ist okay reicht mir worum geht es denn ich will euch was geben also hat euch gesagt ja euch weil wir beide gemeint sind schatz warum steht es eigentlich hinter mir und nicht im kreise vielleicht weil du mich wegschubst na gar nichts machen wir jetzt gleich so ich freue mich 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 So, Deluxe, das hier gekauft hat. Deluxe ist jetzt staatlich? Ja. Machen das immer noch Mikey und Alex einfach nur zu zweit? Ich glaube jetzt gerade, ja. Ich habe mal so einen fetten Laden mit Casino unten drin. Ganz ehrlich, sie haben es sich verdient. Mehr als verdient. Die Frage, bleibt das Casino? Definitiv haben die sich das verdient. Ich denke mal, das Haus Casino war dann so wild, als ich hier gearbeitet habe, als Pearls noch war. Da hat das Pearls versucht, dieses Casino irgendwie mit einzubinden. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ach echt? Du hast hier mal gearbeitet? Also, daran haben sie sich auch ein bisschen Genick gebrochen. Ich hoffe, das versucht das Deluxe nicht. Das ist wirklich nicht gut. Nein, nein. Die haben ein anderes Konzept. Kate, ich glaube, Ivy hört dich gerade so nicht. Ich glaube, wir müssen beide einen Schritt nach vorne machen. Bestimmt. Kann vielleicht sein, du hast hier gearbeitet? Ja. Wann? Im Januar. Das war, wo ich eingereist bin. Ach so. Irgendwie kurz vor meinem Geburtstag irgendwann. Also wirklich irgendwie Anfang Januar. Und dann war ich hier zwei Wochen. Ich weiß noch, dass ich meinen Geburtstag mit den Pearls Leuten auf Kaio verbracht habe, während ich gearbeitet habe. Aber ich habe ein Riesengeschenk bekommen. Also von daher. Ich habe nur einen Arsch. Was hast du denn für ein Geschenk gekriegt? Ich habe irgendwie Gutscheine für House of Porn bekommen. Ich glaube, im Wert von 3000 Dollar oder so. Oder 4000. Ich glaube, 3000 Dollar. Das war richtig viel. Nachdem ich entschlossen hatte, zur WWA zu gehen, da hieß es nur, ja, warum hast du denn nicht früher was gesagt? Und mein Ex-Mann hat man gleich mit rausgeschmissen. Oha. Weil das Vertrauensverhältnis zerstört sei. Oh. Naja, klar. Was für ein Vertrauensverhältnis? Also wirklich. Er hat mitunter den Laden einfach auch mitgeschmissen. Aber, ja, Vertrauensverhältnis. Ja, ja, ist okay. Naja, gut. Ja, das war ja war ja nicht so gut damals. Definitiv auch damals schon nicht. Deswegen umso schöner, wenn hier was ist, was die Leute auch mögen, ne? Oh ja, ich sehe meinen Ex. Ich sehe meinen Ex. Oh. Ach, Kinders. Der im Anzug? Ja. Eigentlich fast alle Leute das reingehen. Der, der eben gerade vorbeigelaufen ist. Richtig, danke. Der, der eben gerade vorbeigelaufen ist. Oh, so. Der sieht aus wie ein Anwalt. Nein. Also dann würde, dann, dann hätte er sich eine andere Krawatte angezogen, aber eine senfgelbe Krawatte zu einem weißen Shirt. Und einem weißen Hemd. Ich habe mal, ich habe mal eine andere Frage. Ja? Jetzt. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr aus der Bude rauskommt und vor eurer, vor eurer Tür auf der Straße liegt einfach kopfüber einen Rasenmäher. Also wo man sich draufsetzen kann, so ein Rasenmäher. So ein fahrbarer Rasenmäher. Ja. Ja, umdrehen, draufsetzen, weiterfahren. Scheiße, warum haben wir nicht dran gedacht? Wir haben keinen Rasen, ne? Das war halt einfach... Nee, das war... Genau. Okay. Also, ich hätte Fragen auf jeden Fall. Ich habe auch Fragen. Ich habe auch Fragen. Der Typ am... Der Typ an der Bennysleitstelle hat mich erst mal ausgelacht. Vor allem ist es ja nicht eurer, ne? Nee. Was soll mit einem Rasenmäher, wenn wir keinen Rasen haben? Keine Ahnung, damit herumfahren. Kann ja sein. Komisch. Alter, ich schnapp mich, ich kaufe mir ein Rasenmäher einfach nur damit, um durch die Stadt zu schippen. hat irgendwie Bauernhof irgendwie sich verirrt oder so? Ja, warte mal, die Racing League hat auch ein Rasenmäher. Echt? Ja, die Racing League hat auch einen, ja. Wo wohnt ihr? In den Hills. Oh, in den Hills. Okay, das ist ziemlich weit weg für den Rasenmäher. Ja, von den Racing League. Vielleicht stand der Flügel schon von uns wegen. Ja, so wie der da auf dem Boden lag, ne? Seitlich irgendwie. Hat die sich aus dem Garten aus den Hills rausgepurzelt? Ja, kann auch sein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall lag da einfach rein da mit dem Rasenmäher, als wir aus dem Bude raus sind. Mitten auf der Schausel. Ja, ganz komische Geschichte. Kannst du den nicht aushängen? Ja gut, dann, ja, nicht drüber nachdenken, würde ich sagen. Dabei haben wir heute noch gar nicht geraucht, weißt du? Es war einfach da. Oh Mann. Ach ja. Manchmal passieren Dinge. Ja, das stimmt. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm Aber Wir wollten eigentlich nur mal uns das kurz angucken, komm Machen uns jetzt dann auch wieder weiter Ja, wir hauen jetzt ab Ja, Pax hat Hummeln im Hintern, glaube ich Ja, wir gehen auf jeden Fall Wir gehen auf jeden Fall gleich noch driften Also Haru Falls du noch Lust hast, Underground, ne? Du weißt, dass ich ein alter Mann bin Und eine Veranstaltung Wahrscheinlich jetzt wieder genug fürs ganze Wochenende ist Also bei uns ist das keine Veranstaltung Ey, ohne Scheiß, ne? Von mir aus gehe ich dir morgen den ganzen Abend Und Sonntag den ganzen Tag Den ganzen Abend in Bahamas Wegen dem Event und Sonntag bin ich da Arbeiten Ach mein Gott, wirklich Es ist das Schwerste, auf der Welt mal mit dir driften zu gehen Weißt du das eigentlich? Zwei Wochen, drei Wochen vor noch Ja, Haru, 7. Dezember Zieh ne Warteliste Oder zieh ne Wartenummer Irgendwann kommst du schon dran Hab Vertrauen drin Da kannst du Gift drauf nehmen, dass der Tag reserviert ist, mein Freund Ja, weh Perfekt Gut, alles klar Dann euch noch einen schönen Abend War schön, euch zu sehen Wir sehen uns zum nächsten Mal auf der Arbeit Bye, bye 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 Morgen gehen wir und ich mich morgen Bis dann Tschüss Das sind auch immer so zwei Flattervögel, die einfach mal da sind und nun wieder weg Wo sind das Schokobärchen hin? Ja, keine Ahnung Der ist auch weg Der kommt wieder Da kannst du dir sicher sagen, der kommt wieder Wahrscheinlich Wenn nicht, muss er nach Hause laufen Hat er nicht seinen Wagen hier? Ja, aber ich kann noch auf den Schlüssel Ach so Eigentlich sollte nach dem Windgänger keiner von euch beiden mehr fahren, aber Ich werde auch nicht fahren Nee, nee, ich fahr heute auch nicht mehr Nur noch mit der Hand über den Hintern Über meinen Du bist aber auch Eine Bildung ist aber auch eine Bildung mit unter, oder? Für die Warum? Nein Ach ja Aber allzu alt werde ich auch nicht mehr Will ich auch nicht Der Tag war schon lang Ja Kommt jetzt nicht Der schreckt an Sorry Tut mir leid Das ist so ein Sympathie-Genen Irgendwie Das ist, ja, Synchron, ja Ja, ja, genau Einer fängt an zu gehen, die anderen hinterher Das ist dann so ein Sympathie-Genen So kann man auch gut Psychopathen aussortieren Also die, die nicht gähnen, ja Dank habe ich verstanden Ja, du meine Frau hat auch nicht Du bist mein Psychopath Stimmt Das wundert mich nicht Bitte? Das war jetzt aber Lange Leitung Taugen habe ich Tauchtermin Oh, okay Oh ja, ich Ja, ja Stimmt Denkt dran 18 Uhr Das war eigentlich der meisten Graut Das war, dass wir morgen als wir laufen müssen Morgen früh Bin ich wieder grummelig Und stehe erst mal wieder da So, meh Oh, Entschuldigung Ich verabschiede mich für heute Abend Wir beide Äh, so Wie heißt's? Äh Weil wir müssen noch woanders hin Okay Du gehörst eigentlich hier ins Bett Ja Äh, nein Er wurde wo eingeladen Ah Und äh Ich kann ihn nicht mitschleppen hier hin Und dann nicht mit zu seinem gehen Das geht nicht Von mir aus müssen wir dort nicht mal hingehen Ja, da müssen wir trotzdem mal wenigstens blicken Ganz kurz Aber das ist so Wir müssen da hin Also nee, müssen wir gar nicht Ja, wir müssen da hin Es ist so ein Anstands So wie ihr damals Ja, es ist so ein Anstands Ich muss mal gucken, glaube ich Er wurde gerade zufälligerweise zu einer Einladungsparty eingeladen Und hat aber eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu der Person Und äh Ja Ach je Okay Aber es ist so ein Hi, wir sind mal kurz da Und jetzt gehen wir Wisst ihr was ich meine? Oh ja, oh das ist so Guck mal, das ist schon ja so spät Ja, und ich fühle mich ja so nicht gut Wisst ihr, was ich meine? Ja, meine Frau ist krank Da muss ich mich um sie kümmern Ja, genau Genau So ein Ding wird das sein Genau Deswegen, wir fahren da kurz hin Und danach werden wir nach Hause gehen Und müssen nämlich auf Uns überlegen wegen unserer Trauerrede Nein, Trauerrede 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 Ja, es Trauerrede Jetzt hast du was ins Rollen gebracht Apropos Äh Esch Mhm Du musst Kim aber auch noch Bescheid sagen Wo die Trauung stattfindet Wegen dem Hochzeitsfotstoß Ich sage allen Bescheid Kim Dörpen, unsere Fotografin Kim Dörpen Die, äh, konnotiere ich morgen Weil ich morgen alles Alles klar Ich wollte es nur, ich wollte es nur sagen Weil ich kann ihr nichts Also die haben wir nämlich letzte Woche Ne, wart, wann hast du sie angerufen? Diese Woche Diese Woche Irgendwann angerufen Um zu fragen, ob sie Kann teilnehmen Und, ähm Dann hat sie gesagt Ja, wo soll das denn sein? Und ich so, ähm Das ist wirklich lustig Dankeschön Ich komme mal kurz eine Runde knuddeln umrum Ich kann nämlich Ach ja, komm Meine Stimme macht echt gerade komplett absacker Ja, komm Das ist doch echt scheiße Und dann aber ab ins Bettchen mit dir Jetzt stellt euch mal vor Ganz ehrlich Wir haben jetzt elf Uhr Ich hätte jetzt wirklich den, äh, den Escape Room gehabt Vergiss es Ich hätte keine Stimme mehr Nichts Ja, ja, ja Also ist ja jetzt schon nicht mehr Obwohl ich nicht viel geredet habe Bitte Die Hexe Aber draußen im Kalten Aber draußen im Kalten Aber draußen im Kalten Ja, definitiv Mit der Stimme hätte ich die Hexe machen können Aber dann hättet ihr mich morgen komplett vergessen können Richtig Und den Termin Und den Termin, den wir dann morgen auf Kaio haben Wegen besprechen Hätte ich auch nicht machen können Also Nein Also ab ins Bettchen mit dir So schnell wie möglich Und dann Schön ausruhen Genau Seid euch gut Habt euch lieb Passt auf euch auf Genau Keine Unfälle mehr heute, bitte Ja Mach ich Watt am nie Gute Nacht Nacht Gottchen So, ich würde sagen Natürlich anschließen Ja, ich würde sagen Aber ich feiere diese Musik so hart, ne Das ist so richtig Nostalgie Das, ja 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 Nein Wir nicht Hm? Ich habe gesagt, wir nicht Ja, willst du los? Nein Okay Ja gut, dann Schließen wir uns an Ja, würde ich auch sagen, oder Schatz? Ja, wir fließen uns an Kommt ihr mit? Okay Ja Das lohnt sich für die, die uns ausrauben Ich habe eh nichts Ich habe eh kaum Ich habe eh nichts dabei Außer eine Zigarette Ja 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 Du musst doch einfach nur auf den Text nennen Mach's gut, Alex Ich habe eh nichts Ich habe eh keine Ahnung, die gehen jetzt alle und wir wollten eigentlich eben schon Ja Was, jetzt wird er immer noch hier Ja, macht's gut Wir sind ja immer noch hier Ja, gerne Danke, 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 das sieht super aus Das sieht super aus Das sieht super aus Ja Es ist so zufällig, noch was alkoholfreies zu trinken Ja Natürlich Ich hätte auch noch gerne Schorle So, wir müssen jetzt vor denen rausgehen, sonst ist das awkward, wenn wir schon Tschüss gesagt haben So Mach das einfach hin Die können doch einfach hinten ausrufen Genau, nimm das den anderen aus, gerne Danke Stimmt, lass mal über die Brücke gehen, komm Komm, wir sind ja nicht so Komm, komm, komm Ciao, ciao Ja, auch noch eins So, was soll der Guides Hier, Julie kriegt auch noch eins, hat aber nicht gefragt So Oh, danke So läuft das So muss das Wunderbar Hier, Schatz, hast du auch nicht gefragt Ja, gibt der Guides nicht so viel Alkohol Und schneidet ihm mal dreieckene Haare Nein, ich war alkoholfrei Hallo Hallo Hallo, ich bin doch hier kein, kein, kein Abfüller Ich Nicht? Nein Also, wenn jemand fragt, ja, aber so Ja Haha Heidi Ja Füllen sie ab Mh 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 Ja, wir hören uns, ne Wir dann weiterhin auf, auf gute Geschäfte Richtig Auf jeden Fall Äh, immer bei mir melden, tagsüber Joa Alles wie immer Alles wie immer Alles wie immer Ja dann Ich melde mich übrigens in naher Zukunft mal wegen, äh, Strecke, Spendenlaufführung Ja, 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 genau Da müssen wir auch noch mal gucken, wer, was wir wo, wann wohin bauen Ich wollte aber erstmal das hier über den Berg kriegen Das verstehe ich voll und ganz Das verstehe ich voll und ganz Wir hatten auch von 2000 Sachen oder so, von daher passt auch schon Das ist echt schlimm Das passt Also wir melden uns, ich melde mich spätestens am Montag Wunderbar Alles klar Wunderbar Alles klar Dann euch noch einen wunderschönen Abend, ja? Euch auch Tschüss Ciao 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 Ach ja, es ist so schön hier Das mir gefällt Ganz ehrlich, man könnte sich echt vorstellen häufiger mal dann hier auch essen zu gehen Ok Ist abgespeichert Das heißt aber nicht, dass du immer bezahlen musst, Schatz Das habe ich nicht gesagt Ich frage, ob die so einen Monats-Flatrate haben Oh, wer weiß, wer weiß Was? Kriegen die einmal, kriegen die einmal in der Woche oder einmal im Monat, kriegen die wie das so einen sieben Batzen Geld Wie das so Sollen sie glücklich sein Ja Richtig Ich bin aber auch froh, wenn ich jetzt gleich liege, boah ich bin Solange dann kommts, ey Ja Ich hab auch eine Funktioniert Ich hab Geburtstag Ich hab Geburtstag Oh, er hat sich jetzt eine komische Buch in seinem silbernen, in seinem Bonbon-Mobil da Keine Ahnung Ja, ja Da vorne, da an der Kreuzung, da hatte ich vorhin den Zusammenstoß mit Alex Nee, 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 nee Nee Ich kam von BWA und die kamen dann aus der Seitengasse geschossen Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie die da rauskamen Ja, ich das morgen Ja, ich das morgen Nee, ach Nur ein bisschen die Motorhaube und die Stoßstange verdellt Das ist nicht der Rede wert Lass ich morgen LSC rüber gucken und dann ist wieder alles gut Ich hab 1000 Dollar von dem Kerl gekriegt, der mit Alex im Auto saß Der stand da auch vorhin neben den beiden Ja? 1000 Dollar, das ist doch viel zu viel für die Reparatur Boah ey, wie hast du die Firma Gruppe hinter mir ging mir auf den Sack? Echt ey, meine Fresse ey Ich hab die nicht gehört Aber die waren, teilweise waren die auch ein bisschen laut, das stimmt Ja Kann sich ja auch ein bisschen leiser unterhalten Aber wat denn nu? Einfach mal anrufen Soll ich jetzt so mal hier aus dem Fenster schaue? Ich glaub ich müsste... Unterbodenbeleuchtung fehlt noch beim Pen Umbra So schönes Bonbon pink Ja Wenn, wenn fertig Wenn ich was Geld wieder habe Ich bin aber auch jetzt gleich froh, wenn ich aus diesen Schuhen raus bin Ich kann zwar gut mit denen laufen, weil die nicht so hoch sind Ja Aber mit der Zeit wird's doch ein bisschen anstrengend Ja und unbequem, glaub ich, oder? Es geht Äh, wat, 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 wat? Äh Keine Ahnung Irgendwie PD Da war einer ganz schön laut Ja, das war dieses Megafon, was wir da drin haben So Ach, rauf auf den Schuhen Weißt du, was ich gerade auch gekriegt habe? Was denn? Äh, als wir bei, bei Kallis waren Mhm Hm? Guck mal Äh, Madaschnatter Ja Wie süß ist das denn? Der Papagei Ja Wie cool Ja, ich muss ja die, ich muss die, äh, die neuen, äh, Blindgänger muss ja noch in den Kühlschrank packen Okay Ich hab mal so eine Batterie geholt Wir haben schon mehr als genug Alkohol hier drin Ja, ich glaube, ich hab ein bisschen was mitgebracht gehabt Mhm, ein bisschen was, ja Aber ich glaub, ich werd noch ein, ein Glas Tequila hinterher Den gönne ich mir jetzt noch Mhm Geht noch Wo ist eigentlich meine zweite große Sporttasche? Ach so Ich hab die in den Tresor gelegt Ach so, ja, stimmt Und ich so Ja Da sind noch, da ist noch ein Armband und eine Kette von dir irgendwie hier in den Schubfächern drin Ja, ja, schwarzes gewobenes Band, genau das hab ich ausgetauscht gegen das vom, äh, Cory Das Freundschaftsarmbändchen Ach so, ach wie süß Ja Ja, 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 ja Das kannst du ja auch in den Kleiderschrank tun, theoretisch Äh, ja So So Das war da raus Ach, ja Hast du gesehen, ich hab die, ich hab die Waschmaschine da so reingeschoben, ne? Hm Ja, super Passt ja gut hin Ja Und ich find, wie hast du das, die, die Barhocker, wie hast du das, die... Die machen auch ein sehr gutes Bild, ja Das auf jeden Fall Und so viel, ich hab erst gedacht, die nehmen mehr Platz weg, aber das geht eigentlich Mhm Also, was ein super dahin Ja Aber ich glaub, wie hast du den Rest, was ich da hab, ich hab ja auch noch, wie gesagt, wie hast du die vier gegen, äh, Bodenlampen, die hier an der Decke sind, die hab ich ja auch noch da, die Bodenlampen, diese vier gegen Mhm Mhm Und, äh, davon hab ich nur acht Stück, dann hab ich noch die, äh, weißen Dirty Stängel, nur drei Stück Ja Aber ich, ich weiß nicht, wie es sind Hm Na, vielleicht Wird die, wird die nachher zu hell, oder wenn du irgendwie was weißt Na, vielleicht können wir die ja hier auch unter die, äh, die Theke packen So, weißt du? Ja So wie ich hatte, bei mir in der Bude Ja, hier so, hier da drunter, hier Da Ja, ja Könnte man vielleicht was machen Ja Dann hat man nochmal so ein bisschen indirektes Licht Das sieht ja ganz gut aus Ja, 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 ich kann die ja mal mitbringen und dann gucken wir mal Genau Ansonst, ansonst Ja Morgen schiebe ich die Pflanzen noch ein bisschen um Hast du denn jetzt eigentlich dieses, 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 dieses Auto hingetan, wie hast du das? Ach, da hinten Jetzt nicht gleich Ich hab das letzte, ich hab dann heute Morgen, äh, äh, heute Mittag gesucht Ach, das Bild? Ja Ich wollte einen Platz haben, wo wir halt auch immer dran vorbeigehen Ja Das ist doch schicke Ja, find ich auch Mal gucken, warte mal kurz Hm Mhm Aber außerdem hab ich da oben noch so zwei Toteltauben hingestellt Ich möchte jetzt auch ein bisschen diese Vitrine ein bisschen zum Leben erwecken Dass die nicht nur da steht, sondern dass da halt auch was drin ist Ja, kannst du da machen Da kannst du was reinstellen Ich will nochmal überlegen Ich hab doch noch diese riesengroße dunkle Uhr, weißt du? Ja, stimmt Aber dann würde ich, keine Ahnung, dann würde ich die hier wegnehmen Ja Kleine Und dann, hm, irgendwo im Eingangsbereich vielleicht hinstellen Warst du denn die große? Ja Äh Ja, klar, ich hab einen Platz, ich hab Ja Da wird die ja verdeckt von den Pflanzen Ja, aber nur ein bisschen Ja Aber die würde dahin gehen Oder dahin, aber Ja, aber da sehen wir sie halt so wenig Weil wir kommen hier rein und dann gehen wir um die Ecke Ja Ja Oder Oder Da Das ist glaube ich zu Nee Ich glaube die Küchenschränke sind zu hoch Nee, ich hatte gerade was gedacht Meinst du nicht, dass wir das Bladenschild, wie hast du das woanders hinpacken können? Wir könnten das mehr in die Küche hinstellen Oder hinhängen, ja Ja Und dann hier die Küche Und dann mit einem Spot Damit man die auch gut sieht Was für eine Idee Ich nehme das ja schon Ja gut, da er gerade einen Crash hat, würde ich sagen, machen wir für heute hier dann auch Feierabend Ich warte jetzt noch auf ihn Damit wir vernünftig das RP beenden können Und dann sehen wir uns morgen wieder Macht's gut und bis dahin Ciao, ciao Ciao